Guten Abend, guten Tag oder guten Weißdergeier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benni und Steve. Wir spielen heute für euch in Soundmind. He brought her to me. Tja, und wir erwachen in einem Keller. Ja, das fragen wir uns alle. Ja, hm. Wir sehen eine Welt voll Wasser. Was ist passiert? Nobody knows. Vielleicht finden wir es jetzt raus. Wir haben eine 100+. Ist irgendwie schon eine smarte, eine sehr charmante Lebensanzeige. So ein bisschen so ein Ego-Shooter wie Doom oder sowas. So, was haben wir denn hier? Achtung, eine Katastrophe. Vergessen Sie das Leben, wie Sie es kannten. Alle Zeichen deuten auf eines hin. Bleiben Sie drinnen. Okay. Wie, alles klar. Hier ist also auch Lockdown. Was für ein Scheiß. So, der Versorgungsgang. Spaces springen, alles klar. Okay, wir kriegen jetzt erstmal natürlich wieder so ein kleines Tutorials-Auge gedrückt. Ja, und da sehe ich schon erstmal gleich wieder diese Farben. Irgendwie, die halt auch wirklich das Cover sehr dominant gestaltet haben. Halt so ein bisschen so Color Out of Space von H.P. Lovecraft. Also, so war meine Suggestionen dazu. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Oh, es ist lockt. Es ist ein Kiegel. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, okay. Vielleicht sollten wir diese nächste Akku ziehen. Zieht die uns Power ab? Oh, ja. Okay, alles klar. Gut, die zieht uns Kraft ab. Da bleiben wir also fern. So. Schon wirklich creepy, die Stimmung hier. Ich hätte ja gerne... Was ist das? So, haben wir denn hier? Jawohl, hier haben wir eine Flashlight. Und zieht Batterie ab. Nein. Nein, warum denn? Wieso? Warum so real? So, schau mal gleich da ein Stuhl. Warum steht da jetzt ein Stuhl? Hello. Okay. Na, da ist aber jemand höflich und stellt sich vor. Muck ist auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Arbeitszimmer. Na, das ist aber ein einladendes Arbeitszimmer. Können wir hier die Feuerlöscher nehmen? Nein. Oh. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Oh. Flusschlüssel. Das ist ein Schlüssel für die Flutür. Super. Eine Batterie. Plus 10. Ah, okay. Eine Batterie gibt es also. Plus 10 Batteriepunkte. Die Werkbank steht allen Mietern zur Verfügung. Außenanwendung nicht gestattet. Ja, wer schleppt das Ding hoch raus? Äh, die Verwaltung trägt keine Verantwortung für selbst zugefügte Verletzungen. Vorsicht. Unfären Sie kein Werkzeug aus diesem Raum. Der Hausmeister. Alles klar? Ich kann wahrscheinlich etwas hier zusammenstellen. Oh, okay. Scheinbar können wir darauf ein bisschen was bauen oder so. Die Stimme ist auch wirklich cool gemacht. Gefällt mir. Dann würde ich doch mal sagen. Es ist lockt. Es ist eine Batterie. Ich habe es. Schön. Wie er sich freut. Ich habe es. Yes. Let's do it. Was ist aber da? Ist noch eine Batterie? Was ist denn hier? Eine Gasmaske. Oder die Gasmaske aus dem Heizkeller. Aus dem Heizkeller. Da findet man auch noch da drinnen. Was haben wir eben noch zu lesen? Gas-Austritte können gesundheitsgefährdend sein. Falls Sie ein Gas-Leg im Heizraum riechen, sehen oder hören, verlassen Sie sofort das Gebäude und benachrichtigen Sie mich, der Hausmeister. Alles klar? Kommen wir hier rein. Dö. Gehen wir nicht. Waschküche. Waschküche. Aha. Okay. Also wir müssen anscheinend erstmal hier ein Messer oder ein Cuttermesser oder irgendwas finden. Was haben wir hier? Nochmal eine Batterie. Und wir sagen Punkt. Okay. Beist du? Repariere den Aufzug. Och komm. Ich tetz. Regeln für das Kellergeschoss. Der Keller ist rund um die Uhr für Mieter geöffnet. Keine Gäste. Die Verwaltung übernimmt keine Hoffnung für Dinge, die in Hosentaschen vergessen oder beim Waschen zerstört wurden. Werkzeuge aus der Werkbank müssen im Werkraum bleiben. Fairbleiben. Was im Keller vergessen wurde, bleibt dort. Sie es wieder abholen. Der kleine Timi. Okay. Die Waschküche. Können die öffnen? Ja. Kennen wir. Sabba, sabba, sabba. An die Mieter. Einige in der Waschmaschinen hatten in letzter Zeit einen Kurzschluss. Möglicherweise laufen sie mit Universalsicherung. Trotzdem bitte ich sie nicht selbst zu reparieren. Rufen sie mich, wenn etwas nicht stimmt. Der Hausmeister. Der arme Hausmeister muss hier sehr, sehr viele Briefe anscheinend schreiben. Sehr viele Zettel. So, den nehme ich mir doch erstmal. Okay, alles klar. Wir haben die Universalsicherung. Können wir hier so einen Plattformer machen. Probiert mal. Oh, warte, warte. Fasso Nüde. Erhöht dein Tempo mit jeder dritten Pille. Ah, alles klar. Okay, wir können uns noch ein bisschen aufskillen. Cool. Nice. Es ist eine Fusbox. Success. Ist jetzt jemand vorne drin? Ach nee, die bewegt sich. Ah. Nice. Okay, ist damit hinter. Oh, echt jetzt, ja? Ach, geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, okay, vielleicht können wir sie vorne hoch machen. Oh, eine Pistole. Pistolengriff. Der Griff einer Pistole. Ach, kommt. Echt jetzt? Warum denn nicht eine ganze Pistole? Okay, wieder rausgenommen. Gibt es jetzt hier. Na? Neugierig. Was? Nö, überhaupt nicht. Ich rieche eher an den Lüftungsschichten rum. Das ist mein Hobby. Muss ich jetzt hier mit dir hin? Ah. Okay. Da muss also die Sicherung drin. Das ist eine Fusebox. Oh. What? Ah. Ah. Alles klar. Da oben wartet nichts Gutes auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich es mir hier unten gemütlich machen. Okay. Oh. Sieht etwas defekt aus. So. Okay. Wir sind im Basement und wir können nur die zwei drücken. Also. Wir drücken mal die zwei. What? Und wir haben die Aufgabe verlassen in den Keller abgeschlossen. Musik gefällt mir sehr. Muss ich sagen. Die komplette musikalische Untermalung. Hier liegt eine Batterie. Die lasse ich aber noch liegen. Wir kommen aus auf. Wir haben nur 90%. Zimmer 475. Zu. Wagen hier. Klar. Auch Zimmer 475. Macht Sinn. Oh. Das ist. Hier ist meine Wohnung. 666. Aber leider auch verschlossen. Und dann natürlich die äußerst symbolische Zahl 108. 108. Mein Telefon. Is anybody even out there? Nicht so aus. Oh krass. Katze. Miet. Schöne Präsentation nochmal. Toll. In sound mind. It's gone. Es sieht wirklich nicht so schön aus. Das ist auch kein Wasser. Das ist alles so Petroleumartig. Irgendwie von der Färbung. So wie Benzin. Schillernd. Sieht nicht so gesund aus. Willkommen bei Fallout. Oh. Äh. Ja. Wir waren doch gerade auf Wände. Schön. 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 So. Hier hinten brauchen wir anscheinend noch was zum Schneiden. Mein Büro. Ah. Schau. Bitte. Pulling you down. I will have you Desmond Wales. I will have all of you. Aha. Wir sind also Desmond. Desmond. Was für ein Name. Desmond. What am I doing? Ja. Du mal hier. It's my tape player. Erkunde in dem ersten Stock. Äh. Sammle alle Pillen im Gebäude. 23 übrig? Okay. Finde die restlichen Pistolenteile. Ich kann mal. Das würde mich an den Händen liegen. Wir sind anscheinend. Sind wir Psychologen? Wenn ich jetzt das Interieur richtig deute. Oh. Da ist noch jemand da. Das hört sich hier so nach Generator an. Zimmer 0. Gehen wir nochmal rein. Kann ich hier rein? Was? Mein Haus. Okay. Liebe Bewohner. Wir von Meier Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilerzentrum hier in Wirkenheven danken. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität. Nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihre Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Meier Pharmaceuticals in Ihrer Nachbarschaft für Sie macht, fahren Sie unter 1 800 Meier oder senden Sie uns eine E-Mail an machbarschaftspharma.meier.co.biz. Vielen Dank und einen gesegneten Tag. Marketing und Kommunikationsarbeit. Meier Pharmaceuticals. Ja. Das hat ja schon bei Umbrella so super geklappt. Warum nicht? Also auch bei Meier. So. Hier haben wir nochmal. Hier holen wir noch. Hier holen wir noch. Hier sind meine Diplom. Diplome? Diploma? Diploma? Hier können wir noch ein bisschen Power auffüllen. Küche muss leer. Uhr geht auch nicht so wirklich vorwärts. Scheinbar sind wir hier jetzt irgendwie in einer Art Zwischenwelt oder irgendwas. In einer Traumwelt. Ein Tape. Tonband Desmond. Meine weiße Tonbandkassette. Habe ich die aufgenommen? Muss ich wohl. Okay. Cool. Es gibt niemanden. Es gibt niemanden. Out there. Unchizu. Mittenhaven Emergency Broadcasting System. Okay. Ich kann Gitarre spielen. Wunderschön. Spielt er mal dieselbe Melodie? Nee. Ah, dann haben wir hier noch einen Schluck Kaffee. Spielt ein bisschen Gitarre. Genug dessen sehen wir uns die Wohnung weiter an. Da ist hier mal ein Kamin hinter gewesen. Oder warum ist hier so ein Steinvorsatz? Und würde ich das ja... Okay. Komm nicht rein. Komm nicht rein. Yes. Das Badezimmer. Kein Spiegelbild. Nein. Oh, die Zahnpasser. Bis zum letzten. Ausgequetscht. So, wie kommen wir denn hier hin? Muss ich jetzt hier irgendwo einen Schlüssel finden? Gibt es hier einen Schlüssel? Hier ist der Rookie. What should I do? Sollte ich jetzt einfach hier bloß die Kassette finden? Oder was? Könnte ich schon wieder raus? Ja, könnte ich. Okay, dann würde ich mal kurz in mein Büro gehen. So, die Diskart. Wo ist denn das? Eine Batterie. Den Emmer. Und, äh... Kassette ins Tapeplayer-Stecken. What? Okay. Okay. What? Ja, das ist überhaupt gar nicht unheimlich und befremdlich. Aber wir gehen einfach mal ins Licht. Okay. 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 Ah, scheinbar erleben wir durch die Tonbänder irgendwie rückwirkend eine Geschichte. Tonband Desmond. Okay, hier. Was ist denn? Bling. Das ist ein fettter Tape hinten. Oh, was? Das ist ja schon karges Island hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Der Zusammenbruch? Also jetzt der Zusammenbruch einer bestimmten Person oder der Zivilisation? Oder... Wenn er sagt, dass im Milton langsam alles so ein bisschen... Segenwut? Segenwut. 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 Aha. Okay. Virginia. Who the fuck is Virginia? If I can get through this. If I can just keep my mind focused. I must stay aware. Awake. Alert. Okay. Alles klar. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir müssen wahrscheinlich... die Patientenfälle alle durcharbeiten. Um, wie er gerade selber sagte, fokussiert zu bleiben. Um nicht drauf zu gehen. Wiedergabe. Was hat das mit dieser Katze da zu tun? Maibeuro. Ah, schau mal. Jetzt liegt die... Jetzt liegt die... Kassette hier. Ui! Wieets! Wie... Ich meine... Hi. Na? Ich habe einen weinen Tag. Alles okay mit dir? Alles klar? Alles klar. Oh ja! Ich denke mir sehr gut aus... Gima Küsschen... Gut, Kitty. Gima Küsschen... Gima Küsschen. Gima Küsschen. Haben wir jetzt, können wir noch was nehmen? Nein. Ja, komm, nach ehemalig noch. Mgegiri. Können wir erstmal... Hallo. Wissen Sie, wie ein Rorschach-Test funktioniert? Ich zeige dir ein Inkelblatt und du schaust deinen Weg in eine Interpretation. Sie versuchten, sich andere Probleme zu lösen, während sich dein eigenes Problem zu lösen. Was Nassens. Na, das ist aber auch eine schöne Interpretation dessen. Wuh? Wut? Wut? Muss ich ihn jetzt hier umschleichen? Wut? 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 Kriegt er mich jetzt? Ey, kann doch nur eine Taschenlampe. Kann ich die mit der Taschenlampe treffen? Komm mal hoch. Jetzt halt mal auf. Ah. Okay. Alles klar. Also wir haben hier jetzt wirklich... Also wir Feinde, die uns hier jagen. Das ist so geil. Das stresst mich. Das stresst mich. Oh, die weinen so was. Was ist das hier? Kratzbomben dastehen? Rissliche Etagiere. Oh, die, die, die. Okay. Dann haben wir wieder eine weiße Tür. Apartments. Und hier haben wir wieder 666. 42. Ah. Die Lösung auf alles. Okay. Können wir rein? Ich würde gerne irgendwie mal ein Messer finden. Um das mal durchzuschneiden. Hallo. Hallo Sir. Okay Leute. Was? Ich bin noch am überlegen, ob ich das mit dem Patch spiele. Ähm. Zwecks der... Oh, 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 oh. Oh, ne ganze Menge. Zwecks der ganzen Hürfeinlagen hier. So was haben wir denn? Wenn du das hier liest, heißt das, dass ich recht hatte. In dem Fall Schlitten. Das roter Stock über den Münchautomaten. Lauf- und Wartungsraum. Im ersten Stock mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Griff. Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Du hältst mir den Rücken frei und ich dir. Äh. Ah. Schau mal. Hier werden uns die Waffenteile verraten, wo die sind. Irgendwie den Griff im Keller haben wir ja schon, ne? Hinter der mittleren Waschmaschine. Schlitten ins roter Stock über den Münchautomaten. Und der Lauf im Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Gut. Alles klar. So. Eine Batterie. Noch eine, die man... Wir sind voll. Ditek... Ditek... Ditektynol. Erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Was ist die List? Kann ich denn besser sneaken? Oh, die List. Tja, schade eigentlich. Na gut. Gut zu wissen, dass wir hier noch ein bisschen Vorräte haben. Klack, klack. So. Dann lass uns doch mal hier... Im ersten... Einen Schreibtisch suchen. Was mache ich denn? Warte, seid doch nicht so selbstkritisch. Was mache ich denn? Wer zur Hölle ist, der uns da ständig anruft? Hier. Es ist blockiert von der anderen Seite. Blockiert von der anderen Seite. Nicht so schön. Was ist denn hier drunter? Yes! Pistolenlauf. Geil. Sehr schön. Hier durch. Es ist blockiert von der anderen Seite. Okay. Ist voll. Mann. Ich will wohl Schafe zum Durchschneiden. Damn. Oh. Kann ich hier eine Schabe nehmen? Nur wo du rum. Virginia's Apartment. Ach du Schande. Okay. An unsere geschätzten Kunden. Mit großer Trauer müssen wir ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft zum Ende dieser vor schließen werden. Leider können wir nicht länger den großen Supermarktketten konkurrieren, die unsere kleine Stadt erobaut haben. Wir möchten ihnen für ihre langjährige Treue danken und laden sich hiermit herzlich zu unserem Hausverkauf diesen Donnerstag ein. bewahren. Waren dir deine Eleganz. Wilton Haven. Eton's Grove. Lebensmittelladen. Tja. Schade sowas. Ne. Sieht man heutzutage leider viel zu oft. Dass die großen Ketten halt diese kleinen Läden einfach alle platt machen. So. Noch ne Batterie. Nochmal immer feeling judged. Ist ja net für ne Cornflakes Marke. Fühlst du dich gerichtet. So. Mein Liebling. Nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde. Aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzuretteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja mal zu dem Vorteil nutzen. Vielleicht schicke ich dir ganz... Was? Jedenfalls. Vielleicht schicke ich dir ganz viel Liebe. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Telefon. Mom. Dad. Und Freddy. Okay. Ist Virginia, würde ich jetzt mal sagen, eine Patientin von uns? Ma! Die Krak ist ja geil. Hallo. Ja, scheiße. Mann, ich will hier durch. Ich würd's ja gerne cuten. Können wir hier nicht irgendwas aufnehmen, was schneidet? Unverzeihung jetzt hier. Okay. Also wir haben halt gelesen, sie geht halt nicht ins Telefon. Irgendwie sie muss ihren Laden dicht machen. Das allein ist ja manchmal schon ausreichend irgendwie, um einen so ein bisschen aus gleichem Gewicht zu bringen. Oh. Hier ist noch der Dor. Brief. Bleib nicht im Bett. Wir machen Tape. Wir machen Tape. Turmband Virginia. Eine biolette Turmband-Kassette von einer Sitzung mit Virginia. Okay. Okay. To form Virginia Rue. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin, wie hübsche Frauen, und führt mich fort ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot. Also nimm die meinen. Ich frage mich, sie macht es keine Träume. Meine Abend- und meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Ja. Okay. Zutiefst irritierend und besorgniserregend. Okay. Hoffnung ist alles Krankenhaus. Rechnung für rechtliche Produkte zu bezahlen. Okay. Erhalten von Gemma Rue. 180 Dollar. 75 Cent für eine Art von Virginia Rue. Optionen mit Kamente. Okay. Wir haben eine Krankenhausrechnung. Erhalten bestätig durch Doktor Bingsi. Komischer Name für einen Arzt. Aber bitte. Den gehen wir mal wieder zurück. Wir haben eine Turmband-Kassette gefunden. Also lass uns doch in die zweite Etage fahren. Und sagen, lass uns mal ein Turmband hören. Das kommt gerade. Es ist unbeerbar, nicht wahr? Die Schmerzen, die eine Patientin verlieren. Virginia hat dich vertraut, wenn sie wegen dieser sterben. Was wirst du erreichen, indem du zu ihrer Tape hörst? Vindikation. Absolution. Retribution für deine Verständnis. Denke an das. marked. Die Kamente. Alter, was haben wir getan? Partnerien, nehmen wir mit. Hier vorne waren wir. Was die? Wir müssen jetzt hochgehen. Mich würde mal interessieren, ob das 4 jetzt noch im Flur ist. Weil vorher tatsächlich... Erster Stock. Gut. Wir haben den zweiten gedrückt, oder? Ja. Münzautomat. Auf dem Münzautomat. Müsste noch ein Waffenteil sein. Tatsache. Pistolenschlitten. Bau die Pistole an der Werkbank im Keller zusammen. Bevor ich jetzt irgendwelche Kassetten abspiele. Gehe ich natürlich jetzt runter im Keller. Und baue mir eine Pistole zusammen. Ah, okay. Alles klar. Er packt alles hin. Zack, zack, zack. Pistole. Alt und zuverlässig. Ist schon lange her, dass ich zuletzt so eine benutzt habe. Ja. Achtschutz, Alter. Achtschutz. Why? Aber es gibt ein destrügerische Gefühl von Sicherheit. Mich würde mal interessieren, ob man jetzt diese Viecher, sollte es hier noch auf dem Floh sein, damit töten kann. Alter. Toller Typ. Toller Typ. Und... Warum steht denn das jetzt da? Ah, ein bisschen Ammo. Nice. Oh, ist aber... Oh. Semi-gut zu sehen. Pistole plus Fass gleich... Boom. Alles klar. Dann probieren wir das doch mal. Oh, okay. Okay. Also, die Pistole scheint recht wehrhaft gegen diese Viecher zu sein. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hier können wir jetzt die Band reinhauen. Haben wir ansonsten noch irgendetwas? Nö. Wir haben bloß... das Tape. Na dann, Virginia. Okay, der Raum verändert sich wieder. Und... Diesmal eine leichte violettleuchtende alte Tür. Interessant. Da leuchtet. Leicht violett. Das ist krass gemacht. Das ist wirklich krass gemacht. Okay, ich denke, trotzdem hast du die Taschenlampe. Hüpf. 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 Es ist einfach so schade, du weißt. Es ist nicht fair. Ich habe Essen und Sachen von Edens Grove für mein ganzes Leben bekommen. Sie erwarten mich, dass sie einfach okay mit dem die Stadt verhören und mich zu kaufen, zu einem Ort zu kaufen. Das macht mich wirklich schade. Bin ich verrückt? Ich bin verrückt, oder? Nein. Veränderungen wie diese können uns nicht komfortabel sein. Edens Grove war sicherlich ein Stapel der Gemeinschaft. Okay, alles klar. Ja? Da drüben müssen wir hin. Da kommen wir aber nicht hin. So, ja. Was ist der Virginia zugestoßen? Ja, das ist krass. Ich habe auch jemanden im Freundeskreis, der hat wirklich arge Probleme in wirklich großen, belebten Läden einzukaufen. irgendwie. Also der fährt lieber am 23 Uhr an der Tankstelle, wo niemand drin ist, außer der Verkäufer. Nur um keinen Menschen Kontakt zu haben. Das ist wirklich... Das ist wahrscheinlich... krass. Das ist jetzt auch nicht wirklich rational erklärbar, ne? irgendwie. Also in seinem Falle bei ihr weiß ich jetzt gar nicht, was so ist. Okay, und ihr versucht halt natürlich so ein bisschen so mit dieser Konfrontationsgeschichte mit der kontrollierten... Ich kann jetzt da wirklich rüberspringen, da wird ja in die Hose hier. Oh! Ui, 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 Boah, okay. Scheinbar erfahren wir wirklich über die Kassetten halt anscheinend die Geschichte unserer Patienten. Da schmeckt man halt offensichtlich auch was. Wenn du sie brauchst. Was ist denn der Homa-Markt? Eingangsbereich. Erkunde den Homa-Markt. Die Mucke ist wirklich geil. Aufgrund eines vorherigen Vorfalls ist der Homa-Markt vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Homa-Markt. Toll. Nice. So. Hm, wieder ein Schnapp-Kratz-Baum. Ganz toll. Da, haben wir da was drin? Ich brauche einen Euro für den Wagen. Oh nein, um da ran zu kommen. Oh nein. Oh, scheiße. Ist da kein Schlüsselanhänger bei, wo so ein Bank-Chip dran ist? Sag mal. Und hier gehen wir nicht durch. Okay. Da haben wir C's verschlossen. Da haben wir C's verschlossen. Mhm. Okay. Oh. Alles muss raus. 50%. Das sieht auf jeden Fall schon mal echt groß aus. Groß und dunkel. Nicht gut. Blöde Kombination. Fangen wir hier noch um. Oh Gott. Zettel. Meine ich das nur oder wissen diese Türen, wann ich nicht hinsehe? Rufen Sie sofort den Mechaniker für die Türen an. Ich trinke in Papierkram wegen dieser Untersuchung. Anderson. Mr. Anderson. Ah, okay. Türe schließe ich. Also wenn wir hingucken oder was? Scheint so. Na dann. Oh, wir sind drin. Yay. Die Eingangshalle. Na toll. Wie ihr seht, schubst ich gerne einen Großwagen. Na, das wird ja toll. Das wird ja schau. Foto. Jawohl. Okay, wir brauchen anscheinend echt immer viele Münzen hier. Aber so eine Foto-Boost-Box finde ich halt mega cool. Und so mit Freunden unterwegs sein abends. Und dann, wenn so ein Ding da steht. Ist das eigentlich obligatorisch, dass man ihn geht, ne? So, finde ich denn hier, muss ich jetzt hier wirklich in den Wagen nach so einem Euro gucken oder was? Oh man, wir haben die niedrigsten Preise. Garantiert. Shorizo 42 TV von Shinitsu. Oh ja, schön. Shorizo Fernsehen. Wunderbar. Gibt's einen scharf und nicht scharf. Ein Jahr lang hier auf alle Elektro-Einkäufe. Über 100 Dollar. Bonobo. 27 Zoll. TV mit eingebauten Videorekorder. Das ist ein paar Teile, Alter. Sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle Schnurrlos, Telefone. 20% reduziert. Sehr geil. Sehr geil. So. Hier kommen wir nicht durch. What? Ist das okay? Ist das jetzt Geist oder was? Äh. Ist er sich gerade bewegt? Horge? Horche? Alter, der bewegt sich doch. Oder? Der stand doch jetzt gerade noch hier. Und davor stand er hier. Oh. Toll. Ganz schau. So. Finden wir hier noch irgendetwas? Ne. Toller Laden. Kantine. Batterie ist schon mal ganz gut. Offiziere! In so ihrer eigenen Sicherheit. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochen nur Sachen rum. Offiziere. Ja, das ist nicht gut. Ines. Fuck, Alter. Okay, ich... Komm es denn nirgendwo lang hier? Überall alles zu? Es ist unrealistisch verhaltbar. Es ist unfassbar haltbar. What, 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 what? Dave. Oh. Oh, es ist wirklich, wirklich unheimlich. Seit dem Vorfall ist hier ein komisches Gefühl. Irgendetwas geht vor sich. Und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Samantha. Die ist so ein Spiegel. Oh, die ist so ein Spiegel wie aus Visage. Ganz schlechte Erfahrung mit. Ganz schlechte Erfahrung mitgemacht. Oh, fuck, fuck you. Mann! Oh! Oh! Was? Ah! Locke die Beobachterin zu den Spiegeln. Viel übrig. Reflektieren und sehr scharf. Kann ich jetzt mal duschen? Oh, yes! Jetzt kann ich einfach mal duschen. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Los Amos. Sie kann ihren Anblick nicht ertragen. Ich mache ihr da keinen Vorwurf, aber sie muss die Welt eben sehen, wie sie ist. Hilft ihr darüber nachzudenken. Zeig ihr, was sie sehen muss. Okay. Oh nein, Alter, nein! Nein, kann ich mich jetzt hier nur... Ach du Scheiße, ich darf die nicht angucken. Das ist so Mendusa-mäßig. Ah, okay, okay, okay. Da sind die Spiegel. Und wir müssen Viere noch zerstören anscheinend. Na, cool. Das glows da mal so nach. Wartung. In den Lüftungsschichten über der Elektronikausstellung gibt es Ratten. Das erklärt den Geruch. Wir können die Ausstellung nicht öffnen, bis alle Lüftungsschächte gesäubert wurden. Zumal sie direkt über der Spiegelfläche sind. Gehen Sie Ihren Kompressoraum im Ostflügel in die Lüftungsschichte und säubern Sie alles. Anderson. Von einer... Ja. Von einer. Hm. Okay. Darf ich jetzt hier nicht rüber treten? Oder... Müssen wir jetzt gucken hier, oder was? Da steht was. Not my fault. Nicht meine Schuld. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße. Ist das der blaue? Also die türkis-azurfarbene? Not my fault. Leave me alone. Ja, das würde ich gerne. Aber... Möchte ich auch nicht. Oh Gott. What? Entspann dich doch mal. Da hinten ist er, oder was? Okay. Okay. Scheiße. Oh scheiße. Na, das ist ja toll. Das ist ja super. Ganz, ganz toll. Oh shit. Da ist der nächste Spiegel. Aber ist interessant. Ne? Hast du nicht die Scherbe davor? Kann sie dich grabeln? Und hältst du dir die Scherbe vor? Kann sie sich anscheinend nicht angucken. Kann ich nicht angreifen? So würde ich das jetzt mal interpretieren. So, wo ist sie? Kann man sie noch sehen? Da hinten ist er. Kann ich denn jetzt diesen Spiegel kaputt machen? Seht nicht so aus. Kann ich raufschießen? Na, guck dich doch ja nicht an. Okay. Also ich kann den Spiegel nicht zerstören. Muss sie auf mich losgehen? Oder? Also der Spiegel ist vorhin durch sie kaputt gegangen. Nicht durch mich. Also muss ich sie anlocken? Was? Was? Oh, was? Was? Oh, ah, ah, ah! Oh, ah! Was? Wo ist er? Oder hinten? Jetzt mach halt schon den Spiegel. Komm! Wie, wie, wie muss ich die jetzt hier herlocken? Oh, damn! Oh, nee! Das sind noch zwei Spiegel. Kann ich die durch Geräusche anlocken? Ah, die Musik ist aber auf jeden Fall mega geil. Also ich muss nur sagen, so bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht über das Spiel. Was, 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 was? Es ist aber wirklich, wirklich heftig gruselig. Und er hätte wirklich nicht gedacht, dass das so gruselig ist, weil das halt einfach so bunt ist. So, jetzt komm halt her. Boah! Oh, 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 okay. Ich hasse mich. Schlüssel für Ostflügel. Okay, da steht Wartungsflügel Ost. Super. Alles klar, also sie muss definitiv die Spiegel kaputt machen. Ist das hier mal dunkler oder was? Oh, steckt sie. Nicht zu sehen. So, ist das hier, wo man hier stand doch gerade? Oh, ist das fies. Also, die Manne kann es bewegen sich. Ganz geil. Ich stehe total drauf. Es ist total toll. Super. Wunderbar. Oh, da ist sie. Sie zieht sich. Okay, ich muss... Sie fühlt sich auf jeden Fall getriggert, wenn ich sie ansehe. Das hat mir jetzt, glaube ich, Leben abgezogen, oder? Könnte das sein? Oh, was haben wir hier? Verwende deine Spiegelscheibe, um welche Gegenstände oder Bedrohung zu finden. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Ein besser. Ist zwar immer noch nicht, was hier so hellblau leuchtet. Als eine A2-Fing und eine Münze schlagen, kombinieren wir den Verkauf unserer neuen Postkartensammlung mit unserem frisch geprägten Romamart-Münzen. Kunden, die eine bestimmte Menge Postkarten an der Kasse kaufen, erhalten je eine Romamart-Münze. Ist das nicht herrlich kreativ? Ihre individuellen Beträge werden unten am Kassenzettel aufgeführt. Postkarten im Angebot. Romamart-Postkarte, allgemeine Abteilung bei der Kassen. Ekaus Point-Postkarte, allgemeine Abbildung bei der Elektronik. Meier-Postkarte ist ein Fotoautomat. Ah, okay, alles klar, da findet man die Dinger. Und Elysium State Park, Milch- und Fleischabteilung. Ein Gegenstand kann mehrmals gescannt werden, Anderson. Okay. Das heißt also 4 Dollar. Ja, da sind wir ein Itemscanner. Nichts. Und da müssen wir das scannen. Okay, hier haben wir nochmal die Romamart-Karte. Wir sind hier. Und wir haben einen Schlüssel für den Ostflügel. Okay. Das sieht einfach nicht besonders einladend aus, ihr Lieben. So, hier haben wir ein bisschen Ammo. 3,99 Euro. Okay, hier haben wir einen anderen Preis. 2,50 Euro. Also, wenn ich das Schreiben jetzt richtig verstanden habe, müssen wir diese Postkarten suchen. Diese Postkarten können wir hier bei den Kassen benutzen. Um dort Humamart-Münzen zu bekommen, die wir zum Beispiel für die Fotoboost-Box benutzen können. Würde ich jetzt mal sagen. Oder um den Einkaufswagen zu zählen. Ich weiß es nicht. Ah, ja hier. Hallo, hallo, hallo. Eingangsbereich. Sehr schön. So, eine Münze hat man nicht gefunden. Ich würde mal gucken, ob ich jetzt... Hier hinten war ja quasi der... Die Fotoboost-Box. Postkarte. My Pharmaceuticals. Auf dem Preisschild steht... Auf dem Preisschild steht... 50 Cent. Alles klar. Okay. Wir hören mal ein bisschen, ob die... Ach Gott. Wird das da blau? Wird es da gelbe? Da ist er. Komm hier aber nicht drin. Dave. Dave hilft mir mal so ein bisschen, halt das Gefühl. Lass mich, lass mich, lass mich. Okay, alles klar. Uh, 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 uh. Schweingart. Easy, easy, easy. So. Aufenthaltsbereich. Knusper, knusper, knusper. Das nicht. Was haben wir hier noch? Essen, essen, essen. Und... Oh, da ist er. Oh, da ist er. There it is. Romamark-Postkarte. Noch eine Postkarte. Schön. Da fehlen jetzt noch zwei. Muss mal ganz kurz schauen. Äh, zwei Dollar und fünfzig. Okay. Wenn wir denn irgendwo... Fünf Dollar. Ah, alles klar. Dann hat es so funktioniert. Also wir müssen auf jeden Fall auf den Betrag kommen, der unter dieser Kasse steht. mit den Karten. Und wenn ich das recht verstanden habe, kann man die Artikel jetzt mehrmals scannen. Super cool. Alles klar. Und jetzt haben wir schon zwei Münzen. Nice. Das muss da auch gehen. Damals haben wir die dritte, aber das war hier so ein krummer Betrag, wa? 3,90. Ja, nee, da fehlt uns ja noch was. Okay, also wir haben drei Romamark-Münzen. Und könnten... Warte mal, hier vorne... Ist der Einkaufswagen. Jetzt will ich mal gucken, ob der hier passt. Patat. Ja, er passt. Und? Kannst du das jetzt hier wegschieben? Vitalix C. Erhöht deine Gesundheit mit jeder dritten Pille. Ach, cool. Nice. Okay, gut. Na, dann würde ich jetzt mal zur Fotoboostbox gehen. Wettwärts durch. Eingangshalle. Fotoboostbox. Oh. Success. Ist das mal ein Foto? Bitte recht freundlich. Oh. Oh, ist einer hinter mir? Oh. Oh. Ah, Dytektynol. Erhöht deine List. Sehr schön. Ja, geil. Könnte ich das jetzt hier nicht nehmen? Nee, kann ich nicht. Okay, cool. Eine Münze haben wir jetzt noch. Können wir dann irgendwo diese jetzt benutzen? Oder wir können auch erstmal in den Westflügel. Da hinten ist er. Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne erstmal vielleicht auch noch einen Spiegel kaputt machen. Die hat mich jetzt echt getroffen, ne? Shit. Ist nicht so schön. Die Sicherungsbox. Okay, brauchen Sie sich mal irgendwo. So, den Spiegel hat sie schon gekriegt. Damn. Hier bin ich jetzt da. In die Elektronikabteilung komme ich nicht rein. Geradezu komme ich nicht durch. Muss ich jetzt wirklich erst durch den Kassenbereich, um zum Westflügel zu kommen? wieder. Scheiße. So, aber was ist das hier vorne? Postkarte. Ah. Ein Dollar. Okay, damit komme ich jetzt auch noch nicht weiter. Ich brauche wirklich die für nur 90 Cent. Entscheint. Was ist das blaues hier? Ja. Munition. Ja. Ja. Okay, der ist... So, kurz mal orientieren. Also, du bist hier wirklich anscheinend in der Psyche von Virginia. Und die hat's mit Spiegel, ne? Wir waren ja in ihrer Wohnung, wo alle Spiegel kaputt gemacht worden sind. Wo ist er? 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 Okay, da komme ich auch nicht rein, ne? Da komme ich nicht rein. Habe ich das schon gelesen? Halt er den Spiegel, schau dir ins Gesicht. Okay, da ist der Kassenbereich. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, hol bloß ab, du. Alter, glaub ich hier wie scheiß Falschgeld rum. Okay, die Condi ist halt echt runter. Irgendwie müsste ich mal zusehen, dass ich die ein bisschen aufgepimpt bekomme. Hier war der Kassenbereich. Shattered. So, hier vorne haben wir den Westflügel. Ich würde mir ganz gerne nur nochmal schnell vorher hier vorne was zu essen empfeifen. Hey, 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 ohne sowas. Weil mir geht es nicht so über. So, okay. Und ab in den Wartungsostflügel. Nicht Westflügel. Kann ich damit, kann ich auch damit kaputt machen. Na klar, mit einer Glasscherbe zentnerdicke Bretter durchdremmeln. Das ist meine, das ist mein Ding. Safe. Batterien. Sehr schön. Unfallbericht des Polizeireviers von Wilton Haven. Datum des Berichts 26.03.1997. Zeitpunkt 16.12. Ort des Geschehens. Hummermacht. Ansprechpartner Mr. Anderson Parker. Opfer. Virginia Rule. Adresse 15 Warden Avenue North. Geschlecht weiblich 25. Geburtsdatum. Na ja, babababa. 72er Bauherr. Schilderung. An einem Mittwochnachmittag erhielt die Polizei. Erhielt das Polizeirevier einen Anruf von Mr. Anderson Parker, die Manager des Romamarkteinkaufsmarktes. Er meldete eine völlig verstörte Frau, die schreit, diverse Gegenstände im Laden zertrümmerte. Einsatz schickte ein Team. Okay. Wo ist der Telefon? Hier ist der Telefon. Eine gestrumpene Frau, die sie herkamen. Das war sehr die Weg, um zu sagen, dass sie aus ihrer Meinung war. Du könntest ihr ihr helfen. Du wüsst, wie. Aber du warst zu viel, um zu sehen, an ihre Schmerzen zu sehen, nicht wahr? Und safe. Ah, okay. Wir haben leider die Kombination nicht. Von daher, schlecht. So, Taschenwappen nehmen wir mit. Oh, was haben wir hier? Ich frage mich, was er zu verbergen hat. Ein genauerer Blick in den Spiegel könnte seine Sucht zeigen. Versuche nur, seine Sucht nicht zu deiner zu machen. Kryptisch. Überwachungsraum. Hier noch. Gott sei Dank gibt es jetzt CCTV. Ich kann damit nicht nur die Flaganti erwischen, aber dank meines kreativen Intellekts vergesse ich nie wieder den Zugangscode zu meinem Tresor, der eingebettet ist. Versteckt durch die Linse der Sicherheitskamera. Großartige Leistung, Henderson. Großartig. Okay. 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 Cool. Cool. Stift und Haftnotizzettel. Einen Haufen Haftnotizen finden. Dein Stift. Keine Ahnung, was ich damit soll. Okay. Okay. Na, schlimmst du jetzt mal ein paar. Ah! Oh! 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 Der Penner! Der Penner! Alter! Oh! There's no power. There's no power. Ja. Oh! Oh! Was war denn das gerade? War das der Typ vom Telefon? Stimme aber gleich. Batterie. Aber klar. Was mache ich denn? Okay. Der Drucker geht ein bisschen doller ab. Da kommen wir nicht durch. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh! Mitarbeiterraum. Ja, schön. Kommen wir auch nicht durch. Alter, du kannst dir diese Überwachungskamera missglauben? Kannst du diese Überwachungskamera missglauben? Muss er uns wirklich alle die ganze Zeit im Auge behalten? Dieser Kontrollfreak kann mich jetzt wahrscheinlich in seinem Büro sehen, wie ich das hier schreibe. Vielleicht hat mal einer einen Mitarbeiter in die Kasse gegriffen. Aber so etwas würde ein Pilot nie machen. Richtig? Dave. Nothing. Nothing. Vitaluxé. Okay. Deine Gesundheit. Schön. Eine Pille noch und dann haben wir es etwas erhöht. Das ist so cool. Okay. Okay. Ja, das sieht nicht gut aus. So, okay. Was tun wir denn noch? Darf wir feuern? Fuck. Bitches. Der hat doch gesessen. Sehr schön. Okay, alles klar. Kompressorraum. Kompressorraum und... Stromraum. Was ist der Stromraum? Okay, alles klar. Erwartungsfühle. Er ist blockiert von der anderen Seite. Blockiert von der anderen Seite. Hier haben wir noch eine Batterie. Die nehme ich mir gleich. Okay. Okay, okay. Sicherungskassenanweisung. Dieser Sicherungskasten ist mit folgenden Räumen verbunden. Büro, Managerbüro, Überwachungskamera. Aha. Gang. Mitarbeiterraum. Kompressorraum. Jeden Schalter benutzen, um den Stromkreis im angegebenen Raum einzuschalten. Der Strom wird im Kasten von links nach rechts verteilt. Warnung. Funktioniert in einem der Räume der Strom nicht, wird auch der Raum rechts daneben kein Strom erhalten, bis die Fehlfunktion abgeschaltet wurde. Okay, alles klar. Ähm, wir wollten, der Überwachungsraum war M. M würde ich gerne einschalten. Schauen wir doch mal, ob der jetzt Saft hat. Ja, hat er. Hat er, wie schön. Nächster Kamerawexel. Okay. Ersatz. Die Zahlen sieht man über die Kamera. Hier sieht man jetzt eine Zahl. Ist hier vier? Oh! Ihr Alde! Hier haben wir eine Eins. Oh, krass. Eine Fünf. Und eine Zwei. Also, vier. Eins, fünf, zwei. Schauen wir doch mal, ob das hier noch haut. Äh, vier, eins, fünf, zwei. Uh, yeah. Ein Vitalix. Na, geil. Was ist denn, oder? Erhöht den Tempo. Nice! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Alles klar. Wir sind mit der Gesundheit schon um ein Level aufgestiegen. Und mit List. So, hier hat sich der Drucker jetzt mal ein bisschen ermöglicht. Geht denn ab? Alter! Die Ausdauer nochmal um drei erhöht. Sehr cool. So, finden wir hier noch irgendetwas. Entschränken ist nichts. Ich muss sagen, das hat so ein bisschen so leichte Fallout-Allüren für mich irgendwie. Ja, das ist so alte Bürogebäude durch Streifen irgendwie. Alles so ein bisschen verortet, vermodert und halt schon echt runtergekommen. Sehr cool. Die Musik erinnert mich auch etwas sogar ein bisschen daran. Ist etwas ähnlich. Derzeit, jetzt gerade. So, Mitarbeiterraum. Können wir nochmal probieren, dass wir jetzt im Mitarbeiterraum das gewuppt bekommen. So, warte mal. Schauen wir mal hier erstmal rüber. Schauen wir hier. Munition. Hier zu. Klick, klick. Nicht durch. Hier war er auch verdremmelt. Ja, blockt from the other side. Genau. Die nehmen wir mit. Was haben wir hier? David, du dumm Kopf. Hast du schon wieder deine Lochkarte im Gericht stecken lassen? Bist du wirklich so dumm? Ich hab sie dir in deinen Spind geschoben. Erneut. Ines. Okay, gut. Jetzt müssen wir irgendwie den Mitarbeiterraum anscheinend in Gang bekommen. M. Ach so, alles klar. Gut, dann machen wir es anders. Machen wir es so. So und so. Und dann würde ich sagen, dürfte jetzt Hier haben wir noch Strom. Warum ist hier jetzt immer noch Strom? Ich hab mich gerade verguckt. Mitarbeiterraum. Ist da die Umkleide, oder? Oder hab ich da jetzt etwas übersehen? Nö. Machen wir alles aus. Da kennen wir ja nix. Da kennen wir ja nix. Oh ja, und was dann? So, okay. Es hat einen kleinen Komponenten. Die Frage ist jetzt, der Automat ist aus. Normalerweise dürfte jetzt eigentlich nix passieren, ne? Sagt es mal trotzdem probieren? Ihr sagt alle ja? Okay. Kann ein Fehler sein, aber... Okay. Okay. Ja, der tut er. Das tut er. So, hier haben wir noch... Ach, guck mal. Wir können jetzt bis 105 hochgehen. Das ist cool. So, hier haben wir... Schlüssel. Krieg jetzt den scheiß Schlüssel, ja? Na! Mann! Mann! Oh Mann! Nee, oh! Danke, Dave! Super, Dave! Die Lochkarte. Danke. Danke, Dave! Oh shit, Alter. Das ist ja... Das ist ja fies, ey. So, finden wir... Ja, hier finden wir was. Sie hat einen Jungen erwähnt. Ich sah in den Abendnachrichten. Er sagte... Sie war immer ein bisschen verrückt. Wir wussten nur nicht, wie sehr. Okay. Herrschaftszeiten, Alter. Auf den noch spinnen dürfen. Mal angenommen. Mal angenommen. Ich schalte... Jetzt... Oh! Oh! Okay. Also ich war gerade nicht allein. Zwei von denen, Alter. Aber... Ihr heulst. Die Freunde. Schön rasiert. So. Schalte ich mal alle hier ein. So, machen wir es so. Der Automat hat jetzt vorne Strom. Wenn ich jetzt an den Automaten rangehen würde... Liegt er jetzt irgendwo drin? Ja! Yes! Aber ich kriege Power abgezogen, wa? Sterbe ich jetzt mit Ema oder kriege ich einfach nur Power abgezogen? Ich probiert. Ich probiert. Ich zieh durch. Ich zieh durch, Mann! Oder... Könnte auch völlig clever sein und jetzt einfach mal sagen, gestalte ich den Strom hier aus. Guck mal. Quasi so. Immer noch. Das ist aber... Okay, 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 okay. Oh, ich reich mir aus. Also. Das war zählt. Fasylüde! Und Tempo ist einmal voll auf Level 1. Sehr geil! Jetzt wollen wir ein bisschen ausdauern. Dann werden wir da auch auf 1. Das ist natürlich sehr schön. Und du kommst hier rein. Oho. Mh. Was tut wieder, Dave? Nee, Jorge. Da muss ich hoch. Ja, komm. Ach, das ist schon... Schon witzig. Und wie soll ich jetzt auch kommen? Natürlich. Natürlich. Danke, Jorge. Und? Bei Fallen. Ja. Ich muss mir nochmal helfen, Kumpel. Jetzt klebert der da runter. Ist doch fürchterlich. Problem ist, wenn ich... Nein! Nein, Mann! Nein! Das ist gut, das kann ja schön geschnitten werden. Kann ja mal... Mh, weil ich so springe. Einfach nur. Das ist natürlich der Sprung für den Arsch. Das heißt, ich muss mit Anlauf machen. Nice! Hier hätten wir noch mal eine schöne Batterie. Kann ich jetzt eigentlich mit der Scherbe? Also das wäre schon... Eine schön starke Scherbe. Das ist kein Quatsch. Naja. Gut, ich möchte mich jetzt nicht darüber beschweren, was jetzt hier unrealistisch ist und was nicht. Was haben wir hier? Solid Snake, gehen wir hier mal durch. Warten. Was, wo kommen wir jetzt hier hin? Oh! Da war er gerade in die Sicht, oder? Oder spinnig? Oh Mann, ey. Oh, der nächste Spiegel. Ja, toll. Alles klar, ich glaube, ich bin in der Elektronikabteilung. Gut, machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Die Frage ist, wo ist sie wieder? Okay, wir setzen es nicht. Aber doch hier. Hier brauchen wir auch eine Sicherung. Nein, kann ich jetzt hier hinspringen? Nein. Nein. Die Sicherung, wunderbar. Ähm, nothing. Kein Saft. Komm ich mal ganz kurz hier vorne nochmal um. Äh, ja, ja, ja. Schau. Don't staring at me. Das ist ein fucking Duster hier überall. Ich hab's hier vorne. Schön. Noch zu naschen. Na, 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 na. War doch wieder der RTL. Du Scheiße. Okay, eine Batterie. Porke, Sie müssen die Shinitsu-TVs noch auspacken und schön präsentieren. Passen Sie besonders mit unserem Kronenmobil auf den neuen Shinitsu XXL. Schalten Sie dann alles über den Schalter an der Tür ein. Achten Sie darauf, dass der Strom da ist. Anderson. Aha. Alles klar. Nice. Mann, 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 Mann. Achso, äh, nee, warte mal. Wir müssen ja erstmal die Sicherung und worin machen. Und das war... Ja. Du kommst da rein. Und jetzt können wir hier vorne den Strom anschalten. Oh, wie schön. Ja, okay. Ich kann jetzt quasi an oder... Ui. Stuhl mit Nachricht. Verurteilt, beobachtet und angestarrt werden. Das sind die Dinge, von denen sie mir alle Kraft entkommen... Äh, mit denen sie mit aller Kraft entkommen wollte. Wir haben sie immer angestarrt. Don't block it, babe. Okay. 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 Cool. 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 Nicht angestarrt werden. Okay. Nein, der Kräuter. Okay. Und der letzte. Oh, oh. Und da ist er. So, dann kommen wir zu mir hier. Ja, du willst dich verstecken. Die Welt ist besser ohne die Zerbrochenen. Sie bringen Schmerzen und fügen anderen ihrem Schmerz zu. Bist du auch ein Zerbrochener? Hm. Gut, question next question. Tja, wenn man sich die Frage mal selber stellt. Also zerbrochen ist man wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, wir tragen alle den anderen nur ein Päckchen mit uns. Okay. Ich glaube, hier müssen wir kurz nochmal die Sicherung groß zahlen. Und dann... Jawohl, können wir hier durch. Fantastisch. Crouchen. Die Schenize-Aussteller. Mitarbeiter. Die meisten neuen Spielzeuge gingen beim Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken. Bis die neue Kollektion eintrifft. Wenn sie da nicht rein. Er wird derzeit als Lagerplatz benutzt. Das stehen ungeöffnete Kartons rum. Und ein Spiegel ist dort drin. Anderson. Ehrlich gesagt, gruselige Schlichter-Schwingungen. Ja, schön. Was haben wir hier? Mom machte das Abendessen. Aber es setzt in einem Eisschrank. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag. Also brachte ich ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hatte er immer Mut. Jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Ich? Mir geht's gut. Alles okay. Dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich in einem seelenlosen Abfall. Wohlt. Wohlt. Es ist ein klein, rückwärtser Schlot. Okay, alles klar. Wir haben was gebracht. Oh nein, Scheiße. Ich brauche eine Kugel. Ich arbeite nicht. Ist nah drin. Ist er einen Schlüssel? Was ist ein Schlüssel? Da braucht man eine Münze. Na dann machen wir das mal. Ah, und wir sind hier. Alles klar. Alles klar. Geh den hier hin. Blocked from the other side. Heißt, also. Warte mal, wir haben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich denke, sie wird wieder hier sein. Da ist er. Genau hier will ich mich hin. Es ist eine Fusebox. Es funktioniert. Okay. Okay. Offiziere. Ah. Er wandert doch schon. Und da ist... ... ... ... ... ... Sieht ihr mich jetzt? Sie war doch nach vorne, ne? Wut, 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 wut. Come on. Ah, du bist kaum... Come to me. Hier, schönet. Maybe later. Maybe later. Patron. Hier, schönet. Nein, Mann. Über dich lacht doch, Kinder. Entspann dich doch mal. Postkarte. Für 1,99. Da haben wir sie. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und damit könnten wir auch... ... ... ... ... ... ... ... Mission. Und vertrieben in die kleine Schönheit. Das Problem ist, ich muss sie hierher locken. Hier muss er her. Hier muss er her. In der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Spiegel oder ein Schlüssel dahinter ist. So. Na, was kann ich her? Ah, damn. Ich bin immer anscheinend ein bisschen zu schnell. Na los, dann Geister mal ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt. Auf geht's. Wuhu. Schlüsse zum Westflügel. Sehr geil. Okay, hier vorne ist die Karte. Äh, die Kasse. Und hier ist unsere Münze drin. So. Das, was wir jetzt machen. Die ziehen wir da rüber. Und die ziehen wir da rüber. Hier ist unsere letzte Münze. Sehr schön. Sehr schön. So, lass mich kurz schauen. Äh, bei dem Spielzeug. Das war da vorne. Könnte jetzt, nee, könnte glaube ich nicht. Könnte nicht ganz rumlaufen. Irgendwas tatsächlich wieder durch die Kutine. So, okay. So, okay. The door to the west wing is locked. There's a keyhole. It fits perfectly. It fits perfectly. Und... Auf in den west wing. Da war schon. Hey, 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 hey. Da war doch eine Puppe drin, ne? Oder? Oh. Okay, okay. Okay, überhaupt ja nicht stressig. Ah, Jungs, entspannt euch mal, entspannt euch mal. Okay. So. Was haben wir denn hier? Bei einem Treffen am Tatort hatte sich die Verdächtige bereits selbst eine Stichwunde im Abdomen und eine tödliche Wunde quer durch ihren Hals zugefügt. Der Mutanz wurde gerufen und der Tatort wurde mit Zeiband für die Untersuchung gesichert. Die Verdächtige wurde als Mrs. Virginia Rule identifiziert, die offensichtlich damit Probleme hatte, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Und oder ihr eigenes Spiegelbild zu sehen. Sie wurde am Tatort... Ja, die Frage für mich ist immer noch irgendwie, wen verkörpert dieser Typ irgendwie? Okay, also er muss ja irgendwas abgrundtief Böses sein. Aber wer ist er? Who's this guy? So, wir sind hier. Okay. Der Kühlraum. Ach, Kühlraum ist immer so eine Sache. What? War nicht gerade. Mal in irgendwelche Ecken hier erstmal rinschauen, irgendwie. Wenn man hier nicht irgendwas übersieht. Batterie. Batterie. Mhm, mhm, mhm. Ja. Okay. Was wäre denn das jetzt? Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir denn da hin? Jetzt kommen wir hier rauf. So gut. Und ein bisschen HP. Mutation. Und... Endoramin. Great. Ausdauer ist auch auf 1. Nice. Schöne Sache. Schöne Sache. So. Cool. Alles klar. Das hätten wir. Oh, oh. Oh, Mann, Alter. Das ist so fies. Oh, 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 Gott. Oh, Gott. Äh. Ja, da sagt erstmal alles in mir. Nope. Aber sowas von Nope. Ach, der Schande. Was ist das? Die Mama-Puppe. Schön. Muss mich raten. Oh, it's locked. Großartig. Der Typ. Na schön. Was ist das? Das kriegt einen Scheiß. Na, ist ja klasse. Na, ist ja klasse, Alter. Ist ja klasse. Was ist das jetzt, Mann? Gibt's du näher? Dave? Bist du's? Oh, Dave, Alter. Ist der geilste. Got it. Oh, krass. 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 Also, meine ich am Anfang so, ist halt eine extrem coole Spielmichte. Mechanik irgendwie, äh, ähm, großartig. Einfach großartig. Erfällt mir sehr, sehr gut. So, ich köpfe hier nochmal schnell ruf und hol mir das Essen da oben. Irgendwie am Ende wieder auf 105, Komma. Aber da muss man erstmal kommen auf den Shit. Also, habe ich eigentlich die Waffe durchgeladen? Ja. Ja. Tuck, tuck, tuck. Ist er. Oh, natürlich. Natürlich. Nur was, da komm. Ich mach's einfach so. Audi jetzt auch noch weg. Und dann. Komm ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? So, das ist ja schnell gemacht. Zack. Munition nochmal wieder holt. Fast wieder voll. Wir müssen ja nichts verkommen lassen. So, wenn ihr es jetzt richtig gesehen habt, haben wir schon zwei Figuren. Die Bruderfigur und die Mamafigur. Also die Puppe. Es ist blockiert von der anderen Seite. Es ist blockiert von der anderen Seite. So, haben wir hier irgendwas? Nein, hier können wir uns durchpicken. So, ein Verladeraum. Hm, hm, hm. Oh, das ist schon mal schön. Das ist ja schon mal schön. Da hast du sie. Zündschlüssel. Nice. Bisschen Futter. Neue Batterie. Ist auch immer gut. Okay. Okay. Okay, wir sind jetzt im Ostflügel. Alles klar. Jetzt wollen wir bloß noch einen Verladeraum. Mann, dieser Typ, alter. Das sind Chips. Das sind Chips. Okay, alle klar. Ja, nur ein paar Tonnen, die man zerstören könnte. Das ist der Ignition-Keylock. Das ist der Ignition-Keylock. Okay, kann ich jetzt fahren? Ja, Gabelstaplerfahrer Klaus, sagt er nur. Jo, das Tor scheint immer wieder zu klemmen, nicht aufzugehen, muss eine Störung der Stromversorgung sein. Vergiss am besten nicht den Trick mit dem Gabelstapler, den ich dir gezeigt habe, aber bitte sehr vorsichtig, Dave. Das ist euer Trick, das Ding hier gegen dremmeln zu lassen und dann hochzuwuppeln. Da stand gerade einer. Mann, 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 Mann. Okay, hier haben wir ein bisschen Batterien. Da kommen wir durch. Oh shit, okay. Alter, drei Leute? Ist da nicht euer Ernst oder was? Sehen die mich hier? So, Freundchen. Cool. Ah, die wussten schon, warum sollte ich ja alles hinpacken? So. Ich komme zurück, wenn ich es brauche. Aha, okay. Wir müssen da hinten laufen. Was haben wir hier? Oh Mann, ist das gruselig hier drinnen, ey. Diese engen Gänge. Vorhin mecker ich noch so groß und weit und gruselig. Die ist alles gruselig einfach mal. Schön. Wisst, haben wir ein bisschen erhöht. Nach Aussage von Mitarbeitern und Kunden schienen Miss Rules eine Panikattacker zu erleiden, die zum versehentlichen Zerbrechen eines Spiegels führte. Aufgrund des Fehlreaktionen der Menschen um sie herum eskalierte die Lage um Miss Rules nahm sich mit einer Glasscherbe des Spiegels das Leben. Es gab keine Anzeichen für ein Fehlverhalten anderer. Allerdings vermute ich, dass sie mit einem der Mitarbeiter, ein gewisser Dave, eine Affäre hatte. Ach Mann, Dave. Werde dazu noch Befragung durchführen. Benachrichtigt. Datum. Aha. Miss Jammer Rule, die Mutter anscheinend. Ja, beziehungsweise Opfer, Mutter. und Ruben. Natürlich. Klasse. Ja, die Mutter gibt uns die Schuld dafür. Was? Ha! Mann, der ist aufhörnig damit. Das Augenraum. Ist voll. Oh, dort der Puppe liegt im Müll. Eine Puppe übrig. Was? Meine Puppe ist noch übrig. Ach stimmt, das war die... Oh, was ist das? Wie dramatisch. Sie nannte sich tatsächlich Abfall. Ich weiß nicht, warum mich das so überrascht. Ach... Scheiße. Ach... Ok, wenn wir... Lauf... Ich mal.. Ah... Aha, ok alles klar. Und wir haben alle Puppen. Oh, der Papittchen. So, jetzt laufe ich mal raus wieder. Hier nehmen wir noch die Flumpti-Bumpti. Das können wir nicht nehmen. Und die sind zu. Okay, die sind zu. Das ist nicht so schön. Geh hier hoch. Ganz kurz durchs Dunkel rennen. Eine Sache würde ich nämlich ganz gerne noch prüfen. Also, hier sind wir jetzt wieder am Flur. Ja. Kommen wir jetzt hier durch? Ja. Sehr schön. Und zwar war da oben noch was. Das hat aufgeblinkt. Das da. Von innen bin ich nicht durchgekommen, weil die Leiter kaputt war. Ah, warte mal, warte mal. Plattform. Hör mal, einen Plattformer wie mir. Machst du da auch noch nicht vor. Hör mal. Was haben wir denn da? Faszinoide. Sehr schön. Tempo plus eins. Was haben wir hier noch? Batterie. Und ein Anruf. Blutspiel in Aisle 4. Blutspiel in Aisle 4. Somebody get a mop. And maybe a better therapist. Ja, tatsächlich stellt mir das extrem krass vor, wie du dich davon distanzieren musst, wenn du Therapeut bist irgendwie und du hast wirklich einen Patienten, der sich das Leben nimmt. Wie ist damit um? Also klar, du kannst halt nicht allen helfen. Aber das stellt mir sehr, sehr schwer vor. Wirklich. Da ganz klar zu sagen, es war nicht meine Schuld. So, okay. Alles klar. Jetzt müssen wir die jetzt hier wahrscheinlich in die Puppenhaus hinstellen. Man macht das Abendessen. Küche. Bei Feuer schläft Dad immer den ganzen Tag. Kicken. Feuer. Kabinen vielleicht. Ein Dachstuhl. Hat er immer Mut. Der Bruder kommt also auf den Dachstuhl. Äh, äh, äh. Und ich. Mir geht's gut. Alles gut. Dann Unglück. Da ich böse bin, bin ich ein sehnloser Abfall. So. Okay, bei der Tochter müssen wir mal schauen, wo die hinkommt. Machen wir erstmal Taschenlampe an. Oh je. Na ja. Dann würde ich mal fast da. Das ist ein kleiner Schlot. Da. Ja, das sieht nach Feuer aus. Da kommt Papa hin. Hier ist die Küche. Mother. Dä, dä, dä. Und der Bruder kommt auf den Dachboden. Jetzt. Das war der Tag. Sie zog den Spieger am Schminktisch ihrer Mutter. Das ist eine Halterung. Der Geschmack von Blut und Lippenstift liegt in ihrem Mund bis zu ihrem Tod. Oh Mann. Krass. Okay. Aha. Na, Baukling. Willst du den Bauklötzer suchen? Dä, wie schauen wir denn jetzt? Vier Stück. Soll ich da mal machen? Soll ich jetzt hier Bauklötze turmen? Oh. Ein Spiegel. Nummer fünf. Oh Teddy. Alles klar. Hier waren wir. Beiseite. Okay. Okay. Hier sind sie hin. Nein. Jetzt haben wir den da. D, E. Ich glaube, das geht. Okay. Hated. Ja gut, dann packen wir dazu hin. Okay, da ist er dann noch anders. Machen wir dazu. Sieh schon wieder. Okay. Wie ist er denn? Ah, das ist er. Oh, Mann. Oh, Mann. Shattered. Stop watching me! Ich muss! Ich muss! Ich muss! Simon! Sie wollte sterben. Nur jemand so selbstsüchtig ist wie du, wurde versuchen ihr das wegzunehmen. Ich seh mit Freuden, dass sie nicht geladen. Ich kann keine Scherbe mehr auswählen. Ich kann die. Es geht gar nicht. Es geht, dass ich dich so verheirte. Sie können jetzt wieder relaxieren. Thank you! Okay. Geh nach Hause. Okay. Okay. Ja, wir haben Geist... Wir haben ihren Geist erlöst. Oh Mann. Geist befreit quasi ihre Seele. Oh. Oh, das ist ja... Okay. Jetzt ist der Weg zurück, ja? Ich glaube, ich bin bereit. Wir können über die Schmerzen sprechen. Meine Gesichter. Wenn du möchtest, ja. Ich erhebte, dass du nicht fragst mich über sie. Ich meine, ich sehe dich an sie. Jeder macht das immer wieder. Ich verstehe. Wenn ich ein Kind war, meine Mutter... Sie hat mich für, wie, Little Miss-whatever-the-Hell. You know, like, diese Beauty-Patches. Für diese, ich war in der Hause, und ich war in der Bühne, mit, wie, ein paar von meiner Mutter. Und dann, ich... Sorry. Take your time. I just slipped, I don't know. I lost my balance, and I grabbed the mirror cabinet, and the whole thing just fell apart. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? Out. To the pageant, to school, everywhere. With a busted up base and stitches. Yeah, da sieht man mal, ne? Und wie weiß halt, der Druck von Eltern auf Kinder aushängt. She's a monster, and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred. I hate her. I hate everyone. I understand. Stop looking at me! They look like me! Okay. Oh Gott. Ja, scheinbar normalisiert sich hier so langsam und füllt sich langsam der Raum hier. Ich sehe gerade hier oben liegt die andere Kassette. Wir haben, wenn ich das jetzt so recht interpretiere, anscheinend irgendwie noch drei andere Fälle, die wir lösen müssen. Was ist das? Und hier haben wir den Ordner von Virginia Rule. Diagnose. Persönlichkeitsstörung. Nicht näher bezeichnet. Trauma durch Verletzung. Umstände der Behandlung. Die Patientin begann die Behandlung aufgrund der Disziplinarmaßnahme am College. Mitbewohner hatten möglichst suizidale Gedanken gemeldet. Die Patientin versteckt sich meistens in ihrem Zimmer aus Angst vor Verurteilung des äußerlichen Erscheinungsbildes. Persönliche Geschichte. Als Kind wurde die Patientin von ihrer Mutter Gemma Rule zu Schönheitswettbewerben geschleppt. In dieser Zeit glätzt sie unter Beleidigungen, die mit ihrem Erscheinungsbild und ihrem Auftritt zu tun hatten. Ein Unfall für ein Badezimmerspiegel auf die 6. Virginia, was zu zahlreichen Namen führt und ihren Teiligen an Schönheitswettbewerben beendet. Psychologische Notizen. Die Patientin leidet an den konstanten Verurteilung durch Dritte, die von ihrem Teilnahme an Schönheitswettbewerben trotz eines Unfalls, der zur Entstellung ihres Ersichtsführte herführt und einer nicht unterstützenden häuslichen Umgebung. Die Patientin verinnerlichte, dass in extremer Weise was zu einer starken Aversion gegen öffentliche Orte führte, aus Angst verurteilt zu werden. Die Patientin will nicht in den Spiegel schauen. Oft hat sie Wutausbrüche gegen jene, die sie für verurteilend hält. Die Patientin wurde ermutigt, regelmäßig Alltagsaufgaben zu übernehmen, die sie nach draußen bringen. Als ihr örtlicher Einkaufsladen wegen des Konkurrenzdrucks durch den Hungermart Superstore schloss, mussten die Patientin ihre Routine ändern und die Lebensmittel in einem anderen Ort mit einer viel höheren Kundenfrequenz kaufen. In jüngerer Zeit vermehrte Angstgefühle, vermehrte Angst vor Unbekannten Gefahren und Bedrohungen. Tja. Ja, da kann man mal sehen, dass so kleine Stellrädchen irgendwie ihren gesamten Haar ausrechten. Ja, irgendwie. Eine scheiß Tramödie. Ist ja eigentlich die Katze, weil die nicht noch da ist? Desmond? Darling? Oh. Wer hat das gesagt? Oh, mein Gott. Ich habe das natürlich gemacht. Ich habe das gesagt. Du kannst jetzt sprechen? Ich meine, du kannst du, dass ich immer wieder konnte, und du einfach nicht interessiert, dass du nicht sohörst. Schau, nicht mehr Zeit auf wie unglaublich das alles ist, und du kannst die Situation in der Hand. Du wirst du sterben, Desmond, wenn du nicht auf den Boden gehst, all diese... Verdammt. Du musst einfach aufhören und finden einen Weg durch das. Ich werde dir helfen, so gut wie möglich. Jetzt konzentriert. Vielleicht haben wir ein paar Antworten. Ich... ich... ich weiß nicht. Das ist verrückt. Patience, Desmond. Patience und Grace. Patience? Meine Patience? Findest du es sehr interessant? Du kannst das Virginis-Apartment entkommen und sie hier überhaupt nicht leben. Etwas strange ist passiert. Du wirst von wissen, was das ist. Das klingt wie ein Plan. Ich mag sie nicht. Ich hab einen Geilkrieg von Benni. Ich hab einen Geilkrieg von Benni. Ich hab einen Geilkrieg von Benni bekommen. Irgendwie bezüglich des Chromakees irgendwie... Ich hab einen Geilkrieg von einem Schrappchen-Post. Ja, 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 ja. So, was? Können wir hier mal was sehen? Oh, ja, es ist... Okay. Was auch immer das sein mag. Ähm, gut. Regina hat wirklich versucht, sich zu ändern. Ja, das ist eine gottverdammte Schande gewesen, was da passiert ist. Oh. Oh. Nein, wir haben nichts besseres zu tun, deswegen... Katzen streichen. Alles klar, lass uns gehen. Nein. Genau da. Mit den Händen. Oh, gut. Gut, 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 gut. Und was tun wir mal. Keep calm and keep going. Alles klar. Alles klar. So, tat... Oh, ja. Das Geile ist natürlich, wir haben jetzt die Scherbe und wir kommen... In die anderen Areale. Irgendwie, die vorher abgesperrt waren. Yeah. Okay. So, ein bisschen Batterie, ne? Ein bisschen Fude. So, wo willst du denn hier hin? Hallo? Also, die... Ich bleib immer noch dabei. Es ist jetzt, ähm, ich glaube eine Woche vergangen. Irgendwie zur letzten Aufnahme hin. Und, ähm... Oh, der da. Yay, das Dach. Ähm, aber die... Ich hab schon wieder total vergessen, irgendwie, was das für eine geile Soundkulisse ist. In diesem Spiel. Es ist einfach geil. Macht's auch Spaß. Dach. So, was haben wir dort? Wo kommen wir da rein? Was ist das? Oh, das ist dies. Hallo? So. Some sort of an electrical gizmo. Ein gizmo? Okay, ein Fildefanz ist ein gizmo. Hei auch noch nicht gewusst. Gucken wir mal. Na, schade. So, da würde ich gerne rein. Und hier noch mal die komplett überflutete Welt. Aber... Wir kommen da nicht rein. So, hier haben wir noch ein bisschen... Das haben wir voll. Das ist auch voll. Schade. Und hier rüber kommen wir auch nicht rein. Wahrscheinlich fehlt uns noch das, äh, also uns fehlt definitiv noch, ähm, ja, das Item dafür. Vielleicht bekommen wir das. So, okay. Dann gehen wir mal erstmal runter. Und wir gucken uns mal den Rest... ...vom Apartment an. Es dürfte ja im Keller waren noch auf jeden Fall ein paar Sachen irgendwie... Hier oben ist jetzt Virginias Raum. Oder ihr Zimmer, ihr Büro. Und selbst da konnte man ja glaube ich jetzt rein, aufgrund der Scherbe, ne? Willkommen. Dann probieren wir es mal. Nee. Nee, ist mein Haus. Hm. Ach, come on. Nee, come on. So, da kommen wir immer noch nicht rein. Das ist Käse. Und? Wie? Hallo? Okay. Gut. Ich dachte, hier geht's zu Virginias Wohnung. Tut's aber nicht. Dann müssen wir auf eine andere Etage. Dann nehmen wir mal die Scherbe in der Hand. Dann hoffen wir jetzt kommen nicht wieder irgendwelche Feinden an uns entgegen. Oh? What? What? Kassette? Krass. Das ist schon abgedreht. Warte mal, steht hier irgendwas? Nee. Okay. Also, fraglich ist ja auch, ob wir jetzt durch diese Art und Weise grundsätzlich irgendwelche Informationen noch bekommen, die wir vorher eben nicht, oder die halt relevant sind. So machen wir es mal so irgendwie. Oh, ey. Easy. Ich fahr mal erstmal kurz in den Keller runter, weil dort waren ebenfalls noch Absperrbänder zum Durchschneiden. Und, ähm, ja. Schauen wir mal, was wir da finden. Da. Nimm dies. Nice. Kass. Woll. Und, jawoll. Hallo, Sir. Sehr geil. Schön. Oh, was ist das? Was ist denn das? Ich will nicht mehr stecken. Da kann ich jetzt aber natürlich nicht rein. Schade. Schade. Und hier? Komm ich da hoch? Hm. Vielleicht springen wir auf den Fass hier. Und dann springe ich hier runter. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schön. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier vorne war die Gasmaske. Da. Oh, nice. Ho, 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 springen. Das sollte das Ding helfen. Nein, Mann. Okay. Wir haben quasi 100% Sauerstoff. Der is anscheinend sehr schnell alle. Äh. So, jetzt wieder hoch und rufen hier. Hm. Kann ich jetzt hier nicht wieder zurück. Was ist denn das jetzt für ein Viertelfanz? Was ist denn das für ein Viertelfanz? Was ist denn das für ein Gizmo? Äh. Okay. Alter. Spann dich doch mal hier mit der Maske jetzt. Ah, okay. Alles klar. Hier unten haben wir noch einen Gang. Das ist der Weg. Oh, shit. Maske. Fuck. Okay. Okay. Alles klar. Und wir kommen. Wir haben uns versteht. Jetzt können wir ja mal schauen, ob wir damit hier durchkommen. Ich fühle mich an meinem Kopf. Ich fühle mich an meinem Kopf. Hm. Na, hör mal. Was haben wir denn hier? Und hier haben wir noch Detektynol. Das gute Detektynol. 20 Pillen sind noch mit einem Objekt übrig. So. Okay. Wir müssen auch hoch. Ach, ja. Und hier würde ich gehen. Genau. Und hier haben wir noch Vitalixi. Sehr schön. Cool. Alles klar. Gut. Dann hat sie sich mir auch noch meine Frage erübrigt. Weil ich glaube, das Gitter hier gesehen zu haben in dem Startraum. Und das habe ich jetzt verwechselt. Nope. Können wir noch nachladen schnell. So. Zwei Schuss genommen. Mal ganz kurz. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas übersehen. Ne. Schade. Tun wir nicht. So, hier puren wir mal schnell durch. Können wir eigentlich noch irgendwas an einer Wirbelsch machen? Das sieht gerade nicht so aus. Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus, sieht nicht so aus, okay. Denn, würde ich sagen, fahren wir mal in den ersten Stock hoch. So, bin ich an, dass man hier nicht durchkommt. Egal. Das ist die Schmerz. Das ist ein Fusebox. Blute Eis. Blute Eis. Das war halt, ne? Ja. Das war halt. So, interessant. Was ist das für ein schwarzer Nebel, wie immer? Wie kommen wir denn da durch? So, okay. Ich glaube, da war Ginny's Zimmer. Hm, okay. Oh, echt jetzt? Warum muss ich das erst durchschneiden? Sauerei! Okay. Nicht, dass das kaputt geht. Okay, also irgendwer ist irgendwo noch etwas ein bisschen angepisst. Irgendwo sind noch irgendwelche Wachen. Oh, shit. Okay. Sehr nice. Ja. Hm. Okay. Moment mal. Äh? Äh? Dann ist das ja nicht Viktoria's Zimmer. Okay. Schauen wir mal. Wir gehen mal erstmal hier rüber. Okay. Wie kommen wir denn da durch? Und der Pillen-Junkie. Ja. Du kennst mich zu gut. So, habt ihr denn eigentlich eine Theorie, wer der Typ ist, der uns hier ständig anruft? Oh! Mann, Alter. Oh, genau der Arsch. Genau der. Oh! So ein Penner. Was denn? Was denn? Ah, okay. Keine Luft mehr gekriegt. Leichte. Rote erotische Erfahrung hier. Ach, okay. Okay, gut. Warum ist denn hier immer noch diese Trilpier-Musik irgendwie? Versteht ihr ja nicht. Ist ja noch unkrieg. Der hier von uns Jagdkran macht. Es blott von der anderen Seite. Es blott von der anderen Seite. Oh, was haben wir hier? Ah, Vitalexie. Hm. Gesundheit plus eins. Da ist er. Und dann war Stille. Lüftungstechnik. Zing. Ah, ja. Wir haben jetzt schwarze Heelumpe. Nee, nee, nee. A flame in the dark. Hidden in shadows. Äh, was, 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 was? Boah, hier Feuer? Oh, das ist aber sehr unheilsschwanger. A flame in the dark. Die ist voll. Hier nehmen wir noch ein paar Batterien. Hier hoch. Gut, hier komme ich noch nicht weiter und da vorne sieht es auch nach schwarzen Nierlumpe aus. Komm auch nicht weiter. Ja, mir ist bekannt, dass in diesem Flurabschnitt das Licht flackert. Ja, es wird auch repetiert. Ja, Gary, ja recht. Bitte keine Versuchung, dann nehmen die Flur selbst zu beleuchten. Keine Kerzen, kein Feuer, keine Leuchten. Bitte um Geduld, der Hausmeister. Ja, das war schön. Oh, hier haben wir noch was? Der Wartungsraum. Ah, alles klar, der war von der anderen Seite zu. Verstehe. Okay, cool. So, Violett war... Ähm... Ja, ja. Virginia. Und jetzt können wir hier durch. Wie sieht es denn hier aus? Können wir uns ein bisschen umsehen? Ein bisschen Spiegel? Sehen wir da was? Ja. Und auch hier wieder zerbrochener Spiegel, ne? Ja, sehr. Exponiert. Oh, okay. Äh, wird hier eine Schlüssel hier gefunden. Können wir jetzt die Tür noch schließen? Diese nicht. Diese nicht. Diese auch nicht. Moment mal, wir haben hier den Schlüssel. Für Virginias Wohnung. Diese Bühle, was soll das sein? Pfannkuchen? Pancakes. Was entgeht mir jetzt gerade? Das mache ich auch immer. Regne die Tür aufschließen. Meine Wohnungstür. Aufgeschlossen. Success. Großartig. Six. Was? Warum? Achso, ebenfalls wieder ein kaputterer Spiegel. Eine Schallplatte. Schallplatte. Virginia. Eine violette Schallplatte. Desmond. Desmond. Wir haben darüber geredet, einen Warschacht-Test zu machen. Haben Sie schon mal einen gemacht? Virginia. Nein, aber ich habe es schon mal gesehen. Im Film, Sie zeigen mir ein Bild und ich sage, was ich dabei empfinde. Desmond. Ich zeige Ihnen einen Tintenklecks und Sie sagen mir, wonach er für Sie aussieht. Wollen wir es mal versuchen? Gern. Erster Bild. Eine Blume. Aber sie ist abgeknickt. Zweites Bild. Ein voller Hörsaal. Drittes Bild. Zwei kämpfende Personen. Viertes Bild. Was könnte das sein? Ein Monster mit sechs Armen. Wie Schlangen. Tut mir leid, ich höre mich wie eine Vollidiotin an. Nein. Ganz und gar nicht. Es gibt keine falschen Antworten, Virginia. Wie fühlen Sie sich bei diesem letzten Tintenklecks? Mächtig. Ende der Mitschrift. Okay. Ja. Okay, sollte ich jetzt nur diese Schallplatte jetzt hier finden? Liebensbegehende Kunst. Ja. Ja, gut. Okay. Dann würde ich mal sagen. Bin graus. In meinem Büro ist ein Schallplattenspieler. Da könnte man da probieren. Aber... Tatsächlich würde mich mal interessieren, was das hier vorne für eine Tür ist. Oh shit. Und hier geht es ja auch noch weiter. Oder? Oder? Da vorne schon? Na ja. Ich schaue mal erstmal hier rein. What is this? Was ist diese Tür? Where are you going to get me? Allens Haus? Who the fuck is Alan? Ach du Schande da. Ach hei. Ach hei. Okay. Hier ist... Scheint Alan eventuell ein Fischer zu sein? Was haben wir hier? Ein Tape? Drum und Alan. Sehr schön. Dr. Wills meint, ich solle schreiben. Also schreibe ich. Eigentlich würde ich lieber irgendjemanden anschreien. Heute meinte eine Frau am Leuchtturm zu ihrem hirnlosen Muskelpaket von einem Freund. Ich hätte sie schief angeguckt. Also hat er mir in den Bauch geboxt. Ich wünschte, ich könnte beide einfach zu Bohnen... Ja... Ich wünschte, ich könnte beide einfach am Bohnen verschaben. Ich bin so sauer, dass ich rot sehe. Oha. Okay. 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 Wir sind voll. Können wir es besser nehmen. Moment, sieht nicht so aus. Das ist mal witzig, wenn man gleich so... Oh, Waffe. Potenzielle Waffe. Ich will sie nehmen. So, hier ist schwarzer Nebel. Hier kommen wir nicht durch. Komme ich hier durch? Nope. Was ist denn das da hinten? Eine Batterie. Niente. Nothing. Was ist das? Was? Was ist das? Okay. Ja, gut. Ähm. Hallo, Alan. Schauen wir mal, wie das Tonband irgendwie... Was uns Alan zu sein hat. Alan scheint... So wie es den Anschein hat, ein Aggressionsproblem zu haben, irgendwie. Und hohe Frustrationsgrenzen. So, hier waren wir schon. Da kommen wir nicht durch. Okay. Na dann. Ab in die zweite Etage. Dort könnten wir jetzt erstmal... uns die Schallplatte mal anhören. Oder... die Kassette von Alan. Aber ich glaube, ich würde erstmal mir die Schallplatte von Virginia anhören. nicht, dass wir jetzt wieder in irgendeine Welt gezogen werden. Tatsächlich würde ich... Obwohl wir... Hallo? Ah, Alan Shure. The One-Man-Freak-Show. Who made all your other patients seem well adjusted by comparison. From the first moment he stepped into your office, you knew he was doomed. Have fun. Na toll. Schön. Na, das ist natürlich auch geil so. Bei dir ist sowieso, hoffen wir uns verloren. Bringt nix. Bringt nix. So. Is there a length between Virginia and Alan? I wouldn't rule it out. I guess I'm about to find out. Be careful, Desmond. I will. I can listen to songs with this. Virginia Schallplatte. Remember, when you're young, you surrender to the world. Cry when sad or laugh when happy. So simple. We used to play with dolls, go to the movies or the mall. I remember how they told me. How they sawed me. How I'm lonely. When the world came crashing down on me. I did not die. I went to sleep. I want you as I am dreaming. Through the mist, I persist. You promised me a cure. Promised a lifeboat. And I'm sure you're judgmental. Like the others, pretending. I trusted. Let you in. Let you see through my broken skin. Let you tell me. People will love me. Not get sick of me. Get rid of me. When the world came crashing down. Down on me. I did not die. I went to sleep. I watch you as I am dreaming. Look away. I'm screaming. When the world came crashing down on me. I did not die. I went to sleep. I watch you as I am dreaming. Through the mist, I persist. My scars, they remain. My pastor, my pain. I would tell you all about it if you'd listen. From the world. Can I do it for the music? For the music? I can do it for the music? Schade. Ja, klang so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Disney gehabt, irgendwie. Das ist ein Musical-Charakter. Aber dennoch sehr toll und sehr bewegend gemacht. Und war uns dieser Song gewidmet? Hier hinten haben wir auf jeden Fall erstmal zu stehen. A Dollhouse. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, was uns Alan für ein Mixtape gemacht hat. Ich muss natürlich Alans Tonband einladen. Und das ist gelb. Okay. Ich... Bye Katze! Nun tauchen wir in die Therapie mit Alan ein. In die Psyche von Alan. Sagte der bewaffnete Therapeut. Oh, Bote? Okay. Oje. So, hier vorne finden wir das erste Tonband. Okay, Mr. Shore. Tape's running. Thank you for agreeing to be recorded. Oh, um, should I just start talking? What do you want to know? Uh, what made you decide to seek counseling? Oh, man, Doc, it's just weird. As in, I feel weird, like I'm weird all the time, you know? I'm not saying this right. People think I'm weird, and it's cool, I am, but I shouldn't feel weird, right? Okay. How exactly do you feel weird? Off? Odd? Slightly tilted. I've had these nightmares. Ever since I can remember, I've always had these horrific dreams I can't explain. And they recur. Man, like there are themes in them that keep coming back. And honestly, Doc, it's been such a constant that I've shaped my life around them, you know? Aha, okay. Alter, was sind das hier alles für, für krasse Skelette, das, 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 das kann doch keine Wahl sein, oder? Das ist doch größer als eine Wahl. Hab you ever seen anyone about these recurring nightmares? Like a shrake, like you? No. Honestly, for the longest time I thought it was normal life to wake up, sweating, to see things in the dark, frightful things. Ja, tatsächlich, ist das natürlich manchmal für die Leute normal, was für einen so komplett undenkbar ist, aber wie du jeden Tag so hannn? Das ist das, was ich nicht verstehe, mein, mein whole Leben, I could feel the presence of Shadows. I could hear Sorrow in the dark. It's poetic, man, I know, I got so used to being paralyzed by dread, that I began to like it. And people notice, you know, I say weird stuff sometimes, I guess. At some point, I just decided to live comfortably in this reality, maintaining a beacon of light over a sea of darkness, alone, and afraid. But I'd be lying, if I didn't admit that I'm being swallowed by darkness, or sinking in the depths. It makes me feel alive, man. It's electric. It's electric. Okay. Oha, okay. Wir sind nicht wieder zurück in mein Büro. Wir sind mal direkt irgendwo in der Vergangenheit von Alien gelandet. Am Strand. Patmos Strand, okay. Jetzt aber, Mr. Pirate, Detektiv. Was meinst du, steckt hinter all dem Bigfoot Aliens? Große, bösere Regierungsvertreter. Bringt etwas Klarheit in die Situation. Wurde ich jetzt mal vorschlagen. Alles klar. Okay, da hinten ist Licht. Aber ich würde kurz mal hinten mal schauen. Nicht, dass hier was versteckt ist hier. Warte nicht, oh doch, hier ist was. Okay, kurz, alles nochmal voll gemacht. Mann, 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 gut, das alles. Krass, ich finde jetzt so krass inszeniert, dieses Spiel. Und man glaubt das ja nicht, man sieht diese bunte Cover und denkt sich so, ach du Schande da oben. Ist das der Typ wieder mit dem Anzug? Ja, ist er. Okay. Wir haben ihn besiegt, defeated. Wir haben es geschafft, das Spiel. Okay, krass. Wo, wo, wie, wie? Wohn, wohn, wohn. Warte, was raschelt hier so? Mann, Mann, Mann. So, ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich nicht aufs Schiff kommen. So, okay. Was hat das also? Also, ich denke mal, Alan ist ein Fischer. Was soll das für ein Geräusch sein? Soll ich eine brechende Welle darstellen? Klingt ziemlich heftig für eine Welle. Hallo? Die Glühbirne. Muss ich wieder einsetzen. Äh, okay. Oh, oh, wohn, 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 wohn. Okay. Der Leuchtturm ist an. Die kleine Partnersbucht. Ja, was hat man denn da? Okay. Oh, darf ich, äh, darf ich hier nicht irgendwie von dem, von Saurons Blicke getroffen werden? Oder was? Okay, krass. Okay, okay. Oder, oder wie? Oder was? Da oben jetzt noch mal lang, wa? So, na, den Spur tickt da mal hoch. Hat das jetzt was gemacht? War ich hier noch irgendwas? Außer da ein bisschen, na? Wo nicht, oder? Oh, wohn, mal hier vorne. Ja, knusper, knusper, knusper. Dann müssen wir mal kurz die Maske rausholen. Oh, da muss ich noch mal ein gliedloser Auge vorbei. Lassen. Was, du nüt? War den Weg auf jeden Fall wert. Kommt da aufs Boot? Da drüben? Ja. Aber bringt mir nen Scheiß. Außer, dass ich jetzt hier ruf, unmittelbar. Im Blick von Sauron bin. Macht das jetzt irgendwas mit mir? Versteckt mich die ganze Zeit? Na her, bringt so ein... Passiert da ja nicht. Okay. Was kann man denn hier machen? Ist ein kleiner Steg. Vorne liegt noch was. Ich kann nicht so viel Ammo. Ist echt witzig. Ich werd jetzt beim nächsten Mal weg mal probieren, ob ich überhaupt jetzt, ob das ne Ausdruckung hat, wenn ich hier getroffen werde. Vom Leuchtturm liegt. Bestimmt ja, instant tot. Alles besonst. Ja, wir schauen mal. So, wo geht's hier hin? Aha. Zum Icarus-Wald. Sobald das Licht, als auch die Dunkelheit, in dir schaden. Okay. Vielleicht solltest du dir auch, wie er einen Job im Leuchtturm besorgen. Allein mit voller Angst. Toll. Toll. Äh, damit haben wir, glaube ich, indirekt die Antwort bekommen. Oh, krass. Krass. Wundet hier aus. Dann ruschen wir hier mal durch. In Greek mythology, Icarus flies too close to the sun and it kills him. Now spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan. And the both of you will burn. Toll. Ja, ich sag ja, der Typ ist einfach so grundlegend positiv eingestellt. So, okay. Alle klar. Wir sind da. Huh. Ich stehe mal zur Seite. Das heilt mich ein wenig am Psych. Das Spiel mit Benni. Hm, 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 hm. Wenn ich jetzt, losge ich mal kurz zurück und schau mal, was da hinten ist. Guck mal, was da ist. Das kann man nicht aufmachen. Wirkt doch alle zu postapokalyptisch. Ach, du Scheiße. Huh. So. Nice. Sehr scheiß. Warte. Okay. Tunnel. Oh, was schön eingestanzt hier. Nee, kann man nicht wirklich lesen. Gibt's hier was? Hallo? Munition. Vielleicht, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in orange und pink reagieren, könnt ihr wie John und Patmos die Offenbarung sehen. Anonym. Ja. Voll, voll. Oh, was ist denn hier? Sollen wir was bestürtet finden hier? Hm. Oh, jetzt haben wir was zu lesen. Ah, Virtual County Stromausfälle ist die Wahrheit seltsamer als die Fiktion. Kolumne von Jorge Avalos. Was soll das sein, wenn nicht ein extrem starkes EMP? Sagt Lenny Crump, während er ein Schild, auf dem Planet Home steht, mit den letzten Schliffen versieht. Es ist eines von vielen selbstgemachten Zeichen der Anwohner, die sich beim hiesigen, halbjährigen Treffen der Außerirdischen von Milton versammeln haben. Theorien und Verschwörungen machen die Runde, wenn die Anwohner versuchen, sich einen Reim auf die plötzlichen Stromausfälle im ganzen County zu machen. Also, das Ding hat vermutlich eine Fehlfunktion, als die Indians sich der Erde genähert haben oder sie haben es absichtlich gezündet, betont Lenny. Es ist keineswegs die einzige Spekulation, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Es ist wichtig zu bemerken, dass es nur wenige, wenn überhaupt, Aufmerksamkeit durch andere Nachrichtenquellen erhielt. Auch wenn dieser Investigativjournalist keine Alarmglocken läuten will, kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wie es dazu kam. Sind wir letztendlich auf eine echte Verschwörung gestoßen? Eine, die eng von Staatsszenen überwacht wird und mit einer Nacht in Spell geschützt wird? Oder lesen wir hier zu viel Profanen, zu viel Profanen? Dies und mehr in der nächsten Ausgabe von Milton Mysterien. Oder Milton Mysterien. Februar 1997. Okay. So, na gut. Dann würde ich sagen, werfen wir mal kurz einen Blick hier in den Tunnel. Sorry. Kann ich da im Ende des Tunnels vielleicht oben auf dem Turm? Unten in der Grube? Into the pit? Ah, das hat sich doch gelohnt. Schön. Kann ich denn hier irgendwie links und rechts noch rein? Oh Gott, natürlich kann ich das. Ach, das ist schon wieder viel Flächer, die man hier durchsuchen muss. Für so ein... ...Spülrothenol oder irgendetwas, was man hier noch finden kann. Naja. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir was, wenn ich den Weg... Hm. Okay. Schön, wie das hier so durch den Berg scheinen kann. So. Straßenkontrollpunkt. Warte, was ist hier passiert? Sind hier alle so eine... Sind hier alle hysterische Worm? Was ist da vorne? Nee, das geht nicht gar nicht. Sjall. Oh. Oh shit. Oh, verdammt nicht süd. Verdammt nicht süd. Und da vorne sind Feinde. Und da vorne sind Feinde. Na? Schade. Eigentlich wollte ich gerade das fast zünden hier. So, das war mal schön. Das war mal richtig dusselig. Ah, wieso? Mann. Ich dachte, ich kann jetzt da mit dem Fass interagieren. Aber nein. Mars Pharmaceuticals Schadensbericht. Vollständigen Name. Max Nygard. Wohnhaft. 210 Main Street, Apartment 1, Milton Haven. Notfallkontakt Alice Nygard. Durchgestrichen. Telefon, Privat, bla 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 bla. Datum des Vorfalls. 3.8.97 Uhr. Zeit 2 Uhr. Ort des Vorfalls auf der Straße beim Icaos Leuchtturm. Beschreibung des Vorfalls. Oh shit, oh shit. Erst dachte ich, die Reifen wären geplatzt, aber der Asphalt der Straße schmilzt oder so. Der Truck stoppte ein paar hundert Meter später zum... Ja, schade. So, kurz warten. Kann ich hier rein? Oh, die kann rein. So, müssen wir ein bisschen in Sicherheit gebracht. Wuppe nachladen hier und dann... Warte, geht's. So, könnt ihr vielleicht nochmal... ...Blick in den Spiegel werfen. Ob ich hier noch irgendwo was... Ja, doch, gehen wir da... Wo ist das? Ja, ich muss hier hin. Aber wie? Wie komme ich hier hin? Hm. Hm. Was solltet ihr jetzt blicken? Ah, na klar. Sehr schön. Und... ...volle Gesundheit. So, tatsächlich ist es wirklich ziemlich massiv schädigend, wenn mich dieser Blick trifft. Kostet mich immer zehn Punkte. Das sollten wir jetzt eventuell lassen. ...bleiben wir dann hierチöber ... What? Äh. What? 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 Verdead. Bitte. Alter, ich hab... Ja, gleich. Gleich, gleich. Ich komm' gleich. Gleich. Oh. Hm. Tja, schade. Ich block von der Other Side. So, was wär denn, wenn ich jetzt mit der Spiegel-Scherbe... ...diese Scherbe, äh, diese, diese Glas... ...Fenst einschlage? Schade, eigentlich. So, tatsächlich muss ich anscheinend da hoch. Komm ich aber nicht. Oder komm ich schon? Die Frage ist, komm ich hier noch irgendwo weiter? Okay, hier haben wir noch schwarzen Nebel mit Fässern. Am Straßenkontrollpunkt los. Was haben wir hier? Oh Mann, oh, wie kommt denn hier nicht ran? Okay, alle, das hier wirklich... Also heißt das, dass hier der Asphalt geschmolzen ist? Sieht das halt so glitschig aus? Oder ist das jetzt einfach... ...irgendein Überrest von diesem komischen Vieh, was wir gerade gesehen haben? Was die Straße passiert hat? Hm. Kleine Abkürzung. Aber, wahrscheinlich, wenn wir die nehmen... ...könnt ich wetten, haben sie hier vorne irgendwo versteckt. Das ist ein Aussichtspunkt. Sehr geil. Aber ich werde jetzt erstmal nicht hier bleiben. Oder doch, kann ich? Kann ich. Ja, oder sie wird Ihnen sagen, dass sich die Bewohner von Virgin County, insbesondere die von Milton Haven, mit geisterhaften Geschehnissen und unerklärlichen Phänomenen auskennen. Von verschwundenen Kindern über Geistersicherung bis hin zu außerirdischen Besuchern. Warum hat also gerade dieser Vorfall unser Interesse geweckt? Wie viele von Ihnen wissen, ist es möglich, dass der mysteriöse Stromausfall und das weniger zufällige Feuer im Patmos-Leuchtturm miteinander in Verbindung stehen könnten? Alan Shores Haus nach der Brandstiftung. Oh, was? Brandstiftung? Soll ich hier was finden? Soll ich mir was angucken hier? Leute, also... Leute, habt ihr eine Ahnung, was ich hier tun soll? Durch diese... Ja, Ausguck-Teleskope? Sollte ich etwas Bestimmtes finden? Wenn ja, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare, weil... Wie ist jetzt gerade... Oh shit. So, kurz nochmal... Den Leuchtturm vorbeigehen lassen? Nein. So, hier haben wir nochmal eine Bank. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Die nächste Ausgabe des Milken Mysterien. Jetzt einfach so... Oh, Mann! Leute! Die Idee. Icarus-Leuchtturm. Baugenehmigt von Präsident Harrison. 1889. Fertiggestellt. 1891. Die Kosten beliefen sich auf 22.300 Dollar. Ähm... Als der Leuchtturm fertiggestellt wurde, stand er etwa 300 Fuß von der Klippe entfernt. Der Sunshine-Turm hat einen Durchmesser von 28 Fuß. Eine nachtäckige Form und da streckt sich 80 Fuß vom Boden bis zur Laterne. Und? Wen interessiert das? Wir sterben sowieso alle irgendwann. Diese Fakten haben keine Bedeutung. Bist du dir überhaupt sicher, dass du wirklich hier stehst und das liest? Wuuu! Vielleicht ist das nur ein schrecklicher Fiebertraum. Ja, ist zwar eine willkürliche Zahl. 300.000. Alan Shaw wurde bei lebendigen Leibe von der Regierung verbrannt. Ach du Schande, Alter. Der ist tot. Also... Ja, wahrscheinlich ist er tot, aber... Also, anders gesagt. Überrascht mich nicht, dass er tot ist. Aber verbrannt. Verbrannt ist finster. Verbrannt ist übel. Verbrannt ist übel. So, ich warte kurz, bis ich hier rumkomme. Hoppi, hoppi. Hier kommt die rote Licht. Okay. Go, 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 go! So, Pointy. Oh Mann, diese Viecher, diese Viecher. Wir haben Pointy-Karus erreicht. Gefahr. Unbefugtes Betreten. Verboten. Gefährliche chemische und biologische Kampfstoffe. Wohnen. Folgenbereichen entdeckt. Wilden. Wolf. Icarus Leuchtturm. Ganzhafte Verletzungen, Krankheiten oder sogar Tod können. Folge sein. Tja. Schöne Scheiße. So, wir sind jetzt hier. Cool. Cool, cool. So, das blickt man. Scheiß. Koffer da vorne ist was offen. Ansonsten sind wir jetzt hier gerade umsonst hochgelaufen. Mal kurz hier mal einen Blick reinwerfen. Oh, was hat er denn da? Warte, die Zeitung? Glaube ja, ne? Koffer. So, komm jetzt hier. Mordere Auge. Ach schön, tatsächlich werde ich anscheinend hier ja nicht mehr getroffen hier oben. Ja toll, komm aber auch nicht durch. Nee, schau. Total schau. Guck mal. Wie komm ich jetzt hier rein? Hallo? Ich begehre Einlass. Man solle mir das Tor öffnen. Kletterpartie. Na gut. So, das packen wir alles ein. Hier ist nur mehr. Ach du Schande. Das wird doch nicht gut. Na klar. Scheiße. Was? Ist das hier? Wie ein Licht, du Scheiße. Komm hier! Ohohohohohohohoho! Alter, lass mich! Junge, lass mich. Na klar ist sie verschlossen. Warum auch nicht? Dieser Ver... Moment. Hör auf mich zu jagen. Ich möchte etwas lesen. Dieser Verrückte hat wahrscheinlich alle Schlüsse zu dieser Tür in seinem Haus eingeschmolzen. Was? Wie? Eingeschmolzen. Wenn ihr aufhört und davon hört... Davon hört, musst du dafür den Arsch hinhalten. Na super. Bringe jemand dazu, da reinzugehen und rauszuholen, was noch brauchbar ist. Ich? Werde da keinen Fuß reinsetzen. Das ist wirklich alles total instabil. Und für mich stinkt nach verbranntem Menschenfleisch. Ach, Unterteichner ist ja wunderbar. Na toll, okay. Running. Weiter, schnell. Ach, shit. Okay. Okay. Ja, die Frage ist, wohin? Ne? Könnte da drüber noch springen? Ach, Schande, Alter. Das war dann aber mit Licht. Da drüben ist kein Licht. Das ist doch nicht okay. Na toll. Hier ist kein Licht. Hier ist nichts, Alter. Komm hierhin. Ich bin am Arsch. Oh. Shit. Shit. Easy, mein Freund. Easy. Sieht ein bisschen lustig aus. Ja. Wer will das schon? Wer will das schon? So, hier vorne hatte ich doch was gesehen. Hier lag doch irgendwas auf der Mauer. Sackt immer alle drüben. Mehr ein irgendwie. Könnte ich damit jetzt irgendwas reißen? Könnte ich damit jetzt irgendwas reißen? Wenn der jetzt da ist, kann ich den damit verletzen? Na, lass ich kommen. Komm, komm mal dahin. Scheinbar nirrt. Scheinbar nirrt. Nicht doch, Mann. Lass mich. Ach du Scheiß. Ach du Scheiß. Das ist ja fies. Das ist ja mal eine fiese Kiste. Der Penner. Der Penner. Okay. Alles klar. Ich muss also irgendwie... ...dieser Art... ...ääh... ...ja, wahrscheinlich sind es Scheinwerfer. Öffnen. Bisschen eine Sicherung. Kaputte Sicherung. Holen wir uns. Und hier vorne muss er... ...auch anders sein. Aber die Frage ist okay. Ich weiß nicht, was dir passiert ist, Kumpel. Ich kann es dir nicht sagen. Tut mir leid, Mann. Geil ist das auf jeden Fall nicht, was dir passiert ist. Ich weiß nicht, was dir passiert ist. Dieser Wehrzeug geht es dazu sagen. So, Scheiße. Ist da vielleicht? Ist da hinten in dem... ...ne Sicherung drin? Nicht doch! Nein, nein, lass mich! Ich möchte nicht sterben. Lass mich in Ruhe! So, schnell hierhin. Oh, fuck. Oh nein, ich komme hier nicht durch. Das ist sein Ernst. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin, bitte? Oh, verdammt, ey. Ah, Moment mal. Na klar. Das ist ein Fusebox. Success. Fits. 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 Ja, das glaube ich dir, dass du mir da was zeigen musst, mein Freund. So, hier drüben jetzt mit einer Sicherung dran. Und Attacke. Fits. Ja, das ist ein Fusebox, ich habe es. Und? Machst du an? Machst du an? Und? Ist der? Machst du denn hier an? Mann! Und? Was bringt mir das jetzt? Da ist nach dem Umkehrschluss, ich brauche noch ne Sicherung. Irgendwie die Kierenstecke, damit der hier Saft hat und das hier rüberschleift, oder wird. Aber wo soll die sein? Wo soll diese Sicherung jetzt sein? Wird der von der Traschenlampe abgewehrt? Okay, ist das ekelhaft. Ah ja, deine Hilfe kenn ich. Nur in diese Glasschirmen. Ach Quatsch, hier sind Bretter wirklich. Man, 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 man. Alter. 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 Aha. So, okay, alles klar. Na, den haben wir jetzt jetzt hier, man. Das ist ja... Das war ja mal ein Ritt. So. Oh, hello. Huhu. Okay. Okay. Ja. Grundsätzlich erstmal schön, dass ich nirgendswo durchkomme. Wirf einen Blick in den Spiegel und schau, wie sehr allen Gedanken in Dunkelheit gewöhnt sein können. Toll, Leute. Ganz ganz... Ja. Was? Äh... Freunde? Äh... 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 Es ist kalt in hier. Hä? Keine Glück. Ja, ne... Ne Öllampe? So. So, brauche ich vielleicht den Spiegel? Aha, okay. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, nee, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Get out of fuel. Von allen Albträumen, die ich bisher hatte, ist der ja der Schlimmste sein. Nicht das ausgefahren. Es gab einen Unfall. Oh Gott. Aber das ist meine Schuld. So. Kumpel. Okay. Hier ist der Ölkanister. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Boah, ist ja up in the void, Alter. Ach, Junge, Junge, Junge. Ey, bei dir ist Sau auf jeden Fall nicht jeder Teller im Regal. Okay. Ich war im Turm, als das passierte. Ich hab den Weg die Klippen hinunter zum Boot genommen. Zum Bootshaus. Oder besser gesagt, ich bin ihn blind runtergepurzelt. Ja, toll. Very bit of... Nice dog. But... The lantern is off. So, okay. Let's... Ah, hungry for more. Super. What? Dieses Schiff ist der Tod. Es trägt den Namen des Todes. Ich habe eine Leuchtpistole... aus dem Bauch der Bestie gefunden. Ich habe keine Angst davor, sie zu benutzen. Der Bauch der Bestie? Wat... Wat für... Wat für Bauch der Bestie? Wat für ne Bestie? Mann, Junge. It's out of fuel. Oh Gott. Eine zweite Etage. Na bitte. Na klar. Natürlich gibt es noch eine zweite Etage. Super. Ganz schau. Sunken to the bottom, ja. Oh Gott. Die Monster, von denen man mir sagte, ich hätte sie mir noch eingebildet, sie sind jetzt aus dem Schatten hervorgekommen. Yay! Geilo! Und hier ist der ganze Schlüssel finden, oder wat? Wird ich mich verarschen? Kann doch ein Scherz sein, oder wat? Was? Ja, dann muss die es doch schon... Ja... Das haben wir schon. So, hier ist noch Alarm. Was? Okay. Vielleicht hätte ich jetzt... Die hier vorne drin machen müssen. Hm. Nicht so gut. Oh. Tatsächlich habe ich noch eine Ölknister gehabt. Ha! Ich fühle mich jetzt. Ah, glaub ich dir. Ohi. Okay, klar. Darf ich noch in diese Nahe rankommen? Durch meine Lichte wird die Dunkelheit brennen. Ich muss Desmond anrufen. Der wird das verstehen. Ja, Junge. Hättest du mich doch bloß mal angerufen? Hättest du doch bloß mal angerufen? So, und wir haben diesen wunderschönen Balken. Oh nein, Alter. Ehrlich, Herze. Nein, 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 nein. Das heißt... Uncool. Echt uncool, Mann. Echt uncool. Richtig uncool. Heule. Total uncool. Mann, lass mich doch mal losdauern. Will er mich verarschen? Will er mich verarschen? Mann. Na, das wird doch nicht. Mann. Na, das wird doch nicht. So, anscheinend... Muss man hier straight... Ach, guck mal hier. Der Schlüssel zum Leuchtturmhof. Na, wie schön. Das ist ja toll. Was kommt denn jetzt hier raus? Mann, Alter. Er wartet doch da unten schon noch nicht. Könnte jetzt natürlich... Ah, das wäre natürlich ein Weg. Jetzt einfach nochmal zurück. Hier. Und hier. Alter, er wartet doch total aus. Aber das bringt mir einen Scheiß, weil ich komme auf die Tür nicht rauf. Komm ich da rüber? Nee, noch nicht. Durch das Fenster... Komm ich durch das Fenster da drüben raus? Wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, wie komme ich jetzt aus diesem Haus raus? Weil die Tür, durch die ich vorhin reingekommen bin, ist nach innen geklappt. Also nach innen gefallen. Aber nicht komplett. Damit komme ich da nicht raus. Das heißt halt. Oh. Oder vielleicht ist die Tür doch offen. Und aus. Ach, Gott, Alter. 30 Punkte noch. Mann, 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 Mann. Oh. 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 Gott, deswegen. Ist das hier ein Krimi. Oh. Werdet dunkler. Sagt der Mann. Im Solarium. Woah. Du musst doch wirklich das Schlüsselloch treffen, ey. So. Okay. Ach so, das sind Patronen. Super. So, erstmal ein bisschen was essen hier, Freunde. Zack. Laut Agent, Anweisungen sind alle leicht entzündlichen Container mit, hm, von der Bucht wo, hm, nach drinnen zu bringen. Rauchen verboten. Keine Leuchtpistolen oder Sprengstoffe in der Nähe dieses Teufels Zeugs. Achtet auf den Fahrer, der gerne beim Transport raucht. Wenn er sich nicht an, hm, hält, sofort verhaften. All righty then. Oh. Anruf. In a world full of darkness, it is reasonable to try and find light. Alan did, when he went down to that ship. But did it clear the way, or did it set his world aflame? I dare you to go down there and find out. Okay. Super. Dankeschön. Ich, ja, dankeschön. So, vielleicht liegt da hinten noch irgendwas, wenn ich das jetzt wegpuste. Wenn ich das denn wegpusten kann, wenn ich das nicht kann. Schön. Okay. So, mich mal schnell hier hinstellen, clippen. Full. Der Hofraum. Moment. Ja, hier kommen die durch. Ah, was ist das? Ein UFO. Nice. Okay. Sie hatten recht. Sie hatten recht. So, schnell was snacken. Willkommen in Icarus Point. Eine Führung durch den ältesten Leuchtturm am Pazifischen Nordwesten. Wir beginnen unsere Tour im Museum des Leuchtturms, einer original getreuen Rekonstruktion der ursprünglichen Unterkunft des Leuchtturmwärters. Weiter geht es in den Hof, von wo aus ihnen ein atmerraumer Panorama der Patmosbucht geboten wird. Wenn sie sich mutig fühlen, können sie den Weg unter dem Hof folgen, um das alte Bootshaus zu besichtigen. Zu guter Letzt führt uns unsere Tour an die Spitze des Leuchtturms, wo das rote Licht der Verdammnis ihrer unsterbliche Seele verschlägen wird. Das ist aber einladend. Wir hoffen, sie genießen ihren Aufenthalt am Icarus Point und falls ein gewisser Therapeut dies lesen sollte, wir freuen uns auf ihren Tod. Da ist doch mal eine Packung Chips hier. So, oh, was haben wir denn, oh, Moment. Eine Sicherung, wie schön. Was hat mir diese jetzt gebraucht? Was ist hier jetzt heute fehlen? Hier muss er... Ne, muss das nicht. So. Indem er die Anweisung seines Vaters nicht so an die Sonne zu fliegen, ignorierte Schmolz diese das Wachs. Seiner Flügel, so stürzte Icarus vom Himmel und ins Meer, wo ihn sein Übermut das Leben kostete. Willst du runtergehen? Leiche herumpiksen? Das ist so schön. Das ist so schön. Was? Was? Ich hab was. Was? Ich hab mir nicht anzutreten. Was können wir nun tun, mit diesen Sicherungen? Was passiert? Was passiert denn? Man sieht irgendwie keine Veränderung. Hm. So, kann das sein, dass ich dumm bin? Ja, sowas fuchst mich dann immer irgendwie, wenn du halt irgendwie nicht weiterkommst und ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit den Monitor anschreitet. Guckt doch mal da, guckt doch mal da! Und ich einfach so doof bin, die zu sehen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nicht, nein! Ich muss nicht, nein! Jetzt weiß ich was! Nein! Oh, ich muss die Sicherung holen. Oh damn, ey! Oh, so ein Shit. Oh. Ja, das hätten wir nur gleich. Das hätten wir nur gleich dunken können. Oh Gott. Ja, man Tatsächlich irgendwie Rechnet man, also ich rechne Selten damit, dass ich halt nochmal So ein Backtracking in dem Fall Machen müsste Ich fitzen, na guck mal, wie ich fitzen kann, Alter Toll Super Och, so war hier Steiler Fahrt, mein Freund Und Point of No Return, Tschüssikowski Watt denn, watt denn, watt denn, Alter Jetzt jagt er mich Nein, Mann Oh, Klobauer weg Nein Oh, Mann Na klar, ist er blockt von der anderen Seite Oh, jetzt ist er jetzt open von der anderen Seite, Alter Oh, jetzt ist er blockt von der anderen Seite Gegenkelt Lass mich in Ruhe Toll Ne, ganz schau Ich soll jetzt da rüberspringen, wirklich Puh Ey, da kommt doch nie drüben an Oh Hohohohohoh, ich hab so eine Höhenangst Oh Mann, Alter. Nein! Mach es nicht. Nein, nein. Nein, geh wieder raus. Geh wieder raus. So, erstmal guck ich mich hier ein bisschen an. Wo ist es da hinten? Da hinten ist auch jemand. Uh. Ihh. Jawohl. Nein, man drängt mich nicht. Oh, wie ist es? Das Grubelrad. Anweisung. Äh, Bootsmechanismus. Um ein kleines Boot ins Wasser zu lassen, werden zwei Männer benötigt. Warum denn? Versuchen Sie es nicht allein. Soweit eine Person sicher am Bootsitz benutzt, benutzt eine zweite Person die Seilwände, um das Boot langsam ins Wasser hinabzulassen. Überprüfen Sie immer vorher das Boot und die Seile auf Bruchstelle. Na, wir wissen beide, was passieren wird, oder? Wir wissen alle, was passieren wird. Was ist das hier? Wird so knuspern. Oh, je. Oh nein, echt jetzt? So, wieder zurück? Na dann. Let's do it. Ja, ich will da Draht haben. Yeah. It pops out. So, na gut. Dann müssen wir anscheinend das Ding ganz durchzahren hier. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. So, zack, zack. Und it's open, you're. Nein. Warte mal. So. It pops out if I turn it too tight. So. Was ist denn? Komm ich jetzt nicht mehr zu. Oh, das war irgendwie blöd. So, also meiner Meinung nach macht das nur so eigentlich Sinn. Ne? Wenn das Ding da oben draufknallt. It pops out if I turn it too tight. Okay, alles klar. Alles klar. Naja. Halt mich halt ein bisschen doof angestellt. Ich denke, wir werden gleich abstürzen. Ich denke, das wird schlimm. Oh je. Äh Bon voyage Oh no, oh no, oh no Oh no, no 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 Puh! Na, schönen Dank auch, Alter! Na, schönen Dank auch! Sollten wir denn nicht an den scheiß Leuchtturm? Wat? Ach, Mann! Und die Mucke ist so geil! Wie läuft diese Sache mit der, mit dem Verstand, ja? Wie läuft's so für dich? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das ist natürlich schön, man kann jetzt hier so alles so ein bisschen ablooten. Bei eigentlich so für euch ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so spannend. Oh, ich... Was ist das... Meine, was ist das krass aus? Ach, Mann, Mann, Mann. Warum schon hier erneut rotet Licht? Ah, nee. Okay, jetzt noch ein Wächter. Oh, dann hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein, du bist. Okay, cool. So, hier oben haben wir auch einen schönen Ausblick, um hier mal kurz einmal zu gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Das Perk mit der Scheibe ist halt, oder mit der Scherbe ist halt auch wirklich genial gemacht. Innovativ. Muss man ihn hier weg mal lassen. Haben sie gut gemacht. Oh, shit. Okay, alles kann man drüben. Oh, scheiße. Oh, shit. Okay, what, 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 what? Ja, ich habe immer noch keine Möglichkeit, wirklich diesen Nebel zu beseitigen. Central Intelligence Bureau. CIB, klar. Vereinigte Staaten von Amerika. Neue Befehle. Jagen Sie in die Luft. Lagen Sie sie in die Luft. Wenn Sie nicht schon zur Lagerung von einem anderen Ort abgeholt wurden, wenn die Fässer entzündet, entzündlich sind, stapeln Sie sie und zur Hölle. Versuchen Sie an einen anderen, äh, es an... Oh, puh, ich habe halt richtig Probleme zu lesen, ey. Versuchen Sie es, äh, an Orten zu machen, die den Zugang, hm, blockieren. Dazu gehören, hm, machen Sie diesen Bereich dicht. Keine, hm, Zeugen. Unterschrieben, hm. Ja, sorry, sorry, äh, für mein... ...stümperhaftes Gelese. Nein, das passiert, wenn die Maus mit der linken Taste an die Tastatur kommt. So, hier sind wir ja gestrandet. Also, es sind schon wirklich imposante Gebeine, die jetzt hier rumliegen. Vielleicht gucken wir hier am Schiff nochmal, ob wir hier irgendwo... ...und wir uns jetzt hier drauf finden. Aber es sieht schlecht aus. Hm. Tja, wahrscheinlich, wenn ich die Dunkelheit hier mal wegfetzen könnte, dann... ...wurde es hier oben lang gehen. Ich muss ja sagen, was haben wir denn hier auf den Balken? Ja, du kommst nochmal zurück. Hm? Diese trüben Wasser sind keine angemessene Repräsentation dieser Bucht. Na, wenn du das hast. Oh. Ja, solltest du nicht, aber wie komm ich sonst an dich ran? Wut? Okay. Alles klar. Hier haben wir etwas... Nein, leider nicht. Schade. Oh Gott. Die Jusis Thanatos. Na, super. Scheiße. Oh Mann, das ist hier alles so hochgradig toxisch, ey. Ja, Central Intelligence Bureau, äh, Vereinigte Städte von Amerika. Halten Sie sich, hm, von Thanatos fern. Da es sich nicht sicher ist, gab einen großen, hm, das Zeug ist überall. Es ist auch hochgradig, äh, gefährlich, zündlich und, äh, so hoch fliegen wie ein Drache. Der Kapitän und seine Besatzung wurden in, pff, geflogen. Geflogen. Ich höre mich auch irgendwie... Oh, warte mal. Ach eh. Ach eh, okay. Alles klar. Bitte? Dein Ernst? Da hat der Manu ja keinen Brot auch hier drüben, ne? Hä? Leith? Leith? Hallo? Ach so. Wir müssen knien. Okay, was klemmt? Was klemmt denn? Soll ich hier hochhüpfen? Nein, man kann hier nicht hochhüpfen. Weiter geht's. Hm. Hm. Ja, das kann's doch jetzt nicht gewesen sein, Norbert. Oh. Scheinbar doch. Scheinbar doch. Und zwar... War hier drauf... Was haben wir hier gefunden? Eine Batterie. Eine Batterie. Was hat denn... Hat denn das jetzt hier gebracht, bitte? Diese Aktion. USA-Status. Großartig. Wie gesagt, ich bin's nicht müh, nur zu erwähnen. Inszenierung... 10 von 10. Da kommst du auch da drüben ja nicht mehr hin. Wieso wird's... Können wir jetzt wirklich nur gucken, ob man jetzt hier was in die Hüfte jahren muss. In der Hoffnung, dass irgendwas übrig bleibt. Aber es tut es nicht. Natürlich tut es das nicht. So, dann schauen wir hinten nochmal kurz, ob wir da was finden. Im letzten Burscht-Ende hier. Das auch nichts. Wie kommen wir denn bitte an den Schlüsselrand? Na, don't go in the water. Don't go into the water. Leute, wie kommen wir bitte an den Schlüsselrand, der da drüben am Hand dem Wahlskelett hängt? Oh, Tannert, das will ich hier nicht. Nein, 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 nein. Und? So. Mom. Sie wird, ja, sie wird merkwürdiger. Das ist zu dem Zeitpunkt schon ja kein Ausdruck mehr. Scheiße. Da gibt es nur eins, einfach raufballern. Scheiße, ey. Tatsächlich, äh, wer, ich glaube gerade eher die Maske hier brauchen, ne? Nein, nein. Alter, ist doch nicht dein Ernst jetzt, ey. Ach, du Scheiße. Oh, Mann, Alter. 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 Ach, Deutschland, okay. Huh, okay. Got it. Ich möchte diesen Weg aber nicht wieder zurückhüpfen. Liegt mir gar nicht. Oh, was für ein weirder Shit ist denn das hier? Irgendwie. Ein Tisch. Ist ein wunderschöner Tisch. Oh, Farben wechseln. Schön. Ist ja nicht schon befremdlich genug. Oh, was ist das? Ein Stipsel? Eine Glühbirne. Naja, was haben wir erwartet? Huh, na und? Alter. Wart zurück. Nein. Nein. Was soll denn das sein? Das ist dann... Das ist dann auch nicht mal ein Schlüsselloch. Äh, äh? Äh, nicht doch, Alter. Nicht doch wieder er. Äh, danke, Dave, Mann. So, und Dave, hast du noch ein paar andere Tipps für mich? Äh, das geht nicht gut aus, Alter. Das geht nicht gut aus. Oh, okay. Alle klar. Großer Schlüssel. Ein großer Schlüssel. Ja. Mann, Alter. So, zäh, wie kniet ihr jetzt hier? So, stecken wir Fragezeichen in Fragezeichen und wir sind an Bord. Und? So. Okay. Pfl ils sind au- So, schon habe ich modern Warfare Flashbacks. Ich merke gerade, die ganze Zeit habe ich Caps Lock an, hier muss ich so schlecht Spiele. So, schön hier, schön hier, ganz, ganz schön hier. Ach, wir sind schon unterwegs, schön, wie schön. Kaputt, kaputt, kaputt. So, da, ach du Schande, okay, mir, okay, oh nein, der Stromausfall. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh, ah, oh, da. Oh, 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 oh nein. Oh, oh, oh. Och, du Schande, oh Gott, und der arme Kerl hat sich dafür verantwortlich gefühlt. Oh nein. What? Scheiße. Was ist denn hier los? Und wenn du ihn saßt. Ah, okay, alles klar. Gut. Ja, krass. Irgendwie. Ach Gott. Oh, yeah. Was heißt denn hier Attack, Alter? Nein! Nur 3-er Epic-Fail, Alter. Siehst du noch, du bist so alt hier? Sieh dir doch, Johan. Das war... Das war immer ein schönes Verkacken gerade, ey. Also mit der Leuchtpastole war... Das war nix. Das war immer nix irgendwie. Aber schön, dass er mich jetzt aufhalten wollte. Der Penner. Das heißt, er beginnt mich zu fürchten. Also auf jeden Fall den Progress, den ich hier mache. Ich gehe jetzt also hier durch Sumpfotternhausen wieder zurück. Raus? Quasi? Ist das richtig? Flup, flup. Und könnte... Theoretisch... Die Brücke runterschießen. Oder wie das hier? Kann ich das jetzt mit der Leuchtpastole? Soll das wirklich... Tatsache. Tatsache. Das ist ja witzig. Interessant. Okay. So, bitte lasst mich jetzt... Nicht wieder jetzt mit irgendwelchen Gegnern hier vollgeballert werden. Ich hoffe, ich habe aber die... Genau. Danke. Okay, jetzt sind also noch mehrere da. Da muss noch einer. So. So, dann haben wir uns Zeit, jetzt hier die Brücke einzureißen. Nice. Okay. Toller Effekt. Toller Effekt. Was ich immer noch komisch finde... Wir sind bis jetzt ja nicht hier reingekommen. Ich würde es jetzt einfach mal so probieren. Ich verstehe das nicht. Was soll das sein? Die Schabe zeigt mir an. Hier ist irgendwas im Wasser, was ich hochholen kann. Die macht einen Knick hier vorne hin. Oh, guck mal hinten. Hier, Schweine. Oh, nein. Nein. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Oh Gott. Das schaffe ich doch nie. Ich komme doch... Oh. Oh, ist das mies. Ist das mies. Oh. Oh, ihr fiesen Schweine, Alter. Das ist ja nun wirklich... Das ist doch... Das ist doch wirklich hinterhältig. Mann, 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 Mann. Ja, Achtze sind übrig. Ich glaube... Hier werde ich nicht... Definitiv nicht alle finden. Dieser Arsch. Dieser Arsch. Ne, guck mal hier. Oh. Die Milton Werft. Na toll. Sieht auch alles wirklich sehr, sehr einladend aus. Sehr, sehr einladend. Ganz, ganz schau. Ich gehöre. Entschuldigen Sie. Nicht? Ich gehöre. Das war's im Hinblick auf. Ich gehöre. Danke. Dann. Ich gehöre. Ich gehöre. Ich gehöre. Ja, ich sage mal tockensprung, werde ich wohl nicht schaffen. Ja, ich sage mal Musik, ich habe mir vier Munition. Na gut, dass ich den in die Schaft habe, den Sprung, Kranschlüsse, okay cool, wenigstens etwas. Ein Kranschlüssel, so, ich würde gerne ein bisschen mich aufmunitionieren oder irgendetwas in diese Richtung, in diese Richtung. So, weil ich Munition sparen muss, halt mal so. Was für eine Farce. So, kann ich denn hier noch irgendetwas finden? So, hier komme ich noch rein. Das sind mir immer die liebsten Türen. Ja, schön, dass das alles da immer auf der anderen Seite liegt. So, hier drüben sieht es aus, als wenn gleich wieder ein netter Pfannkuchen von nebenan ankommt. Allein steigst du nicht dahinter, also übernehme ich das Denken für dich. Wenn du über den Zaun und aus der Werft raus willst, musst du hoch hinaus. Tja, das ist wahrscheinlich klar, wir müssen auf den Gesue leads to the top of the... Oh, fits perfectly. Shit. Ja, die sind natürlich echt uncool irgendwie. Alter, stirb doch qualvoll. Was ist denn los mit dir? Das sind auch Munition. Das ist viel wichtiger. Fünf Schuss, Alter. Fünf Schuss. Come on. Batterie. No, 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 no. Hier ist ein Lärm. Tja, scheinbar. I have to climb up the crane. Na ja, hallo. Da schau hier bei euch. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Soll ich wirklich all diesen Chemie-Scheiß aufs Lagerhaus Dach schaffen? Wozu zum Teufel? Ich brauche eine ganze Stunde, um nur diesen ersten Paar aufs Dach zu schaffen. Die ersten Paar. Was ist das für ein Scheiß-Job? Ich dachte, ich soll alles in den Steinbruch geliefert. Es soll alles in den Steinbruch geliefert werden. Von Mike. Ja. 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 Und nun? Ich möchte Kran fahren. Wo kann ich Kran fahren? Gut. Was haben wir denn jetzt hier gerissen? Du gehst nur irgendwo hin. Na toll. Na schau. Na. Ganz, ganz schau. Oh. Super. Nicht deine Ernst. Oh. Ich bleib jetzt hier hin. Oh. Oh. Verkackt. Boom. Ich komme zurück, wenn ich es brauchen muss. Wer? Wo ist das? Oh, wie? Nein, Mann, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Nee, ich möchte doch nicht runterkommen. Oh, oh. Wo ist Licht? Wo ist Licht? Hier ist nirgends wo Licht, Alter. Ist doch nicht... Mann. Ja, Käse, ne? Ist ja immer Käse. Ja, mach ich mich. Na, steh nicht hin. Oh, nicht jetzt. Oh, der hakelt hier ganz schön an diesem Kran. Überlege nämlich noch, ob ich da hinten noch hinkomme. Und es sieht ganz gut aus. Weil das, was da oben drauf lag, das ist bestimmt was Tolles. Das will ich nicht. So, aber ein paar Schritte dran rumhüpfen bringt es nicht. Jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ausdauer ist jetzt auf zwei. Sehr geil. Äh, nein, nein, nein. Das wäre die Scheiße mit dem Licht. Mit Schlammi. Kann ich das noch nehmen? Nein, das ist voll. Schauen wir mal, ob wir den treffen. Fast. Schade. Naja, ein bisschen Spaß muss man sich schon machen hier. Ist ja sonst nicht so schön hier. Oh, nee, Alter. Nein. Nein. Oh, bitte nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht einfach rinspringen. Ich bin doch tot. Das macht doch Damage. Der will wirklich hier rinspringen oder was, wa? Womit du springst? Bitte. Bitte. Das ist es. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Geh weg! Geh weg, Mann! Hold up! Geh weg, Mann! Oh Mann! Schön, dass ich hier nicht durchkomme! Wunderbar! Dankeschön! Ist aber lieb von dir! Schön, ich bin da wirklich angefangen, aber wie geil ist das denn? Ja, ich bin da wirklich! Ja, ich bin da wirklich! Ich bin da wirklich! So, aufmunitionieren. Knusper, knusper, knusper. Wo ist der jetzt hier wirklich drinnen rum? Das ist ja heftig. So, löse die Bremsen vom Brückenkran. Okay. Dreißig. Echt jetzt, Alter. An Mike von Rick. Mike, wenn du die Bremse des Brückenkrans neu starten musst, hast du drei Sicherungen. Lägt mich dafür. Du findest welche in der Garage und im hinteren linken Lager schuppen. Wenn du immer noch welche brauchst, kannst du eine am Generator klauen. Wenn du diesen nicht im Einsatz, oder nicht im Einsatz ist. Diese miesen Kerle müssen uns einfach mehr müssen zu kaufen. Okay. Toll. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wette nur, wette nur, wette nur, Junge. Wette nur. Ja, verdammtes Problem ist jetzt, dass der da draußen wütet ohne Ende. Die, die ich mir jetzt erstmal einen Bundchen absuchen kann. Hier ist ja schon mal einer So, hier kann man im Generator einer abzwacken Problem ist, wo ist der Rest? Das ist nicht für ein Scheiß Oh, shit Okay, er trifft mir trotzdem, wie schön So, hier muss ich ihn noch bringen So, hier muss ich ihn noch bringen Gut Oh, hier muss ich ihn noch bringen Oh, hier muss ich ihn noch bringen Das gibt's doch gar nicht Mann Okay Das noch zu lesen Hier können wir noch eine Sicherung mobsen Und der rastet hier aus Der rastet hier einfach aus Jo, Mike Wer steht ständig Kisten vor meiner Garagenentlüftung Ich brauche die Entlüftung Sonst ersticke ich am Farb- und Gasdämpfen Wer soll denn noch deine Boote reparieren, hä? Denk mal darüber nach Oh, nee So, das wäre natürlich schön, wenn er mal herkommt, oder? Und sich dieser Kiste irgendwie annimmt Heißer Hooray Das hätten wir geschafft Okay Ja, das wäre jetzt nicht so der Ausweg gegen mir, ich dachte Ich werde dich schreien Ich werde dich schreien Ich werde dich schreien Käse. Irgendwie muss ich da raus. Wie krieg ich ihn? Da vorne. Vorbei. Knifflitsch. Wartens. 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 Falsche Handlung, Behandlung einer Lieferung, müssen wir so viel für die Schadensbegrenzung bemühen. Okay. So, interessant, wie ich jetzt da oben reinkommen würde. Ja, weil hier ist jetzt so ein schöner Steg, aber das warte eben hoch. Ah, okay, na klar. Okay. Gut, 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 komm doch mal her. Na los. Komm, mein schleimiger kleiner Freund. Mach diese Kiste hier kaputt. Sei ein guter Blob. Und der Preis war fast so nüde. Tempo. More Tempo. More Tempo, gut. Kriegt der mich hier? Ja. Wann kriegt der mich hier? Ich glaube, es hackt. So. Na du. Den jetzt aber flink. Zack. Und hier rein. Und auf geht's. Drei Sicherungen. Das ist ein Fusebox. Success. Success. Fits perfekt. Success. Fits perfekt. Mithilfe des Brückenkrans. Okay. 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 Hä? Warum sagt der nichts wie auf den Kran hoch? So. Steht einfach zu nah dran. Okay. Hä? Moment. Moment. Verwende ein Weg zum Lichtern. Verlasse mit Hilfe des Brückenkrans. Ja. Komisch. Und wie sagt den jetzt? Bitte verwenden. Er ist ja nur komplett im Arsch. Alter. Oder ist... Ah, fuck. Das ist der Brückenkran. Das ist der Brückenkran. Der Brückenkran. Oh, shit. Okay. Oh. Nicht gut. Oh, bitte. Halt jetzt nicht alle 14er-Sachen. Peace. Come on, come on, come on, come on. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt, Mann? Die fucking Runimo. Jawohl. Geil. Er hat es aber wirklich Rührung geschafft. Wie schlecht. Arbeit. Bitte? Zum Leuchtturm durcharbeiten. Bravo. Es dauert nur eine Stunde, um deinen Weg nach einer Chainlink-Fence zu finden. Das Licht, das du hier vorhanden hast, sieht, dass seine Lichtigkeit verletzt wird. Vielleicht wie du. Es muss sich in seinen Platz gelegt werden. Ist ein Arsch, bleibt ein Arsch. Einfach mal ins Klipp und Kari, sagt der Typ. So. Lass uns... Einmal komplett durchmunitionieren. Und wir treten jetzt... Oh Gott, was ist denn da hin? Mh... Mh... It smells like a secret. Mission, sehr gut. Dieser Tunnel führt nicht mehr zum Steinbruch oder zu den Depots. Also eigentlich schon, aber nicht nach seiner explosiven Episode. Aha, okay. Gut. Dann ihm nicht. Schade. So, und jetzt kommen wir ja in den Leuchtturm rein. Nein, Alter. Echt jetzt? So, der jagt uns jetzt hoch. Wann? So, jetzt haben wir... Jetzt haben wir quasi zwei Stressfaktoren. Einmal ihn. Und... Das rote Auge. Beides nicht geil. So, beide weg. Jetzt Käsefleisch umgehen. Oh, den Scheiß hier zu werfen. So. Auge vorbeikommen lassen. Gas jämen. Oh, mit Spinner, Alter, ey. Darf da halt nur. So. Nun... Nun... ...betreten wir... ...den Leuchtturm. Oh, schüttel. Es ist jetzt 14.49 Uhr und ich bin am Mikrobus-Point. Ich schaue auf das zweite Million aus und bin traurig. Ich weiß nicht warum. Die Traurigkeit fand Einlass in meiner Brust. Ich zog mein Hab und Gut ein und sie ist sofort breitgemacht. Das ist dumm. Der Doc sagte, ich sollte es rauslassen, wenn mir nur noch ist. Nichts zu äußern. Aber mir tut der Hals weh und ich, wie gesagt, will ich nur sagen, dass ich traurig bin. Ich sage es ohne zu wissen, für wen. Ich sage es dem Meer. Ja, ich bin so traurig. So, mach damit, was immer du willst. Oh, Mann. Ein Schlüssel. Ein Bojen-Schlüssel. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Eine rote Lampe. Der Bo hier. In der Highschool versteckte ich mich gerne in der Dunkelkammer. Ich war nicht einmal Mitglied im Fotoclub. Das rote Licht beruhigt mich. Es war ein Schein für meinen gesunden Verstand. So, okay. Die Uhr. So, die einzieht ein bisschen komisch aus. Was? Mal Scherbe fragen. Drei. Drei. Zwei. Drei. Okay. Noch nicht, aber... Oh. Oh. Television. Wachen Sie sich in der Schmerz, Sie sind schäuert von Spies der Regierung, und es lieb, ist nicht normal. Sie ist nicht verletzend. Sie ist nicht verletzend. Paranoia wird Sie nach Hause, won't Sie? So, Mann. Der Fernseher. Okay. Das ging einfach. Mehr Glück als verstanden gerade, wirklich. Okay. Ah, okay. Alles klar. Gut, wir haben alle drei Schlüssel. Dann lassen wir es doch mal. Erst mal weg essen. Telefonieren. Also, lass uns den Leuchtturm hinaufsteigen. Oh, wie sinister das hier aussieht. Uh. Fenster. Ja. Tatsächlich ist halt die Frage, ne? Was können jetzt versuchen, sein Geist da oben irgendwie zu befreien? Oh Gott. Oder schlicht und ergreifend? Ach ja. Wahrscheinlich hat einfach die Glühbirge noch was wechselt. Oder schlicht. Oh Gott. Okay, okay, what should I do? Okay. Okay, okay, what are you doing? Toll! Toll! Was ich vorne ein Treffen damit? Toll! 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 So, komm. Toll! 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 It's ok. The ship the fire! Those words your fault. Whatever this chemical is, it's gotta be the source. Ja, Mann, Alter, wir haben Alan befreit. So, dann müssen wir also herausfinden, woher quasi die Chemie-Spur stammt. Was ist denn Chemie-Spur-Folgen? Oh, großartig, großartig. Let's get back. Get back to my office. You've reached the office of Dr. Desmond Wills. Please leave a message after the tone. Doc? Doc, are you there? Why would you be there? It's the middle of the goddamn night. This is bad, man. I don't even know what's happening. I swear, Doc, I didn't even know it was supposed to come through. I'm pretty good at getting a copy of the log from the wharf. I know what's coming in. It's not even my job. I just like to be prepared. But that ship, it said nothing about that ship, man. And then the bulb, the bulb quit on me, man. When I needed it the most, it quit on me. Everything was so dark. And then BOOM! The ground is shaking. I went down there. I wanted to help. I wanted to make sure no one was hurt. The man, I don't know. There are monsters down there, Doc. I swear. I can see them in the shadows. They move around when I'm not looking. They try and grab me into the floor, Doc. I'm not, I'm losing. Oh man, Ellen, Alter. I found one of those flare guns. Someone must have dropped it. Gotta fight darkness with light. Could I not see it sooner? Gotta fight. Wait. They're here. They're here. The men in black. Weird. That guy Nightguard is here. I've seen him around. Around you, man. I gotta warn them, Doc. They don't know about the monsters. Gotta fight the darkness with light, man. Fuck, Alter. Die wurden hier unten. Mann. Mann. Scheiße. Okay, wir sind wieder zurück in unserem Büro. Hey, Kitty. You're back. Good. I was getting worried. Things are starting to become unstable around here. How so? The ground is shaking and the water outside is rising. I know what happened to Alan. I know. I saw. Alan mentioned that driver you were treating. Max Nightguard. Classic bag of cats, that guy. There's probably a door to his house here as well. Yeah. I was thinking the same thing. Oh man. You haven't been petting other cats, have you? No. 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 Look at the fur. I just liked it. Patientenname, Alan Shaw, Alter 33, Diagnose, Albtraumstörung, Phobie vor der Dunkelheit, schizotypische Merkmale, Umstände der Behandlung. Patient sucht von sich aus Behandlung, hat Probleme, sich über längere Zeit in der Dunkelheit aufzuhalten und hat wiederholte Albträume, in denen Schatten sich bewegen und größer werden. Er hat Angst, in den Schatten überrührt oder konsumiert zu werden. Persönliche Geschichte. Geboren, aufgewachsen in Montauk, New York. Zog am Alter von 18 nach New York City und kam dann mit 22 nach Hirten. Patient hatte kontinuierliche Angst vor der Dunkelheit seit frühester Kindheit. Die Albträume konnten eine Manifestation der Phobie sein, die diese noch verstärkte. Das zwanghafte Verlangen, das Licht immer anzuhaben, wurde von den Eltern des Patienten geduldet und sehr wahrscheinlich hat diese Beschwichtigung das Problem verschärft. Die Eltern des Patienten waren beide starke Raucher und beide starben im Abstand von nur einem Jahr an Lungenkrebs. Alan war zu der Zeit 16, vermutlich verbrachte er die letzten zwei Jahre bis zum Auszug allein. Psychologische Notizen. Das muss man schauen. Patient hat Leben und das Bedürfnis, immer Licht zu haben, angepasst. Dazu gehört auch der Betrieb und die Wartung der Ecarus-Pound-Leuchtturung, wofür er seinen Job als Mechaniker im Pandora-Hotel aufgab. Patient fühlt sich im Gegenwart von anderen merkwürdig, bevorzugt einen einzigängiger Lebensstil. Patient wohnt direkt neben dem Leuchtturm. Patient drückt manchmal seine Begeisterung aus, wenn seine Phobie betroffen ist und genießt durchaus den Kitzel, wenn er verängstigt wird. Könnte auf masochistische Züge hindeuten. Ergänzend, wurde ins NLH eingeliefert, nachdem er fast tödliche Verbrennungen in der Nacht des Schiffes und Glücks erhielt. Zustand komatös. Wow, Alter, was für ein, was für ein Mann, Alter, für Schicksal gesendet. Oh, Mann, das ist ja ein schön heftig. Okay, Leute, wir haben zwei von vier Fällen gelöst. Wir sehen uns beim nächsten Fall. Ciao. Alan war ein bisschen weirrt. Dann wieder, ich bin ein Katt, also... Alles klar. Gut, denn würde ich mal sagen, und damit sage ich erstmal wieder Hallo zurück. Wir werden jetzt mal Alan Scheibler zu suchen. See you soon. See you soon. Und dazu müssten wir in die erste Etage wieder runter. See you soon. Alright. Besser. Warte noch. Moment, 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 Moment. Da war doch was. Gerade. Ich habe gerade was hier sehen. Da. Moment, 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 Moment. Das müssen wir uns holen. Mann, fast gehabt. Fast. Und wieder Taschenlampe, wie ein Idiot. Wie ein Idiot. Homamart-Münze. Okay. Wir haben eine Homamart-Münze hier gefunden. Wunderbar. For whatever. Aber das lassen wir jetzt mal. So, wir sind jetzt in den U-Kfahrstuhl. Wir fahren gerade für eine Homamart-Münze. Äh, hier unten war ja auch. So, da geht es jetzt erstmal zu Alan. Und wir holen uns jetzt erstmal seine Scheibplatte. Das ist meine Song of Alan hören. Oh, das ist ein fieses Bild, ey. So, und zwar hier vorne. Reload. Da ratzen wir jetzt nochmal die Landsflare rein. Und the darkness is gone. Schön. Wunderbar. Haben wir ansonsten hier noch irgendwo etwas? Okay, das brauchen wir alles nicht. Der Dachboden. Okay. So, und schauen wir uns mal um. Was sollen wir hier finden? Die Mucke ist so dermaßen geil. Irgendwie. Kannst du nicht anders sagen. Haben sie wirklich sehr, sehr cool gemacht. Okay. So, jetzt rüber. Ja, okay. Okay, wir müssen hier rüber. Ein Zettel. Wie oft ich hier schon aufgemacht bin. Einmal. Na, aber. Das ist aber oft. Das ist aber oft. Achso, das ist gar nichts am Lesen. So, finden wir hier noch was? Oh, das ist noch was? Was ist das? Too much for one man. Too much for one man. Schade. Okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Äh, schabums, schabams. Nö. War das Dunkelheit? Dann musst du erst mal nachladen. Und Feuer fallen. Ja, sieht so aus. Deine Tür ist jetzt frei. Aber wir kommen hier nicht runter, ne? Ne, wir kommen hier nicht runter. Gut. Gehen wir mal zurück. Fallung. Oh, Moment mal. Da haben wir einen. Hat sie was an dem Maulfisch drin, oder? Ja, eine Batterie. Was ist das? Das ist das fies. Ihr Schweine. So, okay. So, jetzt noch mal was zum Lesen. Wie oft ich hier schon aufgewacht bin. Fünf, sechs. Nein, sechs. Ich glaube, das ist ein Kuh. Ich glaube, den werde ich mir mal notieren. So, eins. Mal aufgeschrieben. Man weiß ja nie. So, was haben wir noch? Lens, Flair, Batterie, Batterie. Munition. Und das ist gut. Das ist aber schön. Das Bad hier. Unten hier fließt, oben Holz. Das kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Oh, dieses geile Zahnpassat. Zahnpassat. Oh, ja. Ist hier gequetscht. Okay. Letztes Kerzlein brennt hier. Ja, okay. Hier ist zu. Ah, okay. Das ist ja fies. Das ist ja gemein. Soll ich da durch? Schießen. Reloaden. Und Führer frei. Das hat sich gut angehört. Das hat sich gut angehört. Alle den Arsch gemacht. Na super. Hallo. The Lord of Destruction ist hier. So, okay. Cool. Was haben wir hier? Nochmal eine Batterie. Letzte Nacht hat mich das Fluss an zwei Männer vor meinem Fenster aufgeweckt. Die beiden sahen aus wie FBI-Agentner und haben Fotos von meinem Haus gemacht. Ich bin sofort runtergerannt, hab die Tür aufgerissen, aber sie waren schon weg. Jetzt kann ich nicht schlafen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich sie wirklich gesehen hab. Vielleicht auch nicht. Na ja, das hat sich gleich widersprochen. Klimp, klimp. Wie oft bin ich hier schon aufgemacht? Zweimal. Zwei. In den Fingern. Los. Ja, okay. Alles klar. Das war's dann auch hier. Oh, so ein bizarrer Shit hier. NS. Aha. Okay. Und hier haben wir anscheinend auch nochmal einen Schlaf gemacht. Da werden wir mal kurz reinländisch flairen. Ah, es ist schade, dass man immer nachladen muss, irgendwie, äh, wenn man die Leuchtpistole irgendwie auswählt. Schade, dass sie nicht schon automatisch gleich immer... Oh, da ist sie. Die Schaltplatte Allen. Eine gelbe Schaltplatte. Allen. Also im Grunde genommen sehe ich mir einfach nur die Bilder an und sage das Erste, was mir dazu einfällt. Hm, im Grunde genommen, ja. Okay, kann losgehen. Ein Tropetenspieler. Ein hoher Baum. Vielleicht ein Turm. Der einen langen Schatten wirft. Ein kleines Segelboot auf dem Meer. Es regnet heftig. Vielleicht, vielleicht ist es in einem Sturm geraten. Wow, abgefahren. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Es sieht aus wie ein schwarzes Loch oder, oder wie ein Schlundloch. Ja, ja, das ist es. Ein bodenloses Schlundloch. Verstehen Sie? Ich muss mal was kommen. Bei dem empfinde ich etwas, Doc. Wir haben ein Loch im Magen. Heißt das, es hat funktioniert, der Test? Ende der Mitschrift. Okay, 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 okay. Gut, wir haben die Schallplatte. Was ich noch ein bisschen komisch finde, wir haben noch eine verschlossene Tür. Und wir haben jetzt ein Kot. Aber für was? Für was ist diese Tür? Da ist auch Ende, ne? Genau, da oben ist der Dachboden, da ist das Fenster. Dürfte jetzt eigentlich eine Aussangstür sein. Äh, ja, na gut. Okay. Ansonsten haben wir nichts, glaube ich, hier gefunden, wo man jetzt einen Kot eingeben müsste, oder? Na gut. Ja. Ja. Es ist mein Rekord Player. Es ist mein Rekord Player. Es ist so, ich bin so... I'm a little bit anxious. I'm a little unsure of where to go. I'm a little kid swallowed by the shadows in the ocean. And I know it's a little bit daunting. It's a little bit scary when I'm alone. It's a little bit dark outside when I'm uptight. I call you on the phone when we hang up. I stay awake for a while wondering if what you say is true. I am flawed but fixable when I'm uptight. I am flawed but fixable when I'm many so shut-eye. What's this shining at the far end of the road? Oh, I admit, I'd rather see the dark end of a tunnel than the bottom of the pit. All I'm doing is aiding. All I offer to give is a helping hand, but I cannot see but two feet in front of me, so try to understand. And if you're caught in a doorway and a fire is nipping at your heel, if you're stuck on a sinking ship, enjoy your trip and pray it isn't real. When I wake up, I find that I'm hungry for more unsatisfied. Oh God, I'm blue, but it will all be alright if it wasn't for all these uninvited visitors outside. I'd say I'm having a damn good night. In my bed, in my head, there's a light, but it's red, and I wonder till waters bend around me and surround me until I quit. What's this shining at the far end of the road? Oh, I admit, I'd rather see the dark end of a tunnel than the bottom of the pit. I'm in need of a captain, and I wish you were that for me today. I'm in need of a wax and feather, set of wings, and then I'll be okay, as long as I take off. When the sun can't burn away my dream, don't know when I'll be back this way, perhaps someday don't wait. In my bed, in my head, there's a light, but it's red, and I wonder till waters bend around me. And surround me until I quit. What's this shining at the far end of the road? Oh, I admit, I'd rather see the dark end of a tunnel than the bottom. Tunnel than the bottom, sunk into the bottom of the pit. Boom. Ja, schön. Also, ähm, auch wieder ein krasser Song. Also, cool. Er klingt halt natürlich, äh, 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 so ein bisschen, der war jetzt sehr Disney-mäßig, muss ich sagen. Ähm. Ja, danke. Danke. Danke, Daniel. Watch the fur. I just liked it. Ja, äh, fast gleich noch an. Again with the pets. Ja, ich habe wieder die Haustiere. So, okay, und wir haben auch hier bottom of the pit. Äh, die zweite Platze zu stehen. Cool. Gut. Denn, ähm, würde ich jetzt mal sagen, wir... Ich werde hier sein. Ja. Wir suchen Tür Nummer 3. Steigt jetzt das Wasser, ja? Ist das... Ja, es... Sieht jetzt nicht wesentlich höher als vorhin aus. Ich guck mal kurz hier oben nochmal. Aber hier können wir jetzt auch nichts machen. Ja, was ist das? Kann man nichts machen, nichts. Ja, so ein elektrisches Gizmo. Ja, so ein elektrisches Gizmo. Okay. Gut. Was ist das? It's a battery. Top, 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 top. Äh... Können wir eigentlich... Nope. Ja, dann würde ich mal probieren, ähm, ob wir irgendwo noch Dunkelheit finden. Ich glaube, in der ersten war noch Dunkelheit. Äh, die wir da jetzt erstmal irgendwie wegmachen, damit wir den, äh, Bereich quasi da nutzbar machen können für uns. Das war jetzt nicht so total ausgedrückt. Aber, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ist so total komisch damit hier. Da vorne. Und da ist ja auch gleich die nächste Tür. Okay. Hä. Was ist das hier, oder? Swing. Swing. Oh, shit. Wut. Was kommt denn das Leuchten jetzt hierher? Ach, guck mal, da ist ja noch was. Fumm. In der Lüftungstechnik. Und, bitte. Knirsch. So, bisschen Munition. Ein paar Batterien. Und, oh, hallo, hallöchen. Hallo. Moment mal. Äh. Äh. Okay. 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 Hätte ich die jetzt fangen müssen? Hätte ich die Schäschhund jetzt fangen müssen? Oh, nein. Also, ihre Hoffnung ist noch, sie könnte im Keller sein. Ich hoffe, sie ist im Keller. Ansonsten, siegt mich hier nochmal neu laden. Scheiße. So, ja. Genau, der Hausmeister. Hat uns mal geschrien. So, hier. Ja, jetzt tatsächlich. Zum nächsten Fall. Ich würde ganz gerne hier nochmal kurz schauen. Na, was ist denn hier halt? Wo ist das? Also. Oh, ah, oh. Oh. Hm. Okay, was... Ah, schön. Ah, cool, 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 cool. Wir können hier quasi die Hohermarkt, äh, Münzen benutzen. Das ist so cool. Das finde ich, das finde ich gut. Okay, schau mal reden nach. Was ist das? Was ist das? Noch ne Münze. Läuft. Läuft. Nein. So. Kann ich denn jetzt hier beliebig oft viel irgendwie mir holen? Nee. Ah, okay. Alles klar. Also das... Das eine ist weg. Dann dürfte jetzt das nächste Aufweg sein. Endroamin. Okay. Ausdauer plus zwei. Jetzt haben wir noch zwei. Also müssten wir anscheinend noch zwei Münzen irgendwo finden. Hm. Schauen wir mal. Ob die hier unviel in einer mit... in einer unmittelbaren Umgebung sind. Alter Pillen-Junkie. So. Okay. Nee, das ist nur ne Batterie. Das ist besser. Das könnte ich mal... Oh, da vorne... Könnte ich mich noch durchschneiden? Da könnte ich mich noch durchschneiden. Ich müsste... Ich muss mich jetzt selber kurz mal fokussieren. Ich würde mal... Aha. Hier kann man sich durchschneiden. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Hallo. Oh. Oh, ist das mal. Scheinbar kleiner Raum. Was haben wir da? Um die Apartments... Einig zu drehen. Äh... Moment mal. Tatsächlich sieht das immer so aus. Als wenn hier... Ist das ein Lüftungsgang? Ich bin jetzt hier. Aber das sieht nicht so aus. Schau mal. Damn. Das wäre natürlich ganz cool. Irgendwie, wenn halt auch die versteckten Lüftungsgänge irgendwie eingetragen sind. So. Machen wir erstmal den Weg frei. Okay. Zimmer 999. Aha. Jetzt tatsächlich mal... Ah. Bier. Schön. Okay. Das ist klar. Ich würde mal das Heu und dann schauen wollen. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Okay. Tja. Okay. Okay, genau. Würde ich mal sagen, mache ich mir erstmal den Weg frei. In der Hoffnung, dass das jetzt kein Fehler war. Hehehe. Oh. Die tausend Feinden, die auf ihm an die Schießen kommen. So. Das neue Jahr kann beginnen. Kolumne von Janice Rex. In der vergangenen Nacht läuteten... Okay, das ist Wasser draußen. In der vergangenen Nacht läuteten die Milton Havener das neue Jahr mit einer wilden Party auf dem Stadtplatz ein. Es gab Feuerwerk, Line Dance und eine Darbietung des städtischen Chors. Auf dem Höhepunkt des Arms hielt Bürgermeister Barry Vaughn seine ehrliche Ansprache. Dank der Big Player wie Meyer Pharmaceuticals und Homer Mart hat unsere hiesige Wirtschaft neuen Aufwand bekommen. Und 1997 wird unser bisher bestes Jahr werden, erklärte er den übelnden Stadtbewohner. Januar, der erste. 1997. Ist ja super. Oh, eine fast genüde. Sehr cool. Tempo noch ein bisschen dazubekommen. 14 Länger sind hier noch versteckt, ey. Ob wir die alle finden? Prinzipiell habe ich ja immer Bock so was zu suchen und zu finden, aber... Steinweise sind die auch so fies versteckt... also platzieren Entwickler in ihren Spielen so fiese Verstecke, dass ich nicht glaube, dass wir alles finden werden. So, ah hier. Sehr schön. Hier haben wir einen Lüftungsschacht. Und... Eine Obermachtmünze. Sehr geil. Nice. So, dann können wir hier mal schauen, ob hier irgendwas in unserer unmittelbaren... Oh, da haben wir noch gelbe. Hier ist etwas yellow. Gut ihr seht. Noch eine Münze. Na bitte. Damit dürften wir ja den Automaten leer machen können. Oh, hallo. Hier ist etwas yellow. Safe. Und... Welches Jahr haben wir? Ja. Ähm. Also, ähm. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht 1997 sein, oder? Wie jetzt gerade draußen in dem Zeitungsartikel. Doch. Okay. Doch. Okay. Cool. Okay. Nice. Na läuft doch hier. Schöne Ding. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. Schön. Ach, das freut mich. So. Gehen wir kurz mal nachladen. Okay. Grabity devil. Und hoch zum Automaten. Und hoch zum Automaten. So. Fast müde. Tempo. Sind wir jetzt auf 3. Das ist geil. Das funktioniert. Das ist verrückt, so eine Münze in so einem Automaten. Das funktioniert. Das funktioniert. So. Oh, Vitalaxe. Gesundheit. Zwo. Ja. Na bitte. So. Jetzt mal überlegen. Tatsächlich würde ich gerne mal... Ne, ah scheiße. Ich dachte, du bist ein Fass. Ich glaube, ich würde mal einen Abstecher in den Keller machen wollen. Einfach mal, um zu sehen, ob wir eventuell dort die Schrotflinte irgendwo finden. Was? Aber wo ist denn das Ding jetzt abgesegelt? So, hier war Gashen drin. Denk klicky. So, hier ist so long. Hui. Plus 18. Oh, Eintritt nur ab 18 plus. So, ich habe auch das Gefühl, dass ich immer wieder an den gleichen Stücken, an den gleichen Türen und rüttle. Weil, ich sag mal, ob... Ach nee, hier hinten war... Hier genau, hier war das. Details. Da ist Virginias Tür. Da ist der Fahrstuhl. Das heißt, wenn ich rauskomme, müsste ich irgendwie nach links und hoffentlich finde ich da die Schrotflinte. Bitte. Also, wenn halt in so eine Schrotflinte durch die Lappen geht, das ist schon scheiße. Das ist schon... Ja, wo könnte es jetzt sein? Oh, vielleicht. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Pretty please. Ich bin schon mal am Top. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Jawohl, da ist sie. Da ist sie. Schrotflinte. Rostig, aber ideal. Ja, es gab schon mal ein Spiel. Da kam jetzt eine Fahne vorne raus. So. Schön. Sammeln wir mal auf. Was haben wir denn hier alles? Vier Schuss. Vier ist natürlich ein schönes Vier. Damit gewinnt es kein präsenter Korb hier. So. Okay. Hier unten hatten wir, glaube ich, jetzt keine Dunkelheit mehr, ne? Oder? Können wir denn hier am Arbeitszimmer noch irgendwas machen? Glauben nicht, oder? Ja, doch. Das sind doch die... die... die Lüftungsschächte, die auf der Karte angezeigt sind. Aber warum hat denn das von oben nicht funktioniert? Warum... Ich war doch in diesem kleinen Raum, wo eigentlich ein Schacht hingegangen wäre. Ja. Aber es ist nicht. Nö. So, okay. Schauen wir hinten nochmal. Aber hier hinten dürfte jetzt auch nichts sein. Nee. Okay. Dann... haben wir nochmal die erste. Okay. Hier war das nicht. Hier war dieser kleine Abstecker. Hier, genau hier. So, und hier landet doch einer dieser Schächte. Und geht in den Nebenraum. Das können wir mit dem Stuhl machen. Hmm. Hmm. It's a miracle. So, kommen wir hier oben. Irgendwie rauf. Nee, kommen wir auch nicht. Okay. Also, wenn ich jetzt nicht alles habe, dann seht es mir bitte nach. Aber ich würde jetzt erstmal... Oh, da hinten können wir nochmal hin. Die war jetzt sehr hübsch, die Sprung. Achso, hier sind wir. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen in die Tür Nummer 3. Und sie ist hohen. Max Haus. Max Haus. Okay, also... Okay, also es ist wirklich dieser Max New Guard irgendwie von dem Alan berichtet hat. Ich mache es mal kurz um. Ja. Rente, trente. Mal von Macyticals. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Das ist ja schon mal toll, Alter. Am 15.03. 97.17 Uhr endet ihr Arbeitsverhältnis hinsichtlich Projekt Nummer 1138 aus folgendem Grund. Personalbau im Rahmen des Projekts. Name. Max New Guard. Oder New Guard. Identifikationsnummer. Bla 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 bla. Adresse. 210 Main Street. Geburtstatum. Und so weiter und so weiter. Wohnort so. Hm, hm, hm. Hier schlecht männlich. Bundesstaat Washington. Beruf Fahrer. Ah, okay. Jay Reynolds. Titel Transportverwalter. Also er ist jetzt der cholerische... Oh, Pizza-Party. Und ein paar Bier. Du hast das krachen lassen hier. Er war jetzt dieser... Ähm, 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 ähm... Das ist mein Lieblingssender. Dieser doch sehr stark aufbrausende Fahrer. Dean Hashbon-Berrechtsanwälte. Am Arbeitsplatz verletzt worden. Unfall. Unrechtmäßige Kündigung. Ihnen geht... Geldleistung. Achso. Ihnen könnte Geldleistung zustehen. Runden Sie an. Für eine kostenlose Beratung. Telefon rund um die Uhr. Dean Hashbon. 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 Na ja, auch bei der Telefonnummer. Überleg gerade. Hm? Mal aufschreiben. Aber... Meint nicht. Meint nicht. Möchte ja unvertrauen, was ich näher bereuen kann. Oh. Max. Max, Alice hat mir erzählt, du hättest mitten in der Nacht ein Loch in die Garagenwand geschlagen. Hm, ist das wahr? Sie sagte, Madisons Zimmer sei auf der anderen Seite dieser Wand. Hör zu, es ist deine Familie. Und deine Angelegenheit. Ich behalte meine Gedanken für mich, aber wenn du Hilfe bei der Reparatur der Wand brauchst, dann bescheid. Vielleicht können wir dabei ein bisschen reden. Entweder bist du stärker, als du aussiehst, oder deine Wände taugen nichts. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Mein Freund, Andy. Krass. Ja, würde ich sagen. Aber es ist halt auch so ein klassischer Männerding, wa? Männer treffen sich halt nicht einfach wie Frauen und kommunizieren. Sondern, die machen nicht stillschweigend. Bei der Arbeit. Mit so einem Knochen. Krass. Krass. Okay, was... Oh, der Beast. Oh, der Beast. Ah, so. Hier ist noch eine Tasche M. Am P. Kann ich jetzt hier einsteigen? Ah, kann einsteigen. Okay. Okay. Gut. Scheinmal brauchen wir die Schlüssel oder irgendwas? Das ist hier Spackelkeller, Alter. Eine Glättkelle des Grauens. So, okay. Schau mal. Oh, hier. Haben wir etwas Darkness zum Wegschießen. Satzbau, ey. Darkness zum Wegschießen. Maddy. Ja, tatsächlich. Das ist ja natürlich krass. Irgendwie, wenn er jetzt halt wirklich... So ein kolonischer Typ ist irgendwie, dass er... ...besoffen mit dem Auto durch die Wand ballert, Alter. Und seine Tochter pennt auf der anderen Seite. Oder ist auf der anderen Seite. Oh, warte mal. Hier müssten wir mal kurz... Hier ist, hey, der Spiegel zu uns. Was? Wie? Oh. I'll kill you. Das ist ja schön. Das ist ja... Das hat er ja. Das ist ja hübsch. Mh, wunderbar. Schön. Haben wir hier noch irgendwo so eine tolle Benachrichtung? Nee. Hallo? Kammergericht des Staates Washington in Vertretung für und im Namen von Roger Couching. Max Nygard gegen Alice Nygard. Nummer... Wurscht. In der vorliegenden Streitsache wird durch den erziehungsberechtigten Richter, nach unterzeichnenden Richter, Beauftragten des ungenannten Gerichts hiermit wie folgt entschieden. Das alleinige Saugerecht für die Minderjährige Madison Nygard bleibt bei der Beklagten Alice Nygard. Dem Kläger Max Nygard wird das Besuchrecht aufgrund wiederholter Vorfälle von Hausredensbruch verweigert. Ferner bleiben das Kontaktverbot zugunsten der Beklagten gegen den Kläger für die volle Dauer der festgelegten Frist in Kraft. Das Gericht kann seine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt neu überdenken, sofern der Kläger sich einer psychiatrischen Behandlung unterzieht und ihm eine positive Beurteilung durch einen Facharzt für Psychiatrie ausgestellt wird und er zudem ein dauerhaftes festes Arbeitsverhältnis nachweisen kann. Das hat sich ja jetzt nur geschissen. Das Urteil erfolgt in öffentlicher Sitzung am 19. Januar 1997. Richter, Gerichtsbeauftragter Chamberlain Hall, Vorsitzende Kelly, Jackson Kelly? Jackson Kelly? Ja, auch mitredet. Kelly Jackson. Anwalt des Klägers. Formelle Bestätigung. August Reed, Anwalt der Beklagten. Ja, krass. Ja, um sieben die Zeit. Ja, aber was? Oh, hier ist die Kassette. Toben und Max. Alles klar. Aber was willst du machen? Du musst dein Kind schützen, ne? Irgendwie als... Dinge, die mich wütend machen. Falsche Anschuldigungen. Therapie. Super. Schlaglöcher. Menschen. Könnt ihr fast sagen, hat Benni die Liste geschrieben? Benni ist auch... der arme Kerl, irgendwie. Jetzt ist... Er leidet sehr unter dem Berliner Verkehr. So, was haben wir denn noch hier schönes? Batterien, zwei Stück. Ich bin überhaupt nicht regressiv. Okay, gut. Ähm, ja. Also mit dem Auto... Können wir mit dem Auto jetzt noch irgendwas... Achso, nee. Warte mal, muss der noch hier? Irgendwie. Gab's ja hier nochmal. Hallo. Oh, schön. Destruction. Na, wundervoll. Grinding down. Das ist ja toll. Break everything. Ja, run. Ach, du Scheiße. Ain't no liar. How dare you? Chicken? See red. Ach, du Scheiße, Alter. Ja, super. Hat ja dann anscheinend nicht so stark gefruchtet, wie bei allen anderen auch, unsere Therapie. Mann, wir sind echt eine Pfeife als Therapeut, glaube ich. So, warte mal hier vorne, warte. Komm, hier noch was? Full. No, thank you. No, thank you. Was ist denn das überhaupt für eine geile Büsli-Packung? Orgra. Sehr schön. Ja, okay. Max mag Bier und Pizza. Ja, da wird das Leben so richtig... Oh, die haben... Die hat das gleiche Bild wie alle. Äh, das wird Leben wohl so richtig aus den Trümen geraten. Okay. Wenn man jetzt mal die Kündigung gekriegt hat. Wird das so ein Kind wohl so nicht sehen können. Scheiße. Ach nee, es ist ja Lüftungstechnik. So, dann würde ich mal sagen. Let's get to my office. And put a tape in the recorder. Das erste Stock. Best... So. Vorm erster Stock. Gut. So, you're heading into Nygaard's Tape, are you? I strongly suggest you don't. You're not equipped. Not strong enough. You kill you. And that's my job. Wunderbar. Ganz toll. Ja, das ist auch wirklich ein äußerst dubioser Typ irgendwie. Werd aus dem auch nicht schlau. Was... Wer... Wer ist er irgendwie? Also er... Scheint ja immer zu wissen, wo wir sind. Und er hat definitiv irgendwas gegen uns. Um es mal ganz... salopp auszudrücken. So, wer war Max? Und was waren sie mit diesen Chemikalien? Für wen? Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg. Na toll. Na super. Ähm... Noch einmal bis zum Bruch. Schauen wir mal, was mit Max nicht stimmt. Wir haben vielleicht, was mit uns nicht stimmt. Das ist doch auch nicht normal, was wir jetzt hier machen. Ah, Züge. Okay. Okay. Das ist zu viel. Ach, hey. Woop. Okay. Woop. Und hier ist das Roman, Kredit. Warum willst du das sogar noch mal aufhören? Was ist für dich? Blackmail? Nein, nein. Herr Neigart, wenn du nicht aufhören, wenn du das mal aufhören kannst, dann schau ich es sofort. Nein. Ich habe nichts zu schützen. Wir sind hier für die Wahrheit, oder? Die Wahrheit, oder? Wahrheit oder Wahrheit, richtig? Ja, das Gesetz hat diese Sessionen gefordert, aber das ist ein Ort, wo wir auf Heilung arbeiten. Und generell gesagt, die Wahrheit ist gut für das. Scheiße hier in der Strecke. Oh, oh, ah, nein! Ah, jetzt ist das ein Thema. Warum Züge wird es gefragt? Na, ist ja super, okay. Wir haben anscheinend so ein bisschen Probleme, damit die Realität zu akzeptieren. Toll. Oh, okay. Ich bin wirklich sehr begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Wie Benni hatte ja mir das mal so ein bisschen so als... Äh, ja. So nach dem Motto, hey, du spielst mal als nächstes das Spiel. Das hat schön viele Jumpscares. Wird da mich schön leiden sehen. Aber ich muss sagen, Benni, ich bin dir dankbar, dass du mir das hier auf den Tisch gepackt hast. Weil bis jetzt, muss ich sagen, das ist jetzt super. Jeder versucht hier zu verhindern, meine Leben hier. Sie versucht, meine Freundin zu verhindern, meine Kindheit zu nehmen und sie gegen mich zu nehmen. Der nächste ist... was? Du willst meine Recht, meine Freiheit? Ich sage dir was, warum kannst du mir die PILS, die du wahrscheinlich verabschiedst hast, und ich warte, dass ich sie nehme, damit ich nach Hause gehe. Ich bin ein Therapist, Max. Ich bin kein Psychiatrist. Ich habe keine Medikation. Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Woah. Hat das eigentlich irgendeine Konsequenz, wenn die Tür öfters sterben? Na? Also, ich... nicht, dass ich es passieren möchte jetzt. Es scheint, dass es kein Escape ist. Schleife anscheinend blöd angestellt. Schleife anscheinend blöd angestellt. Und, na, da freut mich ja nachher schon aus dem Weg zurück. Das wird ja super. Das wird ja geil. Äh, wenn man nach... so... die Sichtgulasch bekommt, irgendwie, sobald man irgendwie versucht, da irgendwie so... irgendwo ruf zu springen. Ich bin auf jeden Fall so ein Typ. Ich bin auf jeden Fall. Wir können... wir können... um uns zu reden, um zu sprechen über Alice später. Sag mir... wie fühlst du mit deinem Arbeit in der Quarie? Die Quarie ist tot. Meier hat all diese Lande gewonnen. Ich fahre für sie jetzt. Nicht, dass es keine Unterschiede macht. Fahre ist fahre. Ich muss sie helfen, um sie zu helfen, zu einem großen Schwerpunkt, eine dieser Nacht, und sie sind alle secretive. Aber ich bin nicht egal, was der Job ist. Ich werde es machen. Ich benutze das Geld, um meine kleine Mädchen-Kollege zu bezahlen. Denn, guess was? Ich bin ein guter Vater. Obwohl, was sie sagen. Soll ich froh sein, dass sie im Knast hier landet ist. Okay. Na dann. Ab in Mecks Tüche. Oh, auch schön. Schön. Auch cool. Mucke-geil. Optik-geil. Du fällt mir die Welt. Fink schön. Heiß. Na schon. Schlag ich mir den Staub von meinen Hosen und schau nach, wo ich den nächsten Whisky herbekomme. So. Und wir gucken erstmal kurz, was wir hier im direkten Umfeld haben. Das scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Also, dass die Glas... Oh, da vorne? Nee. Dass die Glascheibe so elementar in diesem Spiel ist, ist halt auch echt geil. Was ist denn das alles? Okay. Verbandet grün. Wo die ist das? Okay. Ja, ist wirklich alles ein bisschen weiter weg. Ich glaube, da vorne sind Feinde. Kann ich mich hier eigentlich auch ransteaken? Gibt das eigentlich auch Stealth-Angriffe? Komm ich... Sind die durch... Die sind durch Dunkelheit geschützt. Ach du Scheiße, ey. Na. Okay. Okay, cool. Wie ist das denn? Ach ne Chips-Tüte. Das ist wie so ne Geldbörse so. So ne alten Frauen-Geldbörse. What? Telefon. Hallo? Telefon für mich. Wichtiger Anruf. Wichtiger Anruf. Du wirst es verstehen. Bob. Sie sind ein netter Kerl, aber wenn Sie doch mal jemanden in den Steinbruch lassen, ohne zuerst seine Legitimation zu prüfen, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie in dieser Stadt nie wieder Arbeit finden. Oh toll. Dieser ehemalige Mitarbeiter, den Sie reingelassen haben, hat unsere gesamte Operation in Gefahr gebracht. Ganz zu schweigen von dem Sachschahn, den er mit seinen waghalsigen Faxen angerichtet hat und für den wir Ihnen diesen Monat das Gehalt erheblich kürzen werden. Keine weiteren Fehler. Es Hill. Oh. Kennst du eine Person, die diesen Namen trägt? Äh. Ja. Da weht aber ein ganz eisiger Wind durch den Arbeitsvertrag, möchte ich mal hin. Da muss man aufpassen. Oha. 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 Alte Fabrik. Was haben wir denn noch hier? Zugdepot. Rüstliche Eisenbahn. Was ist das hier? Steinbruch. Ach du Scheiße. Giftmülllagerung. Na guter Nacht, Marie. Na das wird ja schau. Das wird ja schau. So. Hier noch ein Zettel. Bob. Einige dieser Fässer. Sind von einem Lieferwagen gefallen. Hm. Als er versehentlich das Eingangstor gerammt hat. Bewachen sie sie. Bis einer unserer Männer sie abholen kommt. Seien sie extrem vorsichtig im Umgang mit diesen Dingern. Ein Funke in der Nähe dieser Fässer. Und ihnen fliegt alles um die Ohren. Joa. Nö. Bin vorsichtig. Pass dich auf. So. Können wir hier noch ein bisschen... Warte mal wirklich... Gibt es da hinten was? Oh. Hören wir mal kurz hin. Hören wir mal einen Abstecher. Ja. Haben wir hier? Schrotflint Munition. Das ist doch geil. Und hier drüben haben wir... Lens Flares. Ja. Okay. Ich muss mir mal wirklich den... den Soundtag kaufen danach. Irgendwie. Also der ist ja wohl... Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht. Ich hole mich leider ein bisschen. Aber ich feiere den wirklich... hart. Wie Benni sagen würde. Ja. Oh. Was ist das? Und hier nochmal eine... Ja. Gut. Dann... Gehen wir nochmal rein. Können wir hier noch... Hier noch irgendwo rein? Können wir dann auf? Ja. Ja. Hm? Nope. Na, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so... die große Relevanz gehabt haben. Oh, und hier ist noch was? Der Steinbruch liegt auf der Rückseite. Tu uns einen Gefallen und stürzt euch mit dem Kopf voran hinein. Oh. Und falls du Max dort siehst... Grüß ihn von mir. Wie heißt dieser Typ eigentlich? Wie heißt dieser Typ? Und was hat der damit zu tun? Was... Ist der der Dratia von allen? Alte Fabrik. Ach geil. Irgendwie... Wie gesagt. Ich hab's auch schon mal. Das eh noch einmal erwähnt. Aber es erinnert mich wirklich doch sehr an... Fallout ein bisschen. In dem Falle ist das jetzt... What? Hohohohoho. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr es über Kopfhörer gehört habt. Oder das Spiel über Kopfhörer guckt. Aber... Habt ihr den Sound gehört? Das war ja krass. Da geh ich nicht hin. Nope. Ähm... Ja, äh... Das erinnert mich irgendwie so an Fallout New Vegas irgendwie. Ha. Zack. Voll. Ja, Schroffel-Munition. Sehr geil. Okay, nebenan können wir auf hier rein. Da liegt was. Hm... So, kurz noch mal ein bisschen die Lage hier sondieren. Mal schauen, was wir hier noch finden. Okay. Oben gibt's ne Menge. Wenn ihr irgendwie mal ne Ahnung habt, um was das... Oder wenn ihr schon irgendwie... Ne Theorie habt, um was das gehen könnte irgendwie. Haut's mal unten in die Kommentare bitte rein. Weil ich bin wirklich noch echt... Ich hab noch ja keine Ahnung. Ich mein die... Also... Man... Man merkt jetzt schon, okay, alle Fälle sind irgendwie miteinander verwoben. Ja. Und... Ich sag mal, mit mir als Psychiater muss ja auch irgendwann nicht stimmen. Aber... Was hat das jetzt hier mit dieser... Äh... Mit den Maya Farmshütiker zu tun? Die sind ja anscheinend... Äh... Irgendwie der Umbrella von dem Spiel hier. Und zwar... Oh, was haben wir hier? Oh, schubsen. Wo soll der hin? Was? Oh... Gab's hier was? War ich eigentlich kaputt. So, dann können wir den hier rein? Ja, wir können hier rein. Und wir können hier rumfriemeln. Ah! Der Ende macht hin. Ja, okay, alles klar. Das ist quasi so ein... Äh... Ja, wie nennt man das irgendwie? Weichen... Weichenstell... Rondell? Hm? Ich weiß leider nicht, wie das wirklich heißt. Ähm... Ja. Also steckt dieser Pharma-Konzern mal hinter. Und wie gesagt, wer ist dieser... Wer ist dieser Typ? Im gelben Mantel. Und ich gehe davon aus, dass der das ist, der mir die ganze Zeit immer schreibt und mich anruft und sagt... Ja, wo ist der Typ? Hallo? Da komme ich aber jetzt nicht dran vorbei. Schön. Aber... Äh... Okay. Schieb mal ein bisschen zurück. Dann könnte ich auf das Ding rauf springen. So, dann machen wir mal... Ne, wir machen mal so. Perfekt. Die Nightmare tier. Und wie... Nein. Und so. Yes. Die Soundkulisse. Oh Mann, die Soundkulisse. Moment. Anweisung. Anweisung. Beim Befestigen von Maschinen auf der mobilen Basis. Bitte größte Sorgheit walten lassen. Bei den Verriegelungen ist auf die richtige Ausrichtung zu achten, da eine fehlerhafte Verbindung von Ober- und Unterteil zur schweren Verletzung oder sogar zum Tod führen kann. Maschinen. Bohrer stets nach hinten gerichtet zusammenbauen. Ramme stets nach außen gerichtet zusammenbauen. Lager stets nach außen gerichtet zusammenbauen. Okay. Ja. Ah, okay. Alles klar. Das Ding soll also da mal drauf. Ja, das ist ja einer meiner leichtesten Übungen. So. Dann würde ich doch mal sagen... Machen wir mal hier erst... Machen wir hier erst mal alles auf. Und jetzt fahren wir unseren Wagen zurück. Ja, was? Oh Gott. Das ist großer. Oh. Oh. Okay. Alles klar. Damit haben wir jetzt nochmal einen neuen Gegnertypen. Toll. Große Typen. Hm. So. Stop it. Warte mal. Können wir auch nochmal platt machen? Oh. Oh, geil. Schön. Das ist natürlich das cool. Das ist cool. Haben wir noch was? Wut, 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 wut. So, hier hinten könnte ich mich nochmal ganz kurz umsehen. Aber ich würde erstmal den nochmal kurz ein Stück nach vorne schieben. Und ihn denn für die mittlere Halle ausrichten. Und ihn denn für die mittlere Halle ausrichten. Damit wir denn den Bohrer... Ist das der Bohrer? ... ...dann ausrichten können. Kann den auch. Nice. Sieht ganz gut aus. Wie gesagt, eine meiner rechtesten Übungen. So. Oh. Toll. Hat er die zerquetscht? Ja, hat er. Sehr cool. Ja, das ist ja geil. Okay, scheinbar müssen wir... Oh nein. Wir müssen dieses Tor durchrammen, oder was? Ja, wo die scheiß Geräusche herkamen. So, warte mal. Erfolg. Guck ich hier hinten nochmal. What? Ähm, okay. Hier kann man raufschießen. Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt hier raufschieße? Kommen wir auch nicht hier hoch. Okay. Da gibt mir auch nichts. Ich würde einfach mal blöd raufschießen. Was nicht geht, weil... Du kannst ja nicht durch diesen Maschendrahtzaun durchschießen. Geht ja nicht. Ich bin grün so groß für. Wenn die Kugeln hängen. So ne Krawatte. So ne Krawatte. So, was haben wir denn hier? Hallenschlüssel. Batterien. Batterien, Batterien. Bob. Moment. Schönen. Schönen. Da, wo die Ull nie ruhig herkommt. Toll. Ich werde dir helfen. Scheiße. Okay. Bob. Nach dem Nüger-Zwischenfall lassen wir die Angestellten der Fabriken nur noch durch die Halle betreten. Womit nun ein zusätzlicher Stopp auf ihrer täglichen Runde anfällt. Verschließen sie den Eingang zur Halle am Ende jedes Arbeitstages mit dem für sie hinterlegten Schlüssel. Jeder der versuchen sollte sich gewaltsam Zutritt zur Halle zu verschaffen wird die Konsequenzen zu spüren bekommen. Bill Byrd. Verbindungsmann der Regierung. Oh, Regierung ist also auch noch mit drin hier. Aber Bill Byrd. Is he the Byrd? The Byrd is the Byrd. Is he the Byrd, 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 Byrd. Kann man nur die Frage, is the Byrd? Wirklich the Byrd? Eine großartige, extrem nervende Folge von... Was war das? Von Family Guy. So, und... Ja, ne, geht nicht. Oder brauche ich mehr Anlauf? Ja, das ist ziemlich viel Anlauf jetzt, Freundchen. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Okay, es hat geklappt. Ich weiß nicht, ob ich darüber wirklich so happy sein sollte. Aber es hat geklappt. Okay, hier ist Ende. Zugdepot. Wo? Ah, okay, wir sind im Zug. Ah, krass. Das sieht so krass aus. Da vorne sind Feinde, glaube ich, ne? Oh, wie? W-w-w-w? Nun aber flink. Echt? For real? Alter. W-w hat jetzt aber wirklich mal ne Menge gefressen hier. Because I got no aim. So, okay. Gut, ich weiß, für euch zum Zuschauen ist sowas immer extrem anstrengend, wenn jemand nicht trifft oder ständig halt daneben ballert. Aber hey, sorry, so bin ich halt nun mal irgendwie. Und... Es... So ist es nun mal. Ich hoffe natürlich, dadurch, dass ich halt... Mal als kleine Origin-Story... Ähm... Ich bin quasi sehr, sehr lange Playstation-Spieler gewesen. Und habe mit dem PC tatsächlich erst so ein halbes Jahr, bevor wir den Kanal angefangen haben, angefangen. Dementsprechend ist natürlich meine... Tasten-Maus-Koordination noch so ein bisschen hubbelig. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es halt mit der Zeit etwas besser wird. Irgendwie, weil ansonsten... Komm, da ist die Zeit noch für euch zufrieden. Ne, aber... Ich hoffe, ich werde schnell besser, damit es für euch nicht so anstrengend wird. Aber es kann halt natürlich... etwas dauern. Aber man merkt halt auch selber, dass man etwas besser wird. Irgendwie... Sagte er und sprang vorhin ins Wasser. Warte mal, hier kommen wir hoch. Hier kommen wir da hoch. Moment. Wir kommen ja nicht hoch. Alter, okay. Mal kurz durchatmen hier. Was ist denn los? Was sind denn nicht hier für undynamische Sprünge hier, mein Freund? Man muss halt hochkommen. Oh, what? Vielleicht kommt man aber auch nicht hoch. Kann auch sein. Kommt man nicht hoch. Komm ich nicht hoch. So, tatsächlich noch mal kurz mal einen Blick in die Scherbe werfen. So, schön. Abgescannt hier. Hier? Wo ist er? What? Okay, wie kommt man denn da rein? Komm ich denn da rein? Hä? Ich geh über diesen Endpunkt rauf. Ja, aber wie? Oh, nochmal doch. Könnte? 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 Hm. Oder auch nicht. Schade. Zettel. Warnung. Betreten des östlichen Tunnels verboten. Todesgefahr. Die Statik ist bestenfalls fragwürdig. Ganz zu schweigen von den diversen, potenziell gefährlichen wilden Tieren. Ach toll. Die sich im Laufe der Jahre dort angesiedelt haben. Wir werden vermutlich Jahre brauchen, bis wir diesen Tunnel wieder in Betrieb nehmen können. Gut. Der Welt ist der Welt. Der Welt ist der Welt. Dann mal da drüben. Ah, okay. Da, komm. Alter, ist die schon wieder da? Das ist schön, dass ich extra das Ding vorne weggeballert habe. Aber ey, das ist natürlich nicht so clever. Na, sag mal. Stecken mittlerweile ganz schön weg hier. Irgendwie haben... Und die haben jetzt doch diesen, diesen, diesen Darkness Schild, ne? Irgendwie ist natürlich... Hm. So, okay. Was haben wir hier? Ah, hier kommen wir durch. Ihr Kack. So, hier ist Hammer. Okay. Okay. Üben wir mal rüber. Okay. No dice. Alles klar. Hier brauchen wir anscheinend einen Schlunzieher. Was man, äh, äh, das hat man davon, wenn man ein veraltetes Kraftwerk über seine Kapazität hinaus beansprucht. Kein Wunder, dass ihr ständig Stromausfälle habt. Ich kann den genauen Fehl am Augenblick nicht ausmachen. Ich werde mir jede verdammte Schalltafel einzeln ansehen müssen. Falls das Problem nicht dort liegt, können das, äh, die Erdkabel sein. Und da ich keine Möglichkeit habe, ihre genaue Lage zu bestimmen, kann das eine Weile dauern. Carry of Sail Electric. Wir hätten die doch nur etwas, womit man die Kabel sehen kann. Es fehlt das genauso an Scharfsehen wie dir. An. Wie dir an. Achso. Äh, äh, weißt du was? Ich gebe jetzt nicht mehr... Was, was, was? Ich gebe mich jetzt nicht mehr damit ab. Kümmer dich selber drum. Können wir denn nicht die Kabel... Ja, na guck mal, siehst du, eine Spiegelscheibe brauchst du, mein Freund. Den kannst du auch sehen, wo deine Kabel gehen, mein Freund. Äh. An elektrischen Indikator. An elektrischen Indikator. An elektrischen Indikator. So, aber... So, einer geht hier vorne. Und wie hin? Da drüben. Schau mal. Oh, nein. 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 Bitte nicht. Oh, nein. Oh, nein. Ach du Scheiße, Alter. Das ist so eine klassische Kletternummer, wo man sagt, so Alter, ich schmied da tausendmal ab. Nein, 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 nein. Nicht kaputchen. So, Lensflare. Was für ein Naschen? Brauchen wir nicht. Oh, wir würden nicht runterfallen jetzt. Oh, Mann. Oh, so ein Penner. So ein Penner. Oh, Mann. Wieso macht denn er so was? War der Typ im Anzug, oder? Globig, bin ich der Meinung. So, was haben wir hier noch? Was next? So, gucken wir mal kurz, ob wir hier irgendwie sehen, wo das Kabel angeht. Ja, hier vorne. Heißt also, um Umkehrschluss. Ach. What of them? Cool, cool, schön geklärt. What, noch einer? Nee. Okay, alle klar. Und ich komme also von hier. Wie wär's? In dem Nachbargebiet. Äh, aber... Gibt's ja noch irgendwas? Nee. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Mann, ich glaube nicht. Ach du Scheiße. Es ist nur so viel, was ich carry. Okay. Schön, jetzt kriegst du hier auch schon Schrotflinten-Monitore. Das ist immer eigentlich kein Newt-Zeichen, irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Ja, sorry, wenn ich jetzt hier so ein Schisser bin, aber... Irgendwie so langsam kennt man halt... ...Spieldynamik-Aufbauten irgendwie. Ich saß doch. Ich saß doch. Oh Gott. Aber das ist nicht zu sehen. Ja, irgendwelche Feinde. Tup, 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 tup. Hallo. Da gibt's ja auch gar nichts hier anscheinend, oder? Und das ist alles noch drüben? Hallo. Ist da anybody out there? Das ist mir nicht wohl, Freunde. Mir ist nicht wohl dabei. 10 HP voll. Jetzt sieht mir noch komisch aus. Jawohl. Okay, Pistolen-Munition und... Oh, schade. Ich dachte vielleicht ein bisschen... Ja, was anderes. Naja. Okay. Gut, da vorne können wir uns anscheinend irgendwie... Oh, fuck nicht doch, Alter. Bleib aus den Tunneln raus. Du solltest definitiv in den Tunnel gehen. Aha. Schön. Da hab ich doch so einen schönen Zwiespalt. Hallo. Ach, Gott. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, was hier alles herumliegt. Schön. Uah. So. Folge den Schienen. Machen wir die Taschenlampe nicht an irgendwie? Da geht's hier irgendwann auf. Schrecke. Zug? Zug? Uah. 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 Okay, 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 okay. Cool, cool, cool. Mach dein Ding, mach dein Ding. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Na toll. Ach du, ach du Schande. Ja, na toll. Genau. Oder? Uuh. Schön. Ganz schau. Du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße. Ach du scheiße, ach du scheiße. Alter, chill doch mal. Alter, chill doch mal. Kann ich ihn nur verletzen, oder irgendwas? Oh Gott. Na toll. Oh. Okay, also kann die... Oh, schön. Kann er die umkippen, oder was? Was ist das? Dein! Wo ist er? Okay, also er kann... Er kann... Er kann die Züge definitiv umkippen. Das heißt, ich würde mal versuchen, ihn hier... Oh, shit. Aber er muss anscheinend erstmal seinen Boost anhaben. Oh. Oh. Und dann muss er das Ding anscheinend irgendwie seitlich treffen. Was jetzt nicht einfacher ist. Oh. Oh. Kommt er hier hin? Ah, die Mucke ist geil. Okay, Jut, er kommt da nicht hin. Huh. Okay, hier haben wir so eine kleine Safe Zone. Kann ich ihn ja nicht... Oh nein, er kann ja nicht durch die Zäune schießen. So. Ich würde ja gerne, dass er diesen Wagen hier wegkickt. Irgendwie. Das wäre echt cool. Schade. Hau den nochmal richtig um. Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt natürlich eine C-Nummer hier. Irgendwie. Kannst du auch mal ausspielen. Ah, okay. Alles klar. Er ist Max. Ja. Mann. Aber er haut ihn halt nicht ganz um. Das ist, ähm, schwierig. Ist es. pushing. Oh, 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 oh. Ja, ich lasse es sein. Auf jeden Fall quasi damit, dass er ihn umkickt. So, wahrscheinlich müsste er mal hierher kommen. Gut, gut, gut. Stille. Okay, ich würde jetzt erstmal versuchen, ihn durch das Tor da vorne zu locken, damit er das aufmacht. Sehr schön. Oh, 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 okay. Komm, was, wie, was, 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 komm ich rein? Oh, auf den Ding, oh, den, den, den. Oh, krass. Krass, 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 krass. Oh, krass. Das mal heftig. Moment, ein wichtiger Anruf für mich. Wo? Hier? Tja. Delicious. Okay. Gut, anscheinend können wir jetzt hier in der Halle erstmal wenigstens ein bisschen geschützt sein vor Max. Und, warte mal rein. What is this? Ja, und ich würde ja einen Schraubens hier haben. Oder irgendwas. Aber hier? Schraubenzieher. Nice. Laderampe. Ersten Stock. Okay. Muss ich nicht reparieren oder was? Na gut. Denn... Oh, wirklich, an jeder Schraube? Echt jetzt? Das muss dann wirklich nicht sein. Können wir da einen Chip reinstecken? Oh, was für ein Chip? Müssen wir jetzt den Chip suchen? Es ist blockiert von der anderen Seite. Ja, es ist blockiert von der anderen Seite. Komm her. Was ist rum? Drüben irgendwas? Okay. Vielleicht sollte ich da mal erstmal warten und mit irgendwelchen Sachen wegballern? Um da eventuell irgendwo raufzukommen. Um da eventuell irgendwo raufzukommen. So, was haben wir da? Rrrr. Gehen wir noch zum Futteren. Okay, es geht doch so. Ähm, ja. Na toll. So, der Tasteck muss jetzt wieder raus, oder was? Gehen wir die hier nebenan? Gehen wir die hier nebenan? Ach du Scheiße, ey. Gehen wir die hier nebenan und den Sicherungskasten abmachen? Kann man ja nicht dein Ernst sein, oder was? Oh Gott, und der wartet da doch schon. Da ist er doch. Oh. Ai, 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 ai. Äh, so. Genau. Machen wir mal hier was drauf. Okay. So, dann mal gucken wir mal. Ja, wo kriegt der denn den Turnship her? Muss ich da jetzt wieder rüber? Geht ja nicht. Das Ding ist weg. Äh. 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 Echt jetzt, ey. So Käse. So. Ähm. Okay. Okay, okay, okay. Würde ich jetzt hier mal rüber rüpfen. Oder einfach an der Seite weg spargeln. Was ist denn das? Oh, komm. Gib Gummi, Junge. Alles klar. Ja. Alles klar. Ja. Ja, du bekommst den Willen, mein Großer. Klar. Und ob. Sind alle nur für dich da. Ja. Ja, war der denn hier nicht auch so ein... Ach, verdammt. Ach, Mist. Hm. Ich muss mich ja an eine unglückliche Lage jetzt hier brauchen. Na schön. Ach, Mist. Ja. Ach, ist ne Bate hier, ne? Schade. Aber irgendwie muss ich doch jetzt hier vorne... mal irgendwo den chip in der fabrik hier kann ja nie hin ja hier ist alles klar du musst irgendwie versuchen oh warte warte nee muss ich jetzt hier rumspringen oder was oh Gott da kann ich dein Ernst sehen oder mhm nee besser nicht oh echt jetzt okay also das ist jetzt nicht besonders arbeitssicher jetzt kommt Freunde der Shinitsu Chip 1V okay 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 cool 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 wenn ich den da drüben rein mache hier geht dort die Tür auf oder was oh come on was ist denn wenn ich jetzt hier so ein Chip im Moment habe okay das ist einer ja ich möchte jetzt ehrlich das ist ein geiler Song aber äh Junge du bist hier auch mal weg jetzt verstecken vielleicht lässt er von mir ab ich gehe jetzt hier mal hier vorne hin und sage hier mach doch mal den 2V-Chip rein sehr schön sehr schön ah ein Shinitsu Chip 2V okay ich finde den 3V Batterie was 3V Batterie finden hey du bist gleich aus der elektrik nein dann fast verdammt noch mal aus der elektrik nein dann fast verdammt noch mal die Schalter nicht an guter Spruch ich weiß dass der Aufzug nicht richtig funktioniert ich arbeite daran also wirft eine Entspannungspille ein oder was die Typen hier sonst so herstellt ich überarbeite gerade die Elektroverteilung das gesamte versammten Anlage darum bekommt der Aufzug manchmal nicht genug Saft das Kraftwerk hat sämtliche Leistung und Chips auf der unteren Ebene gegrillt sodass ich sämtliche dass ich ständig Chips aus anderen Schaltkreisen umschalten muss damit der verdammte Aufzug auch nur ein Schluck hochwert entschuldigt bitte gleich einen Schluck auf ihn so ist das Leben er ist live ja ok alles klar gut also jetzt würde mich mal interessieren wenn ich den jetzt nicht ok also die Tür bleibt trotzdem offen ist ja schon mal ganz gut ist ja schon mal das ist ja schon mal gut so heißt ach du meine Nase ah ok alles klar wir sind quasi drei seine Widerstands äh ne macht mal drei seine Widerstände oder Transistoren oder irgendwas und das heißt dass das Element hier wirklich nur mit 3V funktioniert und das mit 1V ja das ist natürlich gut natürlich schon blockt von der anderen Seite Moment ach nee sah gerade so aus als wenn naiv ist schon so dann gucken wir nochmal mal dein Territory ok was ist jetzt passiert wenn ich hier einen drin mache dann ist das Ding offen da drüben aber ich nehme ihn gleich raus aber ich nehme ihn gleich raus oh nicht hier oh nicht hier oh ok ok alles klar alles klar alles klar er hat drüben aufgemacht keep on running oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit man alter mach doch mal hin ich nehme hier oh Gott alter oh Gott wo sind wir ok ich scheine auf jeden Fall erstmal nicht hin zu kommen aber es heißt nicht dass das hier irgendwie entspannter ist den ganzen Strom hier oh fuck oh oh Gott alter echt jetzt ja so ein Stromlabyrinth ach Leute das ist doch mies Alter das ist eine ganz miese Idee oh oh ich werde so drauf gehen dabei oh oh nee lass mich raten ich lasse mich berühren ach Kinder nee oh oh das wer kommt denn auf so eine Idee Leute ey echt jetzt mal wieso knusper so heißt also wenn ich jetzt hier ruf springe was habe ich davon komme ich da irgendwo anders hin wo kann man hier hin springen spring hier hin wieder Wind ah wie wo war ok also nicht berühren kann ich hier hoch ist hier oh Gott und lauter Feinde das ist ja toll ey nein ich kräfte ihn von hier oben nicht das beste Kill Position ever und er trifft ihn da nicht durch den blöden Zaun so okay dann lock ich dich hier nach vorne und er trifft ihn finde ich gut gefällt mir so okay 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 cool also von hier zu der Tür geht nicht auf die hier na toll warum kriegt die Tür nicht auf Leute wieso echt jetzt Mann ey ist das fies ich bin so scheiße an diesen ganzen Plattformen Dingern ey kann ich jetzt hier lang ich glaube nicht oder ich glaube nicht ich glaube nicht ach du Scheiße ach du Schande ach du Schande spinn auf da na na sollte ich jetzt wirklich in der Mitte oder sollte ich jetzt links oder rechts lang laufen oben guck mal über die Traverse aber das in der Mitte sieht mir auch recht wichtig aus irgendwie ist bestimmt irgendwas was ist denn hier hin hier muss ich mal kurz die Schande runter halten da muss ich mal schauen hier muss ich mal gucken da forschen wir nochmal nach und nüchter wie schön aber aber wozu das hier unten was soll das was ist denn das für ein Scheiß hier ok ok ich muss also muss ich runter springen oder was ich geh da jetzt mal rüber hier sollte bestimmt nicht der Weg sein aber ok hier ist jetzt nichts weiter na gut na gut huu vielleicht doch auf der anderen Seite land ah vielleicht warte mal vielleicht oben über das Dach in das Haus ran dann muss ich den dann irgendwie gehen so ja das sieht gut aus über das Lüftungsgitter kommen wir hin so das ist ja hier nichts was für ein Quatsch was für eine Ablenkung so kurz hier guckt Hooray Guten Tag Freunde da sind wir und hier haben wir jetzt haben wir den Namen hier haben wir jetzt hier den 3V Chip oder was jawohl die nicht w 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 hier abwehren, bitte! Ja, was? Oh, das wär schön. Das wär schön, das. Sehr nice, sehr nice. Ja, der Plan, der geht auf. Oh! Das ist ja scheiße. Oh, die scheinen sich wieder zu reaktivieren. Irgendwie, aber wahrscheinlich... Das ist jetzt irgendwie so... No, ist der Letzte. Da. Na, kommt noch einer. Oh! So war's das jetzt hoffentlich, bitte. Yes! Erfrischend! Schön! Schön, wenn es für dich erfrischend war. So, wunderbar. Zack, 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 zack. Zack. Alle Chips? Alle dabei? Nein! Nein! So. Okay, haben wir jetzt hier alles? Hier können wir nichts mehr nehmen. Das auch alle. Das haben wir. Wunderbar. Schön. Tja, na dann würde ich mal sagen, wir müssen zurück. In die Fabrik. So, ist er hier noch unterwegs? Bestimmt, was? Mist. So. Na komm, mein Großer. Komm mal her. Und es wäre schön, wenn du den Kitzel zerstörst. Die Frage ist aber auch, ist hier woher drin? Ja, da ist was drin. Hm, da ist was drin. Hier ist was drin. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie anlocken. Damit er sich das grabelt. So, ist er. Und dann... Der Dicke Junge. Ah, okay. Echt? Wuhu. Ich muss das jetzt selber zerstören, oder was? Nee. Versteck nicht. Kann ich denn zerstören? Zerstört er das. Kippe. Oh Mann. Hm. Das ist ziemlich komisch. Na gut, okay. Dann gehen wir mal erstmal wieder zurück. Wuhu. 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 Sehr schön. So, relativ unbehelligt hier rübergekommen. Das ist doch ganz gut. Oh, oh, oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Die sind echt fies, ey. Und die fressen nur richtig. Das ist nicht gut. Okay. Fits perfekt. Fits perfekt. So, Problem ist aber... Wenn ich jetzt hochfahre, ist der Chip hier unten. Ansonsten fährt er nicht hoch. Das ist so ein bisschen blöd. Es sei denn, die kommen da runter und kann die Tür öffnen. Raffi? Okay. Guti, guti, guti. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen umsehen. So, wir müssen hier aus dem Scheinwerfer nicht treten. Okay, alles klar. Hier brauchen wir eine Gasmaske. Was ist denn das da vorne schon, ja? Das ist doch wieder der Typ. Das ist doch wieder der Typ. Oh, das ist doch wieder der Typ. Oh, das ist doch wieder der Typ. Naigard hat nur seine Arbeit zurückgebracht. Wenn du deinem hast, vielleicht hätte er nicht so eine Tantrum gelegt. Denn das ist alles. Der Tantrum gelegt, der Mann nicht zu kontrollieren. Ja, Kontroll ist der Name des Spiel. Spiel. Du wirst herausfinden, wie es spielt. Hey Leute. Fertigungsaufsichtsraum. Aha. Okay, was wird denn hier gefertigt? Was macht jeder? Was ist das? Okay. Schauen wir mal. Eine Batterie. Noch eine Batterie. Und was zu lesen. An alle Mitarbeiter, während der Renovierungsarbeiten an unserem brandneuen Verteilerzentrum, äh, äh, achso, weiterlaufen, sind wir noch immer dabei, Maschinen und Ausrüstung aus dem Steinbruch zu bergen und einen neuen Speck zuzuführen. Versuchen Sie nicht, die Geräte ohne vorherige Autorisierung einzusetzen, da dies zur Verletzung oder sogar zum Tod führen kann. Fragen Sie nach, warum Sie etwas benutzen, dem Sie nicht vertraut sind. See. See. So. Experimentelle Karl-Köder-Pille. Aha. Lister-Inhaltsstoffe. Pa, 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 pa. Unersprechlich. Gesicherte Behälter im Schutzraum im ersten Stock. Okay. Drückt die zu Bienen. Pilzextakt. Rekordea. Kühlhaus. Und das dritte Rikus befindet sich im dritten Stock. Mr. Hill fragen. Flüssig Komponentenröhrchen muss in die entsprechenden Öffnungen des Fabrikators gesteckt werden. Zusammen mit dem Behälter ganz unten. Behälter sind im Lager zu finden. Okay. Besämtliche Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Das hießt die große Maschine im Raum nebenan. Cool. Ihhh. Oder was? Häh? 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 So. Hier finden wir noch was zum Naschen. Und... Ja, okay. Alles klar. Wir sind hier. Fertigen das Halle. Kühllager. Ne. Was war das? Tatsächlich... Mal kurz hier einen Blick in das Spiel. Spiegelscherbschen dürfen. Spiegelscherbschen. Ist ja schön. Eine Spiegelscherbe. Äh. Was? 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 Hä? Hä? Moment mal. Sah das nicht anders aus? Okay. So. Dann flanken wir uns hier erstmal durch. Alles klar. Schön, dass halt immer hier unten werden uns durch die Scherben immer dezent der Tipp gegeben, dass wir in den Spiegel schauen sollen. Okay. Gut. Das machen wir mal auf. Und ich glaube, wir brauchen hier nur den 1V-Chip. Um da rein zu kommen. Kühllager. Oh, Moment. Im Kühllager brauchte wir noch einen. Oh. There is the darkness. So. Die müssen wir natürlich erstmal schnell mal wegballern. Schieß in die dunklen Nägel, Mann. Das hat gut funktioniert. Die Frage. Geht es nur, wie wir da hinkommen? Das hat sich jetzt auch erledigt. Okay. Alles klar. So. Schnell aufgeschraubt. Jetzt ist es so ein bisschen doof. Dass man wirklich jede Ecke aufschrauben muss. Das ist so. Kann man auch eh mal benutzen und sagen. Success. Success. Ne. Einen Schrauber reicht doch. Ist doch stellvertretend für alles. So. Was haben wir hier? Patronin. So. Wir laden mal da gleich nach. Oh. Okay. Oh. Oh. Jetzt haben wir alles voll hier mit dem Zeug. Oh. Und das hat mich gerade etwas liegen, glaube ich, gekostet. Hallo. Ist hier leider was kaputt gegangen. So. Was haben wir da? Tryptizubin. Pilzextrakt. Ricordea. Wolle mit Leuchten. Blauer Flüssigkeit. Das ist schön. Tryptizubin. Pilzextrakt. Ricordea. Formel und so weiter. Schmelzpunkt. Ja. Okay. Psychoaktiver Hauptinhaltstoff des Tryptizubinpilzes. Potenz. Hoch. Hat eine sedative, hypnotische, beruhigende und halcygene psychoaktive Wirkung. Erosion und Wirkkraft. Verlust einer leichter Hitze. Stets gefroren halten. Okay. Oh. Der Arsch. Der Arsch. Stell ich mir... Wie ist denn das? Halluziniere ich den Typen bloß? Weil ich ständig hier mit diesem bunten Zeug zu tun habe? Dieser leuchtend bunten Flüssigkeit. So. Kann ich hier irgendwie hoch? Oh. Oh. Was bringt mir dazu? Mal Scherbe fragen. Haben wir hier was? Schade. Schade. Schade eigentlich. So. So. Okay. Achso. Die sind offen. Da kann ich auch eigentlich die Chips wieder rausnehmen. Die sind anscheinend noch so elementar wichtig irgendwie, dass wir die ein bisschen mitschleifen müssen. So. Was haben wir da? Was ist da los? Achso. So. Und einmal bitte reloaden. Toll. Steht in der Klempe drin, was? Ja. Ja. Das war jetzt nicht so clever. Aber gut. Ein Mann in Panik ist ein Mann in Panik. Scheiße. Okay. Das ist so gigantisch groß der Mist hier, ey. Oh. Das ist mal eine krasse Sprengwirkung hier, das Zeug. Okay. Was finden wir? Ah. Ein leeres Pillenglas. Auf dem Etikett steht experimentell. So. Ein experimentelles leeres Glas. Meierholdings. Zu Bestimmungsort Meiervertrieb. Oh. Nein, 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 nein. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so zu lachen. Ah, die liegt immer noch, wa? Meine Fretze. Oh. Alter, ist jetzt gut. Mann, 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 Mann. Oh, ich hoffe, ich muss das später nicht bezahlen. Äh, befreulich nicht, der Asher. 15.02.1997. Aha, gut. War jetzt, glaube ich, nicht so elementar wichtig, der Zettel. So, da haben wir noch was. Ich habe nur hier drin kommen können. Naja. Hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Bitte. Oh, yeah. So, okay, wie komme ich an dich ran? Ah, okay. So, in den vier Ecken müssen ja bekanntlich hier immer Schrauben dran stecken. Uh, okay. Dunkelheit. Jetzt, die da drin ist. Oh. Hier ist eine unnatürliche Schmerz. Das ist hier. Huh. Das ist wie ein Gesicht mit Kopfschuss. Ob das beabsichtigt ist? Oder sehe nur ich das? Alter, da ist ja überall darkness. Der Nebel. Nimm den Nebel. Nimm den Nebel. Wo soll ich denn hingehen? Am besten, wo noch mehr Nebel ist. Oh, es ist kalt in hier. Ja, es ist kalt. Okay, klack. Boom. Zwump. Okay, hier. Hier heißt es nochmal, in die Scherben schauen. Alter, ist der Duster hier. Hier. Was? Da waren noch Schritte. Ich habe doch gerade eben Schritte gehört. Was? So, okay. Und was brauche ich hierfür? Sag mir jetzt bitte hier nicht so ein... Flump. Okay, das Ding ist offen. Wo ist jetzt zahlen? So, scheiße. Erster Stock Fertigungsanlage. Gehen wir erstmal kurz mal hier. Hier ist... Gut. Ah. Ja, doch. Genau. Ja, was meint ihr? Soll ich erstmal das Zeug alles stehen lassen? Oder... Soll ich es wegschießen? Irgendwie. Also... Scheinmal kommen ja immer wieder irgendwelche Angriffe. Es ist blockiert von der anderen Seite. Es ist blockiert von der anderen Seite. Und... Ja, wenn ich die jetzt wegschieße... Na... Bin ich nese. Was würdet ihr tun? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ihr Lieben. Super. Ich sprung. Es ist einfach toll. Ich sprung gerade. So. Es ist die große Fertigungshalle. Und Halli-Hallöchen, Alter. Und Halli-Hallöchen, Alter. Oh, fuck. Ist das so groß? Es ist alles zu groß! So. Oh. Oh, es ist kalt in hier. Oh. Der Nebel. Also langsam brauchen wir wieder ein paar Landsfairs hier. Denn, weil es ist... Oh. Da. Dort. Oh. Kein Glück. Ich könnte einen Schiff in da. Erfolg! Ich denke, der wird zum Beispiel ohne... Nee, doch, er hat Strom. Das passt. Einfach so ein kleines Pillenglas irgendwo reingestellt. Das passt. Super. Wollen wir jetzt noch hoch? Tausend Räder hier. Woop. Okay. 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 Ja, okay, wir müssen erst die anderen Proben finden. Glaub ich, und dann können wir erst alles zusammen mischen. Gut, also, schauen wir uns doch mal ein bisschen weiter um. Greedy. Für deine verdammten Köderpillen-Experimente nicht immer so dicht neben unseren durch. Eine deiner Pillen ist an unsere Chemikalienlieferung gelangt und hat beinahe einen Lieferwagen in die Luft gejagt. Ich vermische unsere Chemikalien mit deinen Pillen und ergibt eine Ticken Zeitbombe. Okay. Okay. Ja gut. Dann schauen wir uns mal weiter hier vorne um. Verpackung. Ja, es ist blockt from the other side. So, hier sind wir nochmal hergeguckt gekommen. Ups, die Ups. Oh, was ist denn da? Wo ist das? Komm ich da? Wahrscheinlich. Die sind aber auch immer... Das meint ich halt so mit diesen Verstecken, irgendwie. Ein paar davon findet man halt irgendwie durch Zufall, weil sie halt sehr offensichtlich und auf dem Weg liegen. Manche sind halt so tricky versteckt. Ähm, ja das... Ja, das... Ja, also ich... Mach mir da echt keine Vor... Also mach mir da echt nichts vor. Ich werde nicht alle finden. Ich bin zu Nubi. Ich bin zu Nubi. Ich bin zu Nubi. Können so ein Trinkspirn rausmachen. Oder ihr könnt ein Trinkspirn rausmachen. Jedes Mal in dieser geile Mucke, weil ich feier diese halt wirklich. Trinkt ihr einen. Noch eine. Hätte ich mal von den Feinden... Hätte ich gerade Feinden hier gehört? Okay. Zweifel, aber ich muss daran glauben. So, mal klicken hier kurz auf die Karte. Wir sind... Zweiten Stock Forschung und Entwicklung. Büro von Mr. Hill. Ah, schau mal an. Warte-Bereich, Archive, Labor. Labor, Labor, Labor. Oh, okay. Eine Leitung noch. Und... Büro von Mr. Hill. Minus Steinbruch. Mitarbeiterinformation. Name, Max Newgards. Adresse. Main Street. Da warten wir, bapapapap. Mittenhaven. Ja, Telefonnummer. Witzig. Könnte man jetzt mal. Spaß mal anrufen. Warte mal. Ich warte mal. Guck mal, die Telefonnummern. Mal gucken, ob das einfach nur so eine X-Bitale ist. Bist du noch niemals gemacht? Wenn überhaupt eine... Tatsächlich wird es ja noch stehen. Aber wir probieren es mal. We tried. Hab da ich schwindelt. Ist nicht seine Nummer. Sozialversicherungsnummer. 4044. Schlecht männlich. Geburtsdatum. Okay. 20.07. 52. Familienstand verheiratet. Notfallinformation. Okay. Kontaktpersonen. Notfall. Alles Nygard. Beziehung. Ehefrau. Adresse identisch mit oben. Privat. Bapapapapap. Geschäftlich. Bapapapap. Dann gewollt ihr zwei Frauen, Kind, Gruppenversicherung, keine Angaben, Gewerkschaftsinformation, keine Angaben. Alles klar. Oh, ein Safe. Das ist safe. Was Max angeht. Damit ich das richtig verstehe. Sie haben ohne Saugfeld ihren Backgroundcheck einen Fahrer eingestellt, der in unserer Lieferwagen mit wichtiger Fracht zu Schrott gefahren hat und dann auf seine rechtmäßige Kündigung mit seinem eigenen Truck in den Steinbruch gerast kommt und seinen Job zurückverlangt. Das nenne ich Versagen auf ganzer Linie. Ist Ihnen klar, dass Ihre schlechte Entscheidung die gesamte Anlage in Gefahr gebracht hat? Er hat Gary aus der Elektat den Kiefer gebrochen, nur weil er im Weg stand. Max Nygert ist nicht das Salz der Erde. Er ist Dreck. Es fällt mir schwer zu glauben, dass irgendjemand in dieser großen, in dieser großen, weiten Welt diesen geistesgestörten mag. Und das spielt keine Rolle. Kümmern Sie sich um ihn. Oha. Viel zu reden. Mr. Hill. Aufgrund der empfindlichen Natur des... Müssen Sie es Ihnen in Ihren... Was? Müssen Sie es in Ihren neuen persönlichen Safe aufbewahren, bis jemand aus dem Nebenforschungsteam es abholen kann. Der Standardcode des Safe ist wunderbar. Regen Sie unter keine Umständen, dass Sie einen Safe um vorne die Kombination zu ändern. Danke. Bird. Selle Bird. Bird. Bird is the bird. Ja, toll. Okay, hier haben wir was drin, was wir definitiv brauchen. Schabum, Alter. Aber wie kommen wir da ran? Where is the combination? Ist die unsere Wall? Oder ich frage noch, wie ist... The answer is written on the wall. Okay, es ist die 8136. Na, das... ganz gut. 1... 1... 3... 6. Es leuchtet grün. Tryptizipin. Tryptizipin, Pilzextrakt, Rikos. Nehmen wir. Tryptizipin, Pilzextrakt, Rikos. Formel. Schmelzpunkt. Alles klar. Anhydrisch. Äh... Monohydrat. Potenzmittel. Tschö. Potenzmittel. Natürlich vonkommende psychoaktive chemische Verbindung des Tryptizipinpilzes. Starkes Neuro-Toxin, nicht selektiver Glutamat-Rezeptor-Antagonist. Na ja, klar. Zur optimalen Extraktion der Verbindung trocken und bei Raumtemperatur lagern. Hat er jetzt einer von euch verstanden? CIB, Vereinigte Staaten von Amerika. Agent Bird, ihr Bericht über den Zwischenfall ist höchst besorgniserregend. Dass das Transportschiff unter ihrer Aufsicht konnte, lässt uns an ihrer Eignung für die operativen Dienst zweifeln. Ob... nach 30-jähriger Inaktivität erfolgreich wiederbelebt werden kann, hängt von ihren Fähigkeiten ab, sich in Zurückhaltung zu üben. Darum wurde Milton Haven als... Außer-Korn. Die von ihnen unternommenen Schadensbegrenzungen landet unsere Bedenken nicht aus dem Weg. Es muss nur ein einziger Wichtigtuer mit Kamera und schon verbrennen wir uns die Finger. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Auswuckung auf... zeigt. Wir haben eine Deckgeschichte vorbereitet, die uns jedoch nur begrenzt Zeit verschafft, bevor die hiesigen Medien anfangen zu viele Fragen zu stellen. Sofern sie nicht die nächsten fünf Jahre in einer unserer gesicherten Anlagen verbringen möchten, empfehlen wir ihnen, Erknebnisse zu liefern. Bald. Ist dieser Typ, den wir sehen im gelben Anzug, ist das Mr. Bird? Ist das Agent Bird? The Word? The Word? The Word? The Word? Oder was... was... was meint ihr? Ist das Mr. Bird? Ist das Agent Bird? I can't carry that much ammo. Ja? Habe ich schon nachgeladen? Ich glaube mal nach. Fröllenchen. Achso, nee. Ist ja... Batterie. Ist ja eine Batterie. Äh... okay, okay, okay. Ist mir nischt. Okay, da hinten ist noch ein Sicherungskasten. Mal gucken. Oh, der war da. Was hat er denn an? Eins. Zwo. Ich brauche auf jeden Fall den 3V-Chip irgendwie. Ansonsten bin ich im Arsch. Ansonsten geht es hier nicht. Weiter, glaube ich. Ist der 2V-Chip drin? Ansonsten, warte mal hier. Oh doch, hier können wir noch rein. Okay, hier können wir noch ein paar Arbeitsplätze checken. Zu chilliger Ambient Musik. Krass, aber echt? Naja, 97, ne? Schlüsselkarte. Oh, eine Schlüsselkarte mit dem Namen Rosemary drauf. What? Die Forschung, dein Forschungsforschung ist äußerst faszinierend, Rosemary. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, elektromagnetische Strahlung via Funk in unsere Forschung zu integrieren. Falls du wirklich vorst, das den höheren Tieren zu präsentieren, hast du mein Segen, Sir. Okay. Ja. Rosemary hat es ihr Rissen, Freunde. Klingt. Ja, das passt nix hier von den Arbeitsplätzen plündern. Der dritte Stock ist für alle, ohne Level 5-Freigabe gesperrt. Wer ohne entsprechende Legitimation im dritten Stocker durchscht wird, erhält die sofortige Kündigung. Liste der Personen mit Zugangsberichtung für diese Etage. Mr. Burt, Verbindungsmann. Mr. S. Hill, ich. Rosemary James, Dennis Nurtry. Seth, Brundell. Brundell? Jay McReady, Saphir Dell'Aro, Dell'Atole. Dell'Atole? Dell'Atole. Komm schon ab. Liste der Personen ohne Zugangsberechtigung für diese Etage. Farber, Gary, Bob, jeder sonst. Es sei denn, ich bin hier. Okay. Kann man auch so sagen. Gut. Schöpselipp, schöpselipp, schöpselipp. Hier ist noch was zu finden. Ein paar Patronen, die wir uns einpacken. Essen ist voll. Wir müssen jetzt lesen hier wirklich. Eine der Wissenschaftlerinnen, Rosemary James, hat einen interessanten Vorschlag bezüglich ergänzender Forschungsarbeit präsentiert. Darum gebeten, Amt Funktum an Elysium State Park eine Forschungsstation einrichten zu dürfen. Ich würde sie normalerweise nicht mit einer solchen Anfragen hellen, aber unser mangelnder Fortschritt hier werden langsam besorgniserregend. Ich habe mir das Geländer angesehen. Eigentlich ist es Regierungseitum, aber schon seit Jahren hat niemand es mehr betreten. Bitte um beschönigte Freiburgabe William Byrd. Verbindungsmann. CIP, Vereinigte Stadt von Amerika. Okay, aber es ist halt... Man sieht massiv der Staat oder irgendwelche Organe dessen haben hier die Finger im Spiel und ziehen die Fäden im Hintergrund. Wer das jetzt aber allerdings genau ist, also wer auch Mr. Hill ist, oder Mr. Byrd. Es ist ein K-Karten-Werder. Es sieht neu. Achso, ja. Ja, stimmt. Ja, warte mal. Hier waren ja die ganzen Knotenpunkte zugehend, ne? Das sind drei. Also wir brauchen definitiv den Chip. We need the Chip. Und den versuchen wir uns irgendwie mal zu holen. Und wir müssen da irgendwie wieder hinkommen. Allerdings haben wir auch schon die zweite Ingredienz hier, die wir jetzt einfügen können. Da ist der Hangar. Naja, es tut mir leid, Leute, aber ich muss tatsächlich mir mal hier wirklich ein bisschen Platz verschaffen. Was ist der Scheiße? Got it. Na, wir werden ja nie reinkommen an das Ding. So, aufgeschossen das Ding. Schraubenzieher. 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 Ich beschwerte mich schon über das Fünf-Ecken-Abmachen. So. Machen wir jetzt halt. Ah. Okay. Okay, okay. Hier kommen wir erstmal. Kommen wir gar nicht rein. Kommen wir auch nicht rein. Gut. Hier vorne kommen wir zwar rein, aber ich würde mal ganz kurz hier nochmal schauen. Ja, hier war der Fahrstuhl. Nee, Käse. So, ein Schieß. So, verrät uns vielleicht ein Blick auf die Karte. What we can do. Tja, naja, dann machen wir das mal hier. Aber ich glaube, ich würde mal... Ja, natürlich reicht das nicht. Natürlich muss das der 2-V-Chip sein. Schlüssel. Schlüssel ist weg. Näh! Mann! Alter! Der Typ ist so scheißuncool. Äh, ja. Freunde? Freunde? Hier durch. Nein. 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 Oh nein, bitte nicht, Alter. Oh nein, bitte nicht. Nein. Muss über unsichtbare Ruhe laufen. Oh nein! Oh je, das ist hoher Frust. Das ist hoher Frust, genau. Ja. Ah, hm? Hä? Oh Gott. So, muss ich hier hoher laufen? Muss ich hier hoher laufen? Okay, könnte jetzt wahrscheinlich nur geradeaus weiterlaufen, aber... I don't do this. Ach, das ist Max, ne? Bestimmt. Kann ich jetzt... Kann ich aufstehen? Nein, ich kann aufstehen. Okay. Und nun? Oh, ist da ein Ventil? Ja, Busse. Kuchen. Ist aber noch gar nichts. Und nun? Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Andere Seite. Sind die Autos haben viele? Okay, jetzt wieder außerhalb. Muss ich da von unten irgendwas anmachen? Oh, nee. Hier kann man irgendwie hoch, oder? What? Nein, bitte nicht, Alter. Bitte jetzt nicht. Nein, 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 nein. Uncool, Alter. Uncool. Uncool, uncool. Oh! Ah, 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 ah. Ah, nein! Ah, 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 ah. Oh, nicht doch, Alter. Sonntag, vielleicht. Scheiße. Ah, ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. So, hier kann man ihn lang. Wie liegt der Bax? Warum liegt denn hier? So ein Stein. Wer schmeißt denn sowas hier hin, Leute? So, okay, hier haben wir uns also auch durchgemetalt, geosoled. Dann sehen wir vielleicht Meryl irgendwo noch passiert, absolut. Und noch unten. Babu. Aha. Darf ich den jetzt haben? Alles klar. Schweine, ey. So, cool. Und für was wartet jetzt? So, hier ist ja... Hier ist zu und hier... Verbrennungsraunschlösser. Kann nicht gut sein. Egal wie, es kann nicht gut sein. Verbrennungsanlage ist immer... Ist immer Gefahr. Ist immer schlecht. Wo ist das? Das Lensflare. Klingt ja toll. So, schauen wir uns mal um. Sehen wir hier irgendwas? Was? Sehen wir irgendwas? Äh, ist das? Darunter springen? Wie nicht in eine Verbrennungsanlage springen? Nee. Ah, hu. Run. What? Wie? Ach du Scheiße. 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 Oh, das ist... Das Tunnel. Oh, oh, oh. Na nee. Nein, bitte nicht. Findet man hier irgendwas noch? Das ist mir... Bewusstet das Auswahl der Verbrennungsanlage, was für eine Scheiße. Ganz blöde Idee. So okay. J weltweck nicht. Muss ich hinstellen? Kann ich hinstellen. usw. Das bringt mir wohl nicht. So, warte mal, ich fahre mal ganz krass. Kann ich hier schon? Ja, hier können wir mal gucken. Das ist satt hier drüben. Das ist hier drüben und ich würde mal sagen, hopp, die Wupps, die Wumm. Hier hin und escapen. Ja, wir sind wieder unten. Wir sind wieder unten. Geil. Und wir können uns den Chip grabbeln. Let's grab the chip. Pick it. Ist der Dicke noch da draußen? Ja, da ist er. Aber sehr schön, alles klar. Damit haben wir drei Chips. Oh, äh, achso. Okay, hier geht's durch. Und damit können wir oben versuchen, die Tür mit der Schlüsselkarte zu öffnen. So, die grundsätzliche Frage ist jetzt natürlich, wie ist der Salat hier umverkabelt? So, drei. Okay, hier vorne ist der. Äh. Es ist halt bei Skröten. Es ist halt bei Skröten. So, hier kommt der 1V rein. Oh, nicht so gute Idee. Den müssen wir davor erstmal den anderen rein machen. Und zwar hier kommt... Wahrscheinlich der 2er rein. Ja, sieht gut aus. Dann machen wir hier den 1V rein. Und hier hinten... Mörtel die Mörtel. Würde ich jetzt mal den 3er rein machen. Kein verrückter Kerlchen bin ich. So, und hier kommt... Fels. Fels. Und jetzt wäre ich mal gespannt, ob ich jetzt die Schlüsselkarte benutzen kann. Ja, okay, der Scanner hat Saft. Let's open your. Okay. Oha. Okay, hier ist... Hier ist eine Menge geschrieben worden. What, 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 what? Okay, komm. Oh, schön. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir noch? Ich nehme alles. Wunderbar. Na bitte. Too much for one man. Too much for one man. So, vielleicht einfach nochmal nachladen. Nee, bitte. Schade. Äh, dann... Schauen wir nochmal, was stand denn hier jetzt überall? Denied. Versagt. Find. Was? Warn. Oh, we won. Okay. Warn. Warn. Put away. Okay. Hunted. Spare our lives. Okay. BZ-Ultra. Ist der nächste Part von MK-Ultra, oder was? Die Montauk-Akten. Okay. Freigang erforderlich. Was haben wir da? Agent Rainbow. Klingt aber auch krass. Ist das jetzt dieses Zeug, was überall ausläuft? Ist das Agent Rainbow? Ist aber geil. Chemikalen, aber erst mal hier so eine Tüte Chips auf den Tisch. Schau mal. Schön. Formulat zur Materialerforderung. Datum 1. Februar 1997. Auftragsnummer, egal. Standort SA. Auftragsteller. Jay McReady. Empfängerabteilung Nebenforschung. Für Projekt benötigte Inventarartikel. Bestand, Menge, Artikelbeschreibung. 200 mal 5 Agent Rainbow. Restbestand. 200 mal 10 Tryptikobin. Extrakt. Unterschrift des genehmigen Abteilungsleiters. Okay. Wo ist dies? Ach so. Das ist ja nicht der. Ach, Salami ist das. Das ist geil, Alter. Schön so ein Labor. Ich pack mal jetzt meine ungarische Salami hin. Ohne den Tietenschen. Testbericht. Labor. Nummer. Testbericht. Eingereiht. Analysiert. Bericht. Sag mal, es hat jetzt alles für ein Scheiß hier. Okay. Probenummer. Beschreibung der Probe. Schaut. 13G. Sanktionsmanöe. Testbar. Mentaler Zusammenbruch. Gefolgt von Herzstillstand. Versuchsobjekt wurde entsorgt. Okay. Mür 2049. Psychotischer Ausbruch. Gefolgt von schweren Hirnblutungen. Versuchsobjekt wurde entsorgt. Mür 2236. Versuchsobjekt erscheinen zunächst rezeptiv, fiel jedoch kurz darauf in einen katatonischen Zustand und wurde entsorgt. Analyse. Samagrufuzoel ist in dieser Phase noch immer instabil und seine Wirkung auf das zentrale Nervensystem ist unvorhersehbar. Weitere Tests sind erforderlich, bevor wir mit Menschenversuchen beginnen können. Rosemary James. Wissenschaftliche Forschungsspezialistin. Dennis Nedry, technischer Leiter. Seth Brondell. Projektmanager und Laborleiter. Alter, ne? Ihr habt hier schön ein paar Experimente. Ach, die blöden Wichser, Alter. Und das ist doch wieder schön in die Hose gegangen. Wie so häufig. Wie so golferhand häufig. Habt ihr denn alle aus Raccoon City nichts gelernt? Ich will die Salami haben. Aua, Salami! Ja, fühl mich aufgebläht. Hat er recht. Ja, krass. Okay. Hab ich jetzt alle... Ne, hab ich nicht. Tatsächlich noch nicht. So, ich war jetzt im Labor. Aber was hab ich jetzt hier gefunden? Unterdings, wo kann ich jetzt hin weiter? Muss ich jetzt hier nicht irgendetwas finden noch? Hm. Schauen wir nicht. Okay. Wir müssen erstmal hier die Chips einsammeln. Schiebe, ne? Ja, ich war überall hier oben, ne? Also, okay. Gut, die haben also mit... Hallo zu gehen... Substanzen hier vor. Dann nehmen wir mal vorsichtig so irgendwie. Und die halt massiv... ...beprobt an... ...Objekten. Jetzt mal auch ganz vorsichtig. Und... Jetzt müssen wir mal kurz rekapitulieren. Diese, 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 diese Flüssigkeit, die überall ist. Dieses schillernde Zeug irgendwie. Ist das Agent Rainbow? Oder das, was die... ...gemacht haben? Diese, 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 diese Pillen oder irgendwas? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Tatsächlich. So, ihr könnt jetzt hier in die Fertigungsanlage rein flitzen. Und könnt ihr jetzt hier hoch gehen und... Oh, it's open. Warum ist denn das jetzt offen? Beschweigt mich? Denke nicht. So, hier nehmen wir uns noch ein paar davon. Obwohl. Was, du nütch. Sehr schön. Alle auf drei jetzt langsam. Wunderbar. Läuft. So, dann würde ich jetzt hier mal hochklettern. Das grüne Zeug hier drin tüfteln. Und wo finde ich denn die Violette? Tatsächlich. Das muss ich mich verlaufen finden. Tatsächlich müsste ich, glaube ich, hier nochmal in diesen Nebenraum. Das ist dort rein. Und da hatten wir doch einen Zettel gefunden, wo wir was finden. Oder? So war mir. Ja. Okay. Das aus dem Kühlhaus haben wir, ne? Genau. Ricos haben wir und Recordea haben wir. Hier sichert der Behälter im Schutzraum im ersten Stock. Hier sichert der Behälter im Schutzraum. Schutzraum. Wo ist denn hier ein Schutzraum? Hier würde ich nur sagen, gesichert der Schutzraum. Aber... War nischt da. Da unten. Ach, das ist ja da drunter. Ist ja, ist ja eh ne tiefer. Was ist denn das für ein Scheiß? Sauerei. So, okay. Na dann flitzen wir mal schnell. Ne Etage tiefer. So, erster Stock. So, erster Stock. Hallo? Ja, da hinten ist das Ding. Okay. 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 So, ich habe einen Glock. Ich kann nicht so viel Ammo tragen. Übergabeprotokoll für Sicherheitsbehälter. Erstens. Weil er erhält eines Sicherheitsbehälters ist, diese ins Beförderungszentrum zu überbringen. Zweitens. Stellen Sie die Behälter auf das Förderort und leiten Sie ihn mit Hilfe der Bedienelemente in den Schutzraum. Achten Sie darauf, den Sicherheitsbehälter nicht versehentlich in einen anderen Bereich der Anlage zu befördern. Da dies zur Beendigung der Veränderung des... Ach, zweitens. Ja, okay, klar. Jeder Sicherheitsbehälter enthält empfindliche Füllung, eigene Material. Ja, schützen Sie es, falls nötig, mit Ihrem Leben. Ja, schön. What? Okay. Ist ja ein Hochofenraum. Okay. Die Arbeiten an unserem Schutzraum sind abgeschlossen. Ähm... Ah, warum ich einen alten Sprengraum in einen Raum umfunktionieren sollte, in dem Ihr Dinge eröffnen könnt, ist mir ein Rätsel. Ja, seid echt verliebt in euer Protokolle. Gary of Say Electric. Mann mit dem kaputten Kiefer. Okay, also wenn ich jetzt... Recht verstanden habe, soll ich jetzt hier... Nein, nicht damit, Mann, Alter. Nicht ausmüßend weg. Und unser Paket geht auf Reise. Ah, und? Also es muss irgendwie in den Schutzraum geleitet werden. Hey. Na? Okay, hier geht's lang. Ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben, bevor ich hier ein paar auf die Fresse kriege. Okay, gut. Das hat nicht geholfen hier. Damit geht er hier... Oh, shit. Nicht so gut. Nicht so gut, Mann. Ich muss mal ein Paket. Da kommt's. Okay, damit geht's jetzt hier im Kreis. Das ist irgendwie so clever. Okay. Okay. Er ist so würdelt jetzt hier hin. Ja, hilft mir jetzt... Oh, Mann, Alter. Er ist nicht hier drauf. Okay, gut. Dann würde ich mal probieren. Geht's hier hin. Okay. Jetzt hier hin. Hey, Max. Geht's da hin? Geht's hier hoch? Geht's hier hoch? Hier ist keine Brücke. Ja, wie kann ich denn da die Brücke aktivieren? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Mann, ey. Geht mir noch richtig auf den Sack. Soll ich denn hier arbeiten? Gut, aktiviert die Brücke. Sehr schön. So, du kommst dann also da hin und... Du wirst... Oh, was ist da? Was ist da? Achso, Mainzflair. Okay. Dann gehst du da hin. Und hier fehlt mir die Brücke. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Yes. Nice. Okay, alles klar. Der Weg wäre jetzt eigentlich soweit... Da noch. Ja, da kommt's. Yeah. Sehen wir uns die Sache mal im Rückspiegel an. Da kommt es angefahren. Null. So. Und... Flupp. Flupp. So, jetzt ist er da drin. Gut. Ah, schaut mal an. Jetzt haben wir grünes Licht. Jawohl. Und wir haben die Bulipo-Pheromonen-Mixtur. Bulipo-Pheromonen-Mix. Äh, Formel. Ha. Potenz sehr hoch. Potenz ist... Aggregations-Pheromonen. Das nur in 7% aller bekannter Käferarten... Äh... ...Koliothera vorkommt. Speziell bei Arten aus dem zentralen Abadronas-Waldgebiet. In ihren reinsten Formen besitzt diese chemische Substanz einer Aggregationseffekte auf andere Spezies außerhalb ihrer eigenen Käferkarton. Die Beschaffung dieses Pheromons ist hochgradig illegal, ganz zu schweigen von seiner Ausfuhr aus dem Bundesstaat Amazonas. Die Mischung, muss ja nicht Amazonas, äh, ein Bundesstaat ist. Ähm, die Mischung scheint, äh, sich bei Kontakt mit Ancient Rainbow in flüssiger Form zu verflüchtigen. Aufbewahrung nur in versiegelten Behältern, sofern kein fachgerechter Umgang mit der Substanz gegeben ist. Okay, cool. Und damit haben wir alle drei Reagenz-Also-Substanzen, ne? Und wir können quasi auf zur Fertigungsanlage. Lass uns mal hier ein bisschen ballern hier. Tolle Migs. Kann man sich hier noch ein bisschen... So, allerdings... Jetzt kurz mal auf die Shotgun zurückgehen. So, er hat mitgenommen. Und schnell umgeschaltet. Man weiß nicht. Oh, was war das? So, okay. Alles klar. Wir sind in der ersten Etage wieder. Und wir gehen Richtung Fertigungsanlage. Oh, jetzt reicht's mir weiter. Jetzt reicht's mir weiter. Die ist hauscht jetzt hier weg. So, okay. Alles klar. Und ich würde sagen, zack. Und rein ins... Slot Nummer drei. Und damit haben wir jetzt alle fertig. Ah, okay. Verstehe. Haben wir noch nicht. Denn wir müssen hier noch ein bisschen am Rad drehen. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir machen alle einzeln nacheinander. Oh, es ist kalt in hier. Ja, es ist kalt in hier. So, mal kurz mit der Flairgun hier rein holen. Na, und einmal einstellen. So, es piepte. Heißt das jetzt... Ist das angekommen vorne oder was? Ja, ist angekommen. Alles klar. Cool. Gut. Dann müssen wir nur noch schnell die anderen zwei Farben aktivieren. So. Und zwar geht das hier runter. Schnellbredibub. Okay. Blau ist ebenfalls aktiviert. Fehlt nur noch Violett. Oh, man ruft dann eigentlich immer ganz nach oben. Und du wachst dann. Oh, da, ne. So. Ganz nach unten. Jetzt mal gucken, wo du ankommst. Oh, da hinten los. Venue. Achso. Ah, ich dachte schon. Ein Feind oder so? Okay. Wir haben alle drei Farben aktiviert. Denn. Zeit, den Knopf zu drücken. Köderpillen. Monsterschein, sie zu mögen. Ich kann es ja mal versuchen. Pille werfen. Pille nehmen. Benutze die Pille, um den Stier zu ziehen. Ach, na toll. Was ja toll. Ich fühle mich bloß. Er hat mich schon mal gefragt, wie wir diese Kisten wegkriegen. Und wenn er vorhin sagt, irgendwie, wir sollen die äh, äh, die Substanzen nicht mischen. Probiert mal was. Drei Pillen. Wir haben drei Pillen. Uh, nice. Alles klar. Und somit kommen wir auch an diesen Kisten vorbei. Das ist ja geil. Das, das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Tepillen. Kann vielleicht da so gleich nochmal welche nachmachen. Benett man denn hier, Uffatz? Shotgun, Shills. Ah, nee. Okay. Können wir jetzt hier nicht einfach welche nachmachen. Das ist natürlich jetzt eine blöde Sache. Okay. Gut. Köhlerpil. Wertehöhen. Gesundheit. Okay. Okay. Muss man aber schnell sein. Was haben wir hier? Wahnsinn, viel geile Schraubflinten-Munition. Ich bin voll. Das ist doch scheiße. That's not good. So. Was haben wir denn noch hier? Überall. Was gibt es hier zu finden? Okay. Also, ich möchte scheinbar, dass wir die Pillen nehmen. Damit wir hier irgendwie durchkommen. Ah, ihr habt gesehen. Oh, krass. Ja, das ist so. Das tut ja einen Spaß. Das tut ja einen Spaß. So, warte mal. Kannst du mal merken den Weg? Zack, zack. Hinten durch. Hinten hier, hinten da. Hinten so. Okay. Na, das kann ja was werden, Alter. So. Alles klar. Wir sind schnell. Wenn wir die Scheiße fressen. Das ist natürlich ganz gut. Oh, nicht gut, nicht gut. Und? Und? Oh, ich buchse mich. Nein, hört auf damit. Oh, oh, oh. So, ich hättet euch jetzt natürlich hinten mit den Pillen da probieren können in dieser Pfütze. Aber das war natürlich jetzt, äh, äh, ja. Also, wie gesagt, entweder ist das hier Agent Orange oder diese Pille. Ja, sag mal jetzt, okay, ähm, diese Flüssigkeit, die braucht halt eine Weile, um überhaupt zu detonieren. Zeig euch das mal. Also, ihr habt es ja vorhin selber gesehen. Ne? Also, den Feind exakt dann da abzupassen, das ist ganz schön, das ist knackig. Das. Da bin ich gespannt. Wie oft uns das gelingen wird. Achso, ist ja Quatsch. Nein. Schraubenzieher viermal, bitte. So, okay. Und ein Blick in die Scherbe wird uns verraten, welcher Chip es sein wird. So. Okay. V1. V1V. Das geht. Ich könnte einen Chip in da. Das passt. Das passt. So, hier haben wir noch eine Pille. Okay, okay, okay. Nicht so gut. Das wird jetzt hier umspringen. So, hier ist ja Quatsch. Tür ist ja offen. Die Mannschaft einfach wieder raus. Bada bam, bada boom. Frage ist nur, kommen wir hier oben noch irgendwo hin? Nee. So, der Ecke... Bäh, waren wir noch nicht? Knusper, knusper. 84. Oh, hier. Nein, sind wir jetzt etwa wirklich, wirklich in der Verpackungsanlage? Ja, wir sind in der Verpackungsanlage. Schau mal an. Okay, cool. So, Exit. Ein paar Chips reinpfeifen. Also, ich soll jetzt wirklich den... Ich soll jetzt hier... Echt jetzt? Den Stier zähmen mit diesen Köderpillen? Oh Gott. Oh Gott, echt? Ja, das wird ja ein Spaß. Aber, wieso können wir ihn hinführen? Angar. Wirf die Pelle und sie werden kommen. Ja, ist ja toll. Wirf die Pelle und sie werden kommen. Wer wird... Ich hab... Ich möchte jetzt nicht einfach eine Pille hier hinwerfen. Okay. Ah, fuck. Ich muss noch ein paar Pille mitnehmen hier. Okay, er ist relativ lange davon abgelenkt. Das ist ziemlich cool. Die Frage ist nur... Wo zur Hölle soll ich jetzt hin? Was ist der Weg? Auf der anderen Seite. Warnung. Die Tür muss während aller Experimente mit Köderpillen verschlossen bleiben. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass sich die Tiere während der Betriebszeiten einen Weg in die Halle bahn. Schreitlust, der Ex-Mitarbeiter hat gereicht. So, okay. Man könnte ihn jetzt hier nochmal reinlocken. Och, Pappnase. Und, dass er sich hier wahrscheinlich durch dieses Tor durchknallt. Giftmülllagerung. Hm, toll. Boah. Das wird ja schau. Ich werf mal hier nochmal eine Pille rein. Und, kommt er? Nee, kommt er natürlich nicht. Da ist er. Wirklich ist er. Er will es. Und? Yes, it's open. Okay. Schreitlust, muss man hier durch. Oh nein, 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 nein. Don't do it, don't do it, don't do it. Jetzt zu. Was hier noch? Das ist ein paar Pille. No, 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 no. Ist ja gut, ist ja gut. Bin schon weg. Geht mir leid, Alter. Das sieht ja jetzt hier nicht so geil aus. Oh, no. Oh, shit, 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 shit. Jetzt sind doch alle so lauter, so eine Verstecke hier, irgendwie, wo man sagt, so, oh man, hier könnte jetzt so viel liegen. Geh mir mal kurz um. Oh, shit, okay, nicht so gut. Oh, shit, okay, nicht so gut. Um Schuss. Oh, ich gehe doch mal einen anderen Weg. Oh, okay, alles klar, ich muss halt durch. Okay. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Und, kommt er? Ist er durchgebrochen? Oh, Gott, der Scheiß. Alter, hier kann so viel sein, ey. Oh, Mann. So viele Sachen versteckt. Hm, schön hier. Ich glaube, ich sollte hier nicht so lange rumgammeln. So, ist er jetzt durch hier? Hm. Hm. Sieht nicht so aus. Na los, komm. Komm, mein Bruder. Wo bist du? Hätt er jetzt hier bloß irgendwelche Sachen kaputt? Oder was, was soll, was, was macht er da? Na los. Max. Come on, dude. Come on, dude. Oh, shit. Okay, hier war wohl Besatz mit X. Oh, scheiße. Oh, nein. Hier ist X drin. Nein. Ich dachte, jetzt weiter. Ich weiß ja eigentlich, hier draußen rauchen, ne. Das ist ja meine Pflicht der Sicherheitsbeauftragte, sie da zu befreien, dass das auch im gesamten Stellbüro untersagt ist. Warte, Mensch, was denn? Selbst an schwer erreichbaren Stellen, an der Stelle würde ich mich offen machen. Oh, die ganzen Flammen aufgehen. Sie sind recht bestimmen, recht schon. Auf weisslichen Situationen, ich will sie aber nicht nochmal erwischen. Okay, alle klar, doch. Danke, Bob, du bist cool adieu. Oh, shit, 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 shit. Komm. Die will ich. I will dem. So, okay. Dann muss anscheinend der Weg woanders lang gehen. Okay. Finden wir jetzt hier noch irgendwelche anderen Feinde oder sowas? Okay, zweiter Steinbruch. Vorsicht. So, ob ich dremmeln kann. Oh, shit. Nein, Mann. Nein. Da. Ich klärt das untereinander. Huh. Don't shoot. Und los. Komm, 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 komm. Oh, fast so nütisch. Sehr schön. Ach man, echt, Alter. Warum sind jetzt die Steuern alle tot? Ich verstecke diese Notiz für den Fall, dass ich die Geschichte nicht selbst erzählen kann. Die Menschen müssen erfahren, was hier passiert ist. Max Nygert, der Fahrer, der mich hierher reingeschmuggelt hat, hat ein paar Schrauben locker. Aber das Herz an richtig Fleck gehört. Ständig davon geredet, sich Maddy gegenüber anständig zu verhalten. Wie auch immer das ein, Marc. Nachdem er mich hier abgesetzt hat, ist er mit dem Wagen geradewegs in die Fabrik gedonnert. Ich habe noch nie einen so wutem Brattenmann erlebt. Könnte er es wagen? Könnte er noch von hier aus schreien hören? Gebt mir meinen Job zurück. Erst folgte große Aufruhr, dann plötzlich Stille. Max sollte mich auch wieder mit zurück in die Stadt nehmen. Aber ist nicht mehr aufgetaucht. Krass. Okay. Kopfschuss von hinten. Natürlich. Natürlich. Alter, echt jetzt. So. Ein bisschen Hilo reinpfeifen. Das lief jetzt nicht so gut. Ist das Max? Ich glaube. So, okay. Alles klar, Max. Z-O-Ton. My friend. Nein, das ist nicht Max. Das ist ja wundervoll. Kommst du, oder was? Rumpel die Pumpel, Alter. Pfeifst du ja rein. Okay, Alter. Wo sind wir? So. Na, das will ich dich sehen. Der kommt nicht an. Gerade den Affen gemacht hier. Oh, Telefon. Schön, dass du enden lassen. Alles das für was? Du und Max sehr liebst. Deine Prioritäten sind alle aufgelöst. Alles, was du tun musst, ist, zu weg. Diese ganze Situation ist ... ... verraten. Ach, ja. Du weibst die rote Flagge, Elf Matador. Du dealst mit diesem Bull. Ja. Schön. Ganz toll. Meiners Steinbruch von Meier Pharma verkauft. Kolonne von Janus Rex. Am Dienstag schloss der Meier Steinbruch zum letzten Mal seine Tore. Meier Pharmaceuticals, amerikanischer Marktriese auf dem Sektor der Medizin und Wissenschaft, hat Berichten zufolgen das gesamte Steinbruchgelände sowie weiteres Umfeld aufgekauft. Der geplante Umbau der alten Fabrik in ein schickes neues Verteilerzentrum beginnt in zwei Monaten. Wir sind schon sehr aufgeregt, so Mr. Stephen Hill von Meier. Milton Haven liegt uns sehr am Herzen und wir sind stolz, unseren Teil beizutragen, indem wir Arbeitsplätze für die Menschen dieser wunderbaren Stadt schaffen. Wir können es kaum erwarten, Teil der Familie zu werden. Och, da möchte ich doch sofort im Quadrat kotzen. Der historische Steinbruch, der jahrzehntelang im Besitz der Meier Corporation war, ist von ihr betrieben und von ihr betrieben wurde, diente hauptsächlich zum Abbau von Silber und Bleiohr. Oh krass, giftig ey. Und bildete die Einkommensgrundlage von viele Bewohner Milton Havens. Doch aufgrund des immer geringeren Ertrags im Laufe der vergangenen zehn Jahre war der Meier Steinbruch gezwungen, seinen Betrieb zu optimieren und einen Großteil der Belegschaft aus dem Steinbruch selbst, der Verarbeitungsanlage sowie den angrenzten Kraftwerken zu entlassen. Meier hat eingegriffen und Meinus gerettet, erzählt Bob an einer wenigen Angestellte, der zum Zeitpunkt des Aufkaufs noch auf dem Gelände des Steinbruchs arbeitete. Jetzt kommen wir ein bisschen kurz runter. Ich habe nichts dagegen, solange wir uns nicht in Steinzeitalter zurückbomben. Wird es immer Bedarf an Wachleuten geben. 6. November 96. Okay. Ja, alles klar. Also, My Pharmaceuticals hat das ganze Ding hier aufgekauft. Den kompletten Steinbruch. Um wahrscheinlich irgendwelche Blöden oder hochgradig illegalen Experimentierdürz zu führen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, Wohr hier. Warte mal, Wohr hier. So, was habe ich jetzt hier öffnet? Ich gehe jetzt raus. What do I have to do? Hat er jetzt schon an dem Rädchen gedreht hier vernünftig? Okay, jetzt hat er... Ach, guck mal an. Wird was abgepumpt. Okay, was ist... Wir machen jetzt das ganze Ding hier? Alter, das ist ja mal wirklich eine sehr, sehr starke Pumpe. Krass. Okay. So, aber vorher noch mal kurz den Blick da drüben hingeworfen. Gar nichts denn. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Gut, gut, gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, klar, ich lese halt noch ein bisschen, wa? So, der jagt mich hier. Ich will aber den Zettel lesen, Alter. Das ist gemeint zu sagen, dass vielleicht das Beste war. Max würde sowieso keine Autos... Ah, er war ein Idiot, ich wollte nicht aufhören. Okay, komm ab. So, könnt ihr jetzt hier mal eine Tablette hinwerfen? Mal wo? Oh, kriegt das hier mal in Ruhe lesen. Dankeschön. Er war ein Idiot. Er wollte einfach nicht hören. Und seien wir mal ehrlich, es ist eine ständige Entblähung. Ah, toll, 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 toll. Okay, rennen wir mal weiter runter. Ah, der Quintier ist langsam hier. Pfeift hier die mal rein. Und, woran ich jetzt hier überhaupt hin? Wo ist das Ziel? Oh, da vorne. So, und... Hallihörüchen. Großer Abpumpen geht weiter. Oh, krass. Haben die das hier in den Alp versenkt? Oh, da drin ist er. Aua, weg doch mal frech. Ich glaube, ich gehe einfach runter. Da können wir nichts. Da können wir gar nichts. Nein, lass mich. Lass mich. Lass mich. Okay, du bist da schon schön drunter. Vum, vum, vum. Krass. Aber es ist halt auch wunderbar, da ich stelle durch diese, äh, wirklich brennende Wut, irgendwie, die ihn antreibt. Ach, du Scheiße, was ist denn das? Ist das ein Pick-up aus der Garage? Oh, Mann. Lass mal ein Pick-werfen. Pick-werfen, sag ich. Okay. Okay. Gone. Ah, okay, warte mal. Oh. I gotta get him where it hurts. Oh. How do I chip that armor of his? Make me a vitality into ramming one of those pills. No, 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 no. Snit. You control your anger. Not the other way around. Oh, no, 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 no. His armor is breaking, exposing him. Wie denn? What denn? Oh, Junge, Junge. Ja, können wir nicht darüber reden. Klar, lass uns doch noch darüber reden. Na, das kommt. Na, das haben wir weg. Oh, da hat sich der Ton. You're misdirecting your rage. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ah, okay, alles klar. Wir sollen die... ...pillen... ...ja, schön, aber dass ich keine mehr habe. Ich habe keine Tabletten mehr. Ich versuche mich zu beruhigen. Aber ich brauche noch mehr Tabletten. Ten, ten, ten. Ich will nicht, ich will dich schmerzen. Die Pille sind... ...dann ich, wie wir sind. Schön. Let's. Okay, noch. Ich will nur mein Leben weg. Krass, Alter. Defeatet. Krass. Ich schaff's nicht, Alter. Meine süße Madison, ich weiß, dass ich nicht der beste Vater war, dem ein Mönch, einem Mädchen sich wünschen kann. Ich habe Fehler, zu viele, als dass ich sie zählen könnte, aber ich habe immer nur das Beste für dich gewollt. Bitte glaube nicht, dass ich dich weniger lieb habe, nur weil das Gerücht einen Fehler gemacht und zugelassen hat, dass deine Mutter dich mir wegnimmt. Ich werde einen Weg finden, unsere Familie wieder zu vereinen. Mein neuer Therapeut sagt, die Wahrheit auszusprechen heilt. Hier ist die Wahrheit. Ich vermisse dich an jedem Tag, an dem ich nicht bei dir bin. Du bist mein Ein und Alles. Alles Liebe, Dad. Macht mich betroffen, tatsächlich, irgendwie. Also, ich bin nicht ansatzweise in dieser Situation, wie er war. Aber, macht mich sehr betroffen. Ja, er wollte halt einfach nur irgendwie durch seine, also, na, ist halt schwierig, ehrlich gesagt. Er hat einfach eine Gefahr für sich und seine Umwelt und ist irgendwie aufgrund seiner Sehzauns. Es ist zu viel für einen Mann. Es ist ja trotzdem halt, man muss mit dir fühlen, ne, irgendwie. Und, halt, ich wollte da bloß eine Familie. Kein Kind, nicht weiter. Ich kann ja nicht weiter. Ich fühle mich. Es ist okay. Sie wird immer unsere Daughter sein. Und du wird immer ihre Vater sein. Sie verabschieden. Du hast das. Ganz voll, ganz schön. Ja, das ist es auch. Auch. Boah, Alter, es hau so dermaßen schwere Kost hier hoch, ey. So, ja, jetzt kommt's. The way back. Meine Katze hätte nicht drauf gehört. Habe ich eigentlich... Das meine ich halt so. Das ist einfach, wenn man ihn jetzt so in diesen... Tapes hört, ist halt ein echter Arsch irgendwie so. Aber trotzdem, ist komisch, das tut mir halt auch leid. Ist irgendwie... Seltsam. Ist komisch. Ich verstehe noch nicht mal, warum er mir leid tut, irgendwie. Also, aber... So, was ich? So, was ich? Nichts? 20 Jahre altes Fahrzeug? Man, was das alles gemacht hat, macht mich so sick in meinem Kopf. Das was wahrscheinlich toxisch, auch. So, als ich überhaupt nicht erinnern kann, und es war nur zwei Nachts vor. Und jetzt! Das wäre sehr frustrierend. Wie oft würdest du sagen, dass du... Gott dammit, you know what? How am I supposed to show the court, I've got my life together, if I ain't got no job for no real reason? I have a good mind to go back to the quarry and have a nice long chat with those Meyer-folk. Ja, hier hätte es jetzt intervenieren müssen, Alter. Das ist ja Nippie-Typen. Ach, der Typ, der vorhin einen Brief geschrieben hat, ne? Der ihn mitgenommen hat, aber nicht wieder abgeholt hat. Aber was ist das für ein irgendwie Hippie-Typ? Oh. Ijeje. Wo bin ich jetzt gerade wieder zurück? Ah, ich bin so doof. Oder? Wie doch, sag ich nicht. Ich bin so doof. Ja, das ist jetzt deine Art zu intervenieren, oder? Wenn du merkst, dass Ena Amok laufen möchte? Also, naja. Naja, kann man schon, kann man, man kann schon von Amok sprechen. Also jetzt, ne? Aber, Alter, du bist ja... Wesley, du bist ja ein toller Therapeute, ey. Oh, hab ich jetzt hier eine verpasst, ne? Ne, eigentlich, letztendlich, äh, er ist aufgebrochen. Und wir gehen zurück in unser Büro. Ach, ich verstehe. Na, meine kleine Maus? Ich verstehe nicht. Wie könnte Meier so etwas machen? Weil sie denken, sie könnten es wegwerfen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe, jemanden hierherrund warst, während du rauskriegst. Es ist wichtig, dass du dich verpasst. sie ist ASAP. Gotcha. Dr. Wailes, Sie da? Listen, die Gespräche ist schlecht. Sie haben sie, Mann. Ich habe es kaum zu verabschiedet. Ich weiß nicht, was sie machen. Sie sind nach mir, und sie werden auch nach Ihnen kommen, nur für mich zu sehen. Entschuldigung. Bitte kontakt mich, damit wir das herausfinden können. Und nicht aus dem Tappen. Ist das Lukas Kohl? Einer von deinen Patienten? Ja. Aber er hat ihn nicht gezeigt für seine letzte Beobachtung. Du solltest ihn wiederholen. Die Telefon nicht wirklich in meinem favorit. Ich glaube, wir müssen das so schwer machen. Lukas hatte eine Kabine in der Bäume, nicht er? Okay. Du solltest versuchen, ob du es aus dem Gebäude zu bekommen kannst. Vielleicht ist es da etwas, das uns mit ihm mit Kontakt zu machen. Oder ein Tape. Ich bin der Lukas Turmband. Ja, es ist halt wirklich... Es ist ein Konstrukt hier. Irgendwie was langsam... Zusammenbricht irgendwie. Also nicht das Haus. Das Haus ist ja nur stellvertretend wahrscheinlich für den... Für die Psyche des Therapeuten oder so. Also... Okay. Schauen wir mal kurz in Max Akte rein. Patienten aber. Witz Nygaard. Avita 45. Diagnose. Jetson. Narzisstische Tendenzen. Umstände der Behandlung. Vom Gericht angeordnete Behandlung nach häuslicher Störung, zu der die Polizei gerufen wurde. Die Frau des Patienten erstattete keine Anzeige, aber der Staat verlangte gleichwohl einen Polizeibericht und rechtliche Konsequenzen. Frau und Kind des Patienten sind seit dem Vorfall ausgezogen. Persönliche Geschichte. Der Patient wiegelt das Problem ab, aber sein Vater wurde wegen Gewalt gegenüber der Mutter inhaftiert. Kontra-inuitiv scheint der Patient seiner Mutter gegenüber Ablehnung zu empfinden, die offensichtlich in seiner Jugend eine Affäre hatte und später diesen Mann heiratete. Der Stiefvater war ihm gegenüber sehr wahrscheinlich gewalttätig, aber der Patient weigert sich damit, sich damit auseinanderzusetzen. Der Patient hatte eine 10 Jahre alte Tochter namens Madison und eine Frau namens Alice, die wohl nicht mehr zu Hause lebt und die Scheidung eingereicht hat. Der Patient besteht darauf, über sie in der Gegenwart zu sprechen, nicht als Ex. und möchte von einer Trennung nichts wissen, weil er sie für vorübergehend hält. Der Patient verlor seinen Job als Fahrer für My Pharmaceuticals nach einem scheinbaren Unfall mit besanter Ladung, psychologische Notizen. Max zeigt große Einversucht und Wut, wenn sich nicht respektiert fühlt oder seine Kontrolle bedroht wird. Er lernt er die Basisübungen kennen, tiefes Einatmen anzählen und so weiter. Aber es ist schwer zu sagen, was hilft und was nicht. Lezistische Tendenzen bringen die Patienten zum Wechseln des Subjekts. Damit konfrontiert wird Max wütend und gibt anderen dafür die Schuld. Vorfälle mit Abneigungshandlungen gegenüber seiner Frau Patienten. Punkt. Patient gibt ihr die Schuld, dass er hier ist und nicht dem Vorfall häuslicher Gewalt. Ergänzend. Max stund heraus, bevor er seine letzte Sitzung abschloss. Er ist seit zwei Wochen nicht mehr gekommen. Gericht wurde informiert. Ja, also man hat ja schon gehört, dass natürlich so Therapeuten... Also Therapeuten müssen ja aus Eigenschutz, müssen sich ja auch irgendwo abkapseln von ihren Patienten und halt dürfen die natürlich nicht so nah ranlassen. Aber... Er kommt mir schon echt krass vor hier. Also wir... Hi. 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 So. Und... Natürlich würde ich jetzt sehr gerne... Oh scheiße, ja. Das Wasser steigt definitiv. Okay, die Autos sind schon nicht mehr zu sehen. Ähm... Natürlich würde ich jetzt erst mal schnell die Schallplatte holen. Von Max. Wahrscheinlich werden da jetzt wieder irgendwelche Leute rum krepeln. Und... Wir haben jetzt natürlich das Gimmick, das wir mit dem... What the fuck? Okay. Oops, this one's on me. The elevator was supposed to drop all the way down and explode. Since you're stuck there, starving to death, how about you take this opportunity to reflect on what a major pain in the ass you've been? Ja, schön. 12. Und nu? Okay, und wir öffnen Luca. Ja, schön. Oh, Tonja! Oh, du bist eine beste Katze in der Welt. Das ist ja cool. Oh, du bist eine beste Katze in der Welt. Also das ist, was passiert, wenn ich nicht hier bin? Okay, ich bin ein bisschen durch. Yippie-kay-yay. Ja, wirklich? So, nice Handspielung. Ja. 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 Fuss, die Katze jetzt hier oben, das ist ja toll. So, okay, alles klar. Find the truth. Aha, okay. Okay, the truth. The truth is out there. Oh, my phone, is he gonna watch? Okay, okay, okay. Ja, genau, siehst du? Und jetzt können wir auch mit der Tablette... Boom. Das wäre natürlich auch schön, wenn hier in diesen Kisten mal drin wäre. Oh, echt jetzt? Achso, okay. Und da geht's zu Fall Nummer 4. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir gucken jetzt erstmal nochmal schnell nach Max. Äh, ach du Scheiße. Oh, der Schallplatte, ich werde hier ständig immer meinen Sätzen unterbrochen. Oder ich unterbreche meine Sätze immer. Das ist total blöd für euch, ne? Was? Reload. Oh, man hat's gerade so komisch aufgeleuchtet. Das wäre da was. So, hier drucken wir nochmal schnell. Die Pille. Come on. Oh. Hallo. Komm, wir denn hier hin? Das ist ja cool. Oh, ach ey. Sehr schön. Das ist ja nix, 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 nix hole. Sieben Pillen sind noch übrig. So, theoretisch könnten wir auch mal in den Raum mit den Gasmasken. Oder, ach, Raum mit den Gasmasken. Da, wo die Gasmaske ja hatten, da war ja ebenfalls, äh, der Raum komplett mit diesem Gas... ...gelumpel oder so, naja, mit dieser Farbe voll. Ich hab ja noch keinen Namen dafür, irgendwie, nix. Rainbow jetzt, oder was? Okay, das hat man schon. Ah, okay, cool. Das hat funktioniert. Nice. Das ist ja schön. Ah, wir krachen natürlich durch die Wand. Oh, Madi hat ja ein tolles Zimmer. Ohne Tür. Schön. Und die Schallplatte. Nice. Eine gelbe Schallplatte? Den Gerot ist ja eine Farbe. Max, was war wirklich das? Von der Träume oder sowas? Nicht genau, es gibt mir ja Hinweise auf ihre Denkweise. Na gut, dann mal los. Was könnte das sein? Äh, nichts. Nein, wirklich, ich sehe nichts, was einen Sinn ergibt. Versuchen Sie es. Äh, ein Baby. Ein weinendes Baby. Das nächste. Ein Tier. Und eine Bestie. Wundung. Drittes Bild. Ein Stier. Das ist es, ein großer Stier. Der hinter dir heisst. Hinter der Mitschrift. Ja, tatsächlich. Es wird, ja. Und tatsächlich sieht das Rohrschaftbild so aus, ne? So, okay. Was haben wir hier hinten noch? Batterien? Jetzt mal. Oh, nein. Maddy. Miss you. Happy Birthday. Und jetzt müssen wir ruhig jetzt auch. Oh, Sand. Von hinten war keine Tür zu sehen. Okay. Dann müssen wir uns mal nächste Wohnung verlassen. So. Dann mal schnell zurück zu unserem Appartement. Ich überlege noch. Haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen? In den Shadows. A flame in the dark. Was ist denn das? Das sind jetzt alles nur die Sprüche hier, ne? Schau mal an. Es ist blockiert von der anderen Seite. Blockiert von der anderen Seite. Dieser Wartungsgang. Oh. Wo kommen wir denn da hin? Der Hausmeisterraum. Was ist das da so schön, dass es gibt? Mehr Patronen. Mehr Patronen. Hier. Jetzt würde ich mal ein paar mehr. Nein. Auch zu. Okay. Ich würde noch mal ganz kurz mal einen Abstecher in den Keller machen. Schön, dass der Fahrstuhl jetzt wieder geht. Um einfach mal zu schauen, ob wir in diesem einen Raum, wo wir die Gasmaske gefunden haben, das Rainbow entfernen können. So, okay. Cool. Das hat ja gut geklappt. Das ist halt natürlich praktisch, ob wir jetzt hier noch etwas finden. Es sei denn, es war unter dem Rainbow. Nein. Nicht. Sonst steht. Aber gar nichts. So, hier unten noch. Könnten wir. Pumpediflumpediflumpediflumpediflumpediflump. So, okay. Alles klar. Wollen wir das gar nicht. Na gut. Denn auf. Zu unserem Büro. Lass uns einen Song hören. Lass uns mal ein paar Platten auflegen. Das sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Yo. Yo. It's my record player. Lass uns mal ein paar Mal ein paar. torchdasket. Lass uns mal ein paar. Lass uns mal ein paar. Lass uns mal ein paar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Look me in the eye and tell me not to shout Is it me or is darkness fast approaching It's getting crowded and it's time to catch a breath Ja, das Klavier war schön Die neue Scheibe So, dann wird's wohl Zeit Fall Nummer 4 zu starten Und der befindet sich Ja, ne? Guck mal einer an Und eine Lampe leuchtet noch nicht Das ist ja... Aber wir haben noch 11 Ich verstehe mich von normal Also das würde Sinn... Ach nee, das ist gelb Okay Aha, alles klar Tja, dann wird's Zeit für Grün Nö... So, was ist da drüben, ne? Tja, na dann Starten wir Fall Nummer 4 Auf geht's Lukas Hütte Okay Aha, ein kleiner Tätel Lockerungsübung Jeden Morgen Keine Ausreden Die Lebenserwartungen Eines Radiomoderators Betrug 5 Sekunden Schön Immer die Wenigkeit trotzen Oh Kleines Dram-Übungspad So Also Radiomoderator, ja? Okay Lukas ist Pointlich Lukas ist Radiomoderator Tonband Lukas Okay Aber sieht auch so ein bisschen So nach Piratenstationen Irgendwie aus Muss ich mal sagen Ein paar Pillen Bekannte Einrichtungen Und zugehörige Standorte Maya Corporations 600 Maya Boulevard Morrison Town New York Maya Corporations 180 Pennsylvania Avenue Washington DC Blocks von West Nervos entfernt Schön Quarry Lane Mertonhaven Die kennen wir ja schon Maya G Friedrich Ebertstraße Oh Düsseldorf In Deutschland Kann das in der Verifizieren Kommt einer Aus Düsseldorf Und kann da mal Kurz nachgucken Und Hatulski Inc Badline Irving Okay Umsatz 22 Millionen 24 Millionen 28 Millionen Sportlich Zwischen 1945 Und 1973 Für die Regierung Und CRB Zahlreich Umfang Rechte Experimente Mit Triptizubinen Pilzextrakt Rainbow Herbizide Agent Orange Agent Purple Wie passt Rainbow Da hinein Agent Green Soldaten Regierungseigentum Zivilisten Privat Risiko Nutzen Ja Tatsächlich Hatte die Regierung der USA Tatsächlich gemacht Irgendwie Die haben Sehr sehr viel Mit psychoaktiven Drohungen Experimentiert Also MKUltra Ist ja Gerüge Auch So ein bisschen So in Silent Hill Mit Verrüsselt Wohlen Nee Warte mal Das Quatsch Werd ich jetzt erzählen Nicht in Silent Hill Sondern in So Jacobs Ladder Irgendwie Ein Film Der ist halt auch Sehr Sehr Silent Hill Mäßig angehaucht Selbst da Werd ich jetzt Angehabt Das stimmt Nimmt's heute Nicht für bare Münze Was ich sage Ja Was war da Flinte Munition Okay Gut Viel mehr Zimmer Gibt es anscheinend Nicht in dieser Hütte So eine übersichtliche Hütte Okay Hier haben wir noch Eine fette Verdrahtung Die Ach nee Hier ist noch eine Tür Hier ist noch eine Tür Was ist das? Wohlen Das ist ausgeschaltet Na Gott sei Dank Wilfred Bill Burt Schau mal an Verbindungswahn der Regierung Orkipsi New York Alter 59 Kürzlich nach Long Island New York Nach Mürtelheben Versetzt Qualifikation unbekannt Status unbekannt Involvierung Absolut Ja besser Bill Burt The Burt Is the Word Is the Word Okay gut Lass uns den Tonband hören Gibt es hier so wirklich Komisch klingt Old Aber Was soll man sagen Nein ist noch Sehen Titikakazi Komisch ja gerade Komisch ja gerade So Voll Ja bitte Wenn ich dir etwas sagen tun Sie ignorieren mich Aber wenn ein Maniak wie Lukas gibt dir falsche Hoffnung Sie überrascht ihn ohne Frage Bei diesem Punkt ist es schwer, nicht zu nehmen, wie ein Insult. Es gibt keinen Kuchen von Gold am Ende des Rheinbots. Es ist nur ich. So, Tonja. Ich finde einen Weg. Was, was du sehen, wenn du da bist, ich will. Ich will, ich will. Und es geht wieder los. So, ab durch die grüne Tür. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Oh. Oh, krass. Lukas Tonbart. Krass. Wir hier im Bayou, oder was ist das? Ja. 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 Ich bin nicht der erste Therapist, den ich mitbekommen habe. Aber ich finde es manchmal schwierig, zu öffnen. Die letzten Therapie-Sessionen waren sehr... ...produktiv. ... 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 Das ist eine gute Frage. Ich brauche Hilfe zu bleiben. Zane. Wie das normalerweise geht, ist, dass ich dir, der Therapist, eine Geschichte von meinem Zeitpunkt in den Anführungszeichen über verrückte Erfahrungen, Konzepte und Aufmerksamkeit. Und dann, an einem Moment, du gibst mir den Blick. Den Blick? Den Blick, du gibst mir jetzt. Den Blick, der sagt, ich spreche mit einem Lunatik. LUNATIK Nein, aber ich bin ein bisschen puzzelt. Ich würde sehr gerne hören, deine Geschichte. All right, I'll tell it to you, but I've been made to doubt myself for years, so I hope you'll take it seriously, take me seriously, and don't give me that luck neither, just let me do the talking for a bit, okay? Hm, okay. Ist natürlich erstmal noch sehr dubios und sehr undurchsichtig. Aber wir werden schon rausfinden, was mit dem guten Locust ist. Auf jeden Fall wirkt er jetzt erstmal nicht so aggressiv wie Max. Und er soll sehr wichtig für uns sein. Wie Tonja sagt, wir müssen ihn finden. Schauen wir mal. Der Elysium Park. Ah, krass. Stell von Kontakt her. Ja, hier sind wir doch auch mit dem Experiment hingegangen, ne? Irgendwie in den Elysium Park. Dieser Rosemary. So, mal kurz einen Blick nochmal an die Scherbe werfen. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas haben, was direkt hier im Umfeld ist. Und da sind wir nicht vorher documentary Tomorrow in der Nähe von Neymar. Da sind wir hier nicht? Wir haben die Scherbe werfen. Dann gibt's die Scherbe werfen. Sie können sie auf jeden Fall sehen, Ausatmen sich nicht nur noch mal kurz. Sie müssen die Scherbe werfen. Sie müssen sie auf jeden Fall hören. Okay, er ist Rainbow. Gut, dann haben wir doch mal einen Namen für diesen unbekannten Typen. Ist das Feind? So, was haben wir hier? Department für Agriculture. Aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Verboten folgendes ist im Sperrgebiet untersagt. Erstens, Zutritt und Aufenthalte im Sperrgebiet. Sperrgebiet, das Sperrgebiet umfasst sämtliche Gebiete und Straßen, die zu der stillgelegten US-Army-Anlage vor Sonder gehören und dann verbunden sind. Einschließlich des alten Bunkers. Ausnahmen von der Person sind von dieser Anordnung ausgenommen. Erstens, Bundesbeamte, aber auch Mitarbeiter von Mayer-Fund-Certicals mit entsprechender Genehmigung. Zweitens, Dr. Desmond Wales. Schön, Zweck. Diese Anordnung dient den Zweck, dir den spektakulärsten anderen hündlichen Tunnel zu bieten. Ja, schön, der nur noch vom Hitzer-Tort, dass er nicht mehr an uns übertroffen wird. Es wird dich treffen, wieder Blitz. Das ist toll. Wundervoll, schön. Ganz, ganz toll. Nehme ich schon mal die Pistole in der Hand. Guckt euch das mal an, das sieht doch so geil aus. Also da muss man wirklich den Entwicklern sagen, ihr habt hier echt ein geiles Spiel gemacht. Ihr habt hier wirklich ein geiles Spiel gemacht. Südwald. Kann man da vorne nochmal irgendwie abbiegen? Hier war noch gar nichts. Hier ist das so überbiegen. Würde ich vielleicht ein bisschen abseits der Straßenbewegung. Ja, abseits der Straßenbewegung. Ja, viel lügen. Okay. Kannst du hier hin? So, pustet es schon wieder komplett im Arsch. Was war das? Was war das für ein komisches Geräusch? Alter. Was ist denn das? Die haben eine Metal J-Rex. Krass, okay. Oh Mann. Ja, schön. Toll. Das ist ein Riesenroboter. Toll. Super. So, was haben wir denn hier? Ein Tor. Und eine Karte. Oh, ein bisschen größer hat ich es mal hier. Was war das für ein Südwald? Wir sind von hier gekommen mit Brücke. Rangerhütte. Wachtturm. Waldzentrum. Bunker. Was ist das? Funturm. Kauft. Auge der Gesegneten Kirche. Na, ganz toll. Wasseraufbereitungsanlage. Angehende. Irgert. Okay, kann ich jetzt hier einfach rüber? Komm ich hier durch? Nee. Den kann man das Werk jetzt auch nicht durchballern können hiermit. Nee, kann ich nicht. Aber ich schaue trotzdem mal. Nein. Nee. Oh. Okay. Wie schon auf dem Dach. Äh, bei uns im Wohnhaus. Ich glaube, ich hoffe. Ich glaube, dass wir jetzt hier irgendwie mal ein... ...und ein Gibbik finden, mit dem wir das öffnen können. Oder benutzen können. Oh. Oh. Nur Hütte und Feinde. Sneak mich mal an. Schade, dass er keine Stealth-Kill zippt, irgendwie. Ach so. Wahrscheinlich würde ich sie so erheben. Ich habe es ja bloß das ganze Spiel über nicht herausgefunden. Aber die wissen nun schon relativ früh, dass wir da sind. ganz besonders, wenn wir daneben schießen. ... Go! 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 Gernabixer! Gernabixer! So, so ein Strafschützen wäre ja auch geil. Panorama des Elysium State Parks aus 60 Metern Höhe. Tickets gibt es im Fortunate Isles Way Number 16 in Milton Haven. Wir freuen uns auf Sie. Die Parkdirektion Milton Haven in Zusammenarbeit mit der Wasseraufbehaltungsanlage Milton. Alles klar. Es ist blockiert von der anderen Seite. Irgendwie müssen wir da oben durch. Der Ranger, Alter. Der Wichser. Da oben steht er. Der alte Stalker. Der hat ja eine Schiefsübung gemacht. Hat genauso richtig geschossen wie ich. Vielleicht sollte Kenny alt verballern. So, okay. Schauen wir noch mal. Notiz an mich prüfen. Ob der Notfallgenerator mit meiner Funkbarke kompatibel ist. Falls es funktioniert, müsste ich den Generator im inneren Raum der Hütte aus einschalten können. Okay. Ja. Okay. Jups. Ähm. Okay. Okay. Oh, okay. Können wir uns vielleicht durchmashen? Nope. Sicherheitsglas kommen wir nicht durch. So, aber wir kommen übers Dach auf dieses kleine Podest, was wir von vorne gesehen haben. Oh, nur zu weit wie so weit. So. Mit Baseballkohle. Ne. Mit Fernrohr. Baseballkohle. Und wir sind dahin. Oh, der Penner. Da hat er doch schon wieder hier am Fenster gehangen. Oh, der Schwein. Tagebucheintrag 505. Habe Kontakt zu einer Wissenschaftlerung aufgenommen. Die haben Agent Rainbow Arbit. Tett. Sie sagte, sie könne mir Dokumente geben, die diese ganzen Experimente auffliegen lassen können. Ich soll mich in Kürze mit ihr treffen. Endlich werde ich Antworten bekommen und eine Chance mich zu rehabilitieren. Okay. Gibt's hier nur was? Oh, wie das ist. Gibt's da unten. Muss mal kurz in der Mitte nochmal gucken. Kann ich da irgendwie reinlaufen? Nee, kann ich nicht. So ein Penner, ey. So ein Penner. Was haben wir denn hier alles? Eine Menge zu lesen. Persönliches Protokoll, Seite 1 von 2. Rose Marie James, das ist die Wissenschaftlerin. Seit ich die eidesstattliche Aussage eines Radiomoderatoren, einer Radiomoderatoren hörte, die Ende der 60er Jahre eine Begegnung mit Agent Rainbow überlebt hat, wusste ich, dass eine Verbindung zwischen Radiowellen und der Wirkung der Chemikalen auf das Gehirn bestehen musste. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass das Gehirn elektromagnetische Strahlung abgibt. Gehirnwellen, genau wie ein Radio. Die Frequenzen unterscheiden sich jedoch so stark, dass sie niemals zu Interferenzen zwischen den beiden Wellenarten kommt. Doch bei Agent Rainbow ist das nicht länger der Fall. Um die Wirkweise von Agent Rainbow zu verstehen, muss man nicht nur die Chemie des Gehirns, sondern auch seinen mentalen Prozess begreifen. Nehmen wir das Jungsche Konzept des Schattens. Einfach ausgedrückt, der dunkle Teil unserer Persönlichkeit, jeder unerwünschte Aspekt unseres Selbst, den wir verdrängen und unterdrücken. Agent Rainbow bringt all das ans Tageslicht und Verlag in Gestalt. Sich urplötzlich so etwas stellen zu müssen, ist eine zutiefst erschreckende Erfahrung, die zu beschleunigen momentanen Verfall oder oftmals zu weit zu tot führt. Persönlicher Transmitter und Systemdetektor. Dualisierungsprogramm. Funksignale, die automatisch geortet oder auf dem Monitor angezeigt werden, wird bei korrekter Positionierung jetzt ein Frequenzabgleich angezeigt. Version 1.1. Zur bequemen Bedienung einer roten Aktionstaste hinzugefügt. Die muss ich jetzt nur noch drücken, wenn das Gerät korrekt positioniert und auf ein gewünschtes Signal und oder eine gewünschte Quelle ausgerichtet ist. Und schon kann ich damit interagieren. Version 2.1.2. Die Wellen auf dem Monitor richten sich jetzt an der Senderfrequenz der unmittelbaren Nähe aus. Leuchten auf. Entschuldigung. 2.0. Nach der Installation der neuen mobilen Antenne empfängt das Gerät jetzt Frequenzen von bestimmten Sternen. Das muss ich noch genauer erkunden. Fehlerbericht. Bestimmte Metallfolien haben sich als Hemd für den Empfang der Betragung erwiesen. Wir fangen seltsame Stimmen nach. Wirklichen Muster. Snake-Programm führt auch immer ins Absturz. Das tut nichts. Funkgerät. Voll, voll, voll. Bevor wir jetzt hier schauen, was das kann, ich würde mich gerne hier noch ein bisschen weiter umsehen erstmal. Ah, das ist die Ranger-Hütte von dem Typen. Schauen wir mal, wo wir waren. Wir haben mal eine Tep gefunden. Notiz an mich. Die Metallfolie ist eine Zufallsentdeckung. Ich will zwar nicht, dass irgendetwas das Signal eines Geräts blockiert, aber sie kann vielleicht verhindern, dass die Frequenzen von unerwünschten Mächten geordnet wird. Weitere Tests sind erforderlich. Zumindest kann ich für das erste mit weniger Interferenzen in der Luft schlafen. Okay. Wer soll jetzt denn auf den Kabeln schauen? Okay, die gehen raus. Ah. So schön, ich bin jetzt hier gefangen, oder was? So, dann schauen wir mal, was das kann. Kann man das damit öffnen? Oh, Signal. Alter, was ist denn los? Muss jetzt hier weg? What? 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 Was? Was ist hier los? Oh! Was ist hier los? Ah, das ist der Metal Jyrex hier, wa? Hier draußen. Ah, fuck, alter. Aber scheinbar kann er mich jetzt hier unten nicht so gut überladen haben, oder? Okay, er ist abgehauen. Cool, cool. Nice. Okay, man hat jetzt hier... Ah! Okay, alles klar. Er hat das Bild runtergeschossen. Es ist blockt von der anderen Seite. Es ist blockt von der anderen Seite. Moment. Wir zwingen den Blitz, benutzen dein Funkgerät, wenn du ein Signal zu hören hast. Okay. Eine Sache will ich mal ganz kurz probieren. Aha! Sehr nass. So, das war noch die Tür, die gerade versperrt war. Und... Finder? Tittenhäfter? T-Z. Oh! T-T-T-T-T-T-T-T-T-Z-Tool! Schön! List 4! Wunderbar! So, okay! Alles klar! Äh, Penobald! Ach du Schande! Achso, könnt ihr mal zu dem Tor hier vorne Da, wo dieser elektrische Firnefanz war Okay, kann ich sagen, das ist ein Signal Uh, yeah Sehr geil Links, warte mal, bevor der jetzt da lang geht, würde ich gerne nochmal hier vorne, was haben wir hier denn, schönes Mitte Oh, was ist denn da? Ach, was ist denn das? Ich muss hier diesen umgekippten Strommast entlang, oder? Was ist denn das? What? Oh nein, nicht jetzt Nee, ist nicht gut Ist nicht gut Dann liegt das irgendwie hier Nee, gibt es okay ein Signal? Kommt der nach hinten an? Von oben? Nee Moment Hier rüberhüpfen Denn Holzbretter Kommt durch die Holzbretter nach hinten Was soll denn das? Warum soll ich da nach oben laufen? Hä? Ah, okay Alles klar Verstehe, verstehe, verstehe Oh, ist das Kommt da nicht mal vorbei an dem Ding, oder? Ist das Schieß, Leute Ich sitze, ja Ey, wenn da hinten jetzt bloß irgendwie eine Tüte Chips liegt Dann ist ja aber Pult offen Aua Nimm dir das da Vitalaxe, okay, alle klar Juts Könnte man jetzt sagen, es war wert Fast drauf zu gehen dafür Das ist ein Scheiß So, hier vorne lag ja noch was Schön So, dann nehmen wir auch mal kurz mal Ah, Chip von meinem erfrischenden Tank Was haben wir hier noch? So Wunderbar Wunderbar So, wo ist mein Balki-Talki? Hier ist mein Balki-Talki So, oben komme ich noch nicht hin, oder? So, unten müssen wir wirklich, glaube ich, erstmal über die Brücke rüber Aber ich würde nur ganz kurz gucken, ob wir irgendwie zu dem Funkturm hier hochkommen Oh, das ist gut aus Das ist gut aus Das ist gut aus Okay Tja Nüchter Scheinbar kommen wir nur von der anderen Seite da ran Okay Gut, gehen wir zur Brücke So, Waldzentrum Ach nee, das ist ein Tainer Ach du Schande Ah, okay, alle klar Oh, fuck Okay Ich würde sagen, ich verpissen uns jetzt mal schnell Okay Das ist gut, okay, genau oh shit oh fuck der Penner, er liebt noch na, das war ne knappe Kiste oh, bah, mann, alter, oh der Typ, jedes Mal, jedes Mal, warum? nö stelle die Energieversorgung bis wo und der Bunkertür wieder her mein Gerät, da fängt schwache Signale aus dem Maun des Bunkereingangs ich habe schon vorher mit zweien davon interagieren können sie scheinen sehr empfindlich zu sein und hinter dicken Zement und Metall zu stecken vielleicht gibt es im Moment zu viele Interferenzen ich versuche es später nochmal ähm, ok, checken wir nochmal, warte mal das mal hier jawoll was haben wir denn da? aha super cool super cool das Ding fährt mir so ok, die Hütte fährt hoch aber wir kommen kein Kuchen nö nö so mal mit allerbeste Passwort ever schade eigentlich schade na gut, hätte das sein können wa gut alter ja, das wird Lukas sein wahrscheinlich das ist ja kein richtiger Robot das ist so eine Mischung aus Skelett und Waffe geht der von alleine? da muss ich jetzt an dem Verweis liegen oder wie? oh der Lauf Junge, Lauf ok ok wir können damit irgendwie stunnen vier Türme sie zu den Sternen was für eine Inszenierung, Alter man fett, Leute fett, fett, fett vielleicht sollte ich mir mal so eine Pille reinpfeifen um hier mal ein bisschen besser drauf zu sein nein so so ö komm raus komm raus oh shit ja, ja, solltest du mach mal Lack mach Lack, Junge ah, Mist, ey ja, so könnten wir jetzt natürlich auch Trophäen machen äh wir haben jene Ausdauer am Arsch von daher oh, die Dinger sinken oh, nicht doch, ey ja, das sieht nicht erstmal um die Power an sonst bin ich hier ganz schnell weg vom Fenster was ist denn da denn überhaupt ach ok, also wir müssen zu den Türmen komm ich da hinten über die Türme dahin komm ich da hin ah, Mann oh, jetzt sieht man der Datenfriedhof oh, fuck oh, nicht doch oh, Minen Minen nein, Alter, nein oh jawoll, Alter schön ins Minenfeld drin geschickt danke, oh danke so gibt's hier gibt's so'n 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 nee wie kommen wir denn hier drin wie kommen wir denn hier drin wie ist es da jetzt wirklich da über den Shit überhüpfen oh, Tamala vielleicht kriegen wir das damit geöffnet okay, können wir das mal aufkloppen das ist ja erstmal bescheuert kann ich jetzt die Dinger damit deaktivieren oh cool das ist schön hat sich jetzt welches Tor hat sich jetzt hier öffnet das scheinbar nicht das ist ja alles zu groß der Tore geklemmt schon wieder normalerweise bekomme ich ihn mit einem dieser Ersatzventile auf die ist in der Wasseraufbereitung an der Umlinie aber meine Sicht ist in und das heißt was? aber meine Schicht ist um das heißt nicht mehr meine Sorge sondern dein Problem viel Glück okay, wir müssen anscheinend in der Wasseraufbereitungsanlage ein Ventil finden oh oh what's that? kann ich die Dinger mit hoch verschalten? ja geil okay wenn ihr redet muss ich anscheinend erstmal ein bisschen akklimatisieren immer oder ich brauche Abstand aber sehr munitionssparend das finde ich ja gut das ist ja eine geile Sache schön 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 alles gezeichnet ist das jetzt hier die Wasseraufbereitungsanlage? die Spitze des Wassertons die Spitze des Wassertons gibt es noch die Wasseraufbereitungsanlage? da sind vraiment feine immer feine da sind aber die die man das die 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 la die 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 Ah, das ist ja fies. Ah, krass, selbst den Dicken kann ich damit ausschalten. Das ist ja cool. Stub, qualvoll. Ah. Ja, das ist ja geil. Das ist ja der Hammer. So, hier drübe ich mal ein schnell nochmal eine Tablette drin. Mal schauen, ob dabei irgendwann rumkommt. Natürlich nicht. So, ein Walkie-Talkie ist jetzt mein absolutes Lieblingsgerät. Mein absolutes Lieblingsgerät. Ist there something good? Ach, hey. Das ist ja mal ein Quill. Der Mega-Mixer. So, dann kann ich hier drauf. Nicht, der wird... Ah, nee, hier kann ich rüberspringen. Hurra! Sehr cool. Okay, hier bräuchte ich ein Ventilrad. Was ich nie habe. Wenn du nur etwas hättest, um diesen furchtbaren Geruch zu überdecken. Wenn sonst nichts hilft, Nase zu. Ja, das Ding im Hof. Wenn man so in einer Bahn unterwegs ist. Okay. Ja, scheinbar brauche ich hier aber wirklich die... die Maske. Oder? Ja, ganz schön. Jetzt mal durch. Ein bisschen hoch. Uh, schade. So, mal kurz abdecken das Ding. Ich brücke hier komplett... Hier haben wir die Verrecke. So, und wieder auf das Ding. Mist. Schnell durch. Wunderbar. Wollen wir das kurz abnehmen? Eine Tablette. An alle Angestellten der Wasseraufreitungsanlage. Wir wissen, Ihre beständige Mitarbeit an unserer Untersuchung der Ursache der Wasserverschmutzung zu schätzen. Da diese Untersuchung Aspekte der nationalen Sicherheit entfasst, muss ich Sie darüber informieren, dass jegliche Entfüllung von Informationen über die Verschmutzung an Außenstehende eine Inhaftierung nach sich zieht. Schön. Lassen Sie es uns gemeinsam daran arbeiten, dass Müttenheben bald wieder sauberes Wasser hat. Bill, Bird, CRB, Verbindungsbüro. Wunderbar, Bill, Bird. The Bird, the Bird, the Bird is the Bird. Ah, shit. Vom Ozean an Müttenheben. Der Insalzungsprozess. Meerwasserzufuhr. Meerwasser wird aus der Bucht von Patmos erreicht. Unsere Anlage durch ein großes unterallogisches Rohr. Zweitens. In einem zweistufigen Prozess wird das Meerwasser von groben und Feinpartiken gesäubert. Drittens. Filterung und Unkehrosmose. Salz und andere Verunreinigungen werden aus dem Wasser entfernt. Viertens. Entsorgung der Sohle. Das konzentrierte Meerwasser wird sich sicher wieder in die Bucht von Patmos zurückgeführt. Überhaupt. Süßwasserversorgung. Sauberes Süßwasser wird zu Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden geleitet. Ja, die Bucht von Patmos. Da war der Tanker gekentert. Mit dem Agent Rainbow drin. Und wenn das jetzt quasi über die komplette Wasserverarbeitungsanlage hier in der ganzen Stadt verteilt wurde. Geil. Geile Nummer. So, was kann ich denn hier... Okay, der ist jetzt offen. Aber wo kommst du jetzt hier weiter? So, wir sind jetzt hier noch oben in der Wasserverwaltungsanlage. Mal Top essen. Fertig. Ich habe eine kleine Probe des verunreinigten Wasser zur Analyse mit nach Hause genommen. Als das hier wie erst nicht mitbekommen hat. Was zum Ende ist dieses Zeug? Nach wenigen Minuten in der Nähe der Probe überfiel mich ein seltsames Angstgefühl und mir wurde schlecht. Zum Glück habe ich nur etwa drei Tropfen genommen. Die Wirkung ist also vermutlich nicht sehr stark. Ich habe nicht das richtige Gerät zu Hause, aber das kann ich sagen. Was auch immer das ja nicht im Kalio ist, die die Wasservorrat vorunreinigt hat, sie ist übel. Ich werde mir meine restlichen Krankentage freinehmen, bis die Sache vorbei ist. Ich schlage vor und tue es dasselbe. Ja, krass. Krass, krass. Oh, das ist das Ventilrad. Das ist nicht nur ein Ventilrad, das ist das Ventilrad. Nimm diese Tablette. Mitze, bitte, bitte. Und jetzt einfach nur mal zu. Ne, ich habe es abgedreht. Sehr schön. Klar. So. Denk in die Schabel. 12, 14, 14. Hab da gerade wo ein Rote gesehen. Achso. Okay, aber wie komme ich da oben hin? Wie komme ich denn da oben hin? Oh, nein, Mann. Cool. Alles klar. Da muss man ganz aufschrauben. Das ist ganz wichtig. So, okay. Der Orange, äh, Quatsch, der Orange, äh, das... Die Lampe ist weg. Ist das einfach so? Das war es einfach eine große Lampe, wa? Ja. Ich dachte schon, wunderte, dass das sein kann. Naja, wir sind wohl wieder vorbei gelaufen. Geht man da noch? Shotgun-Sherz. Ist meine geladen? Nein. Kräflich. Dieser Zustand. Waffen wir uns auch mal in eine Hand. In Spiegel. Oh, ich meine. Oh, was ist denn? Komm mal her, mein Digger. Oh, okay. Er kommt sogar hierher. Mist. Jetzt wieder. Okay. 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 Okay, also die Dicken brauchen drei, um down zu kommen. Die Dicken brauchen drei, um down zu kommen. Das ist aber ein Satz, ey. Ha! Goethe wäre so stolz. Ähm. Okay. Schnell aufgedreht. Schnell auf. Schnell auf. Oh Mann, Alter. Ist so lahm. Ist so lame, Alter. Oh Mann. Bye-bye. Der Große scheint öfters mal Patronen dazulassen. Good to know. Haben wir Kleenung da gelassen? Nee. Nee. So, okay. Wir gucken uns hier hinten nochmal rum. Was haben wir hier? Instant gleich mal in dem Level hier Probleme mit dem Leben hier. Das ist ja nicht gut. Komme ich jetzt hier rauf? Gibt es hier so einen Nupsi zum Aufnupsen? Komme ich denn da hin? Was ist da vorne durch? So, die Mucke ist immer noch fucking bedrohlich. Okay, hier ist ein Watt. Das ist etwas. Aber was ist es? Ach, hier oben. Ah, okay. Okay, okay. Cool, cool, cool. So, bevor ich jetzt da langgehe. I'm going this way. Und hier muss man nämlich noch... Also wahnsinnig viel Schrot-Munition hier. Oh nein, Alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh bitte nicht. Oh bitte nicht. Ich bin da so scheißschlecht und so weit. Oh nein. So, wo muss ich denn? Zwei davon ist doch wahnsinnig. Das ist doch... So, dann hoffen wir nur, dass er jetzt irgendwo einen fairen Checkpoint hat. Nein, ducken. Ui, 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 ui. Das war knapp. So. Ducken, springen, ducken. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Wer baut so eine Anlage, Alter? Nun gut. Probieren, wat. Ducken. Springen, springen, ducken. Springen, ducken. Springen, springen! Hört euch ja Nerven auf einem Tier. Mein Lieber, ja. Ist ja nicht meins. So. Michelau, bitte nicht wieder zurück. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Du bist denn... Oh, die kann man natürlich geben, wenn ein Tierrad. Schön. Schön. Super. Finde ich gut. Oh, nee. Irgendwie war es dieser Pumpe hier. Wichtige Objekte... ...näher sein, als sie erscheinen. Okay. Ein Spiegel dazu. Na ja, solltest du, solltest du. Solltest du. Filt's perfekt. Bist du. Näher sein. Ja, der Typ schafft es immer wieder, mich zu erschrecken. Immer wieder. Okay, hier. Hier, holen wir mal eine Leuchttrakete rein. Oh, der Turschluss ist auch schön. Oh, der Turschluss ist auch hier. Okay, hier. So, mal aufmachen. Ist doch shit. Ist doch shit. Ich könnte jetzt noch eine Pille nehmen, ne? Alter Schlüssel. Okay. Die Sache mit dem Nachladen, ne? Die Sache mit dem Nachladen. Oh, die. Falsch Abzweigung. Vom Turm. Tolle Szene. Oh, 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 oh. Nicht gut. Ich brauche etwas, um das zu öffnen. Success. Und die Ahnung, ich darf alle gerade vergessen. Sackgasse. Nee. Nee. Teh, 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 dein Auto. Kulettenschlüssel. Aha. Okay. Ist wichtig. Batteriefärgern. So. Tableti. Ich brauche etwas, das wir uns öffnen. So, haben wir. Ein Büroschuss, Alter. Wie viel Schlüssel finde ich denn hier unten, bitte? Was ist mein Name? Ah. 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 Auf jeden Fall noch. Ah ja. Ah ja. So. So, da vorne ist mal die Tür. Batterie. Nein. Schön. So. Okay. Was soll ich sehen? Warum soll ich jetzt die Schaben... Wieso? So, okay. Okay, got it. It's... Oh, got it. Oh, verstehe. Deshalb die tausend Schlüssel hier. So, hier ist es jetzt aber nicht, ne? So, hier ist es jetzt aber nicht, ne? Zacht, du Schande. Du willst zettel? Okay. Come on. Du willst mein Büro schießen? Na dann. Ja, ne? Ist nicht mein Büro. So. So, ich würde gerne erstmal irgendwo was snacken oder irgendwas, damit ich mal wieder so ein bisschen hier... Boah, schön. Ne Chili-Dose, Alter. Pfeif sie dir rein, Junge. Okay. Schöne Dose, boom. So. Und wir sind am Turm. Schön. Was für ein Umweg, Alter. So. Okay. Na dann. Climb up. The letter. Tick, tick, tick. So. Look. You're fat. Sorry. Ah, okay. I will. Tell me what I see. Tell me what I have to see. Okay. Okay, look to the stars. Was hast du gesehen? Komm ich irgendwo mit dem Schnupsi-Schnupse hin? What? What? Ah! 4, 5. Die ganze vorher noch nicht. Muss man mal sagen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, die Inszenierung ist sowieso granatter. So, jetzt soll er so einen Treppen runter. Ich springe hier. So, wand ich hier hinten. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwo noch etwas leasht. Natürlich nicht. Ich brauche etwas, das passt. Es passt. Ah, hier bitte. Hm? So. Und jetzt kommen wir auch hier vorne rein. Yeah. It works. It works. Mann, was man hier als Therapeut dazu durchmachen muss. Ey, ich brauche mal hier, ich brauche Heilung, Alter. Heilung. Ach so, da war das andere Ding da. Was ist das jetzt hier für ein Old Post? Warte. Seilbahnstation. Ha. Ah, gib mal. Yeah. Some chili. Eddie, wir können nicht stolz auf dich sein. Wie weit du mit der Umstellung der Seilbahnstation schon gekommen bist. Dies ist nicht nur ein persönlicher Sieg für dich, sondern auch für den Division State Park und den gesamten Bundesstaat. Ich will dir noch keine allzu großen Hoffnung machen, aber wenn du die Seilbahn ohne Zwischenfälle für den Rest des Geschäftsjahres am Laufen halten kannst, wartet unter Umständen eine große Beförderung auf dich. Weiter so. Sally Witherspoon, Parkbehörde. Tja, Eddie. A paar Chips. Oh, komm her. Tablette, Tablette. Jawohl. Wir brauchen etwas Erfolg. Erfolg. Ah, ich glaube da auf der anderen Seite standen wir da letztens. Oh. 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 Okay. Okay. Cool. 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 Eine H-Karte? Boah, echt jetzt? Was soll ich denn? Wo soll ich denn hier hin, Mann? Nimm mal 2, 1, verblüht das nicht. Nein, Mann, du sollst ja keinen anderen. Das ist nett, den Shit. Ja, schön. Du machst jetzt erstmal Fahrkarte. Kommt jetzt hier so ein Ding an? Wieso stellt er sich nicht hin? Aber er ist doch zu weit weg, um ihn jetzt zu deaktivieren. Alter, dauert ja ewig, bis das Tier. Kann ich den Zaun schießen? Oh, klar. Geh, geh, geh. Heilung, Alter. Heilung. Oh, nicht doch. Die, ich habe ihn. Oh, okay. Cool, 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 cool. Was, bloß wie lang bleibt der komplett ausgeschaltet? Mach lock. Oh, echt jetzt? Muss ich mich jetzt hier freibomben lassen von dir, oder was? Mach es doch nicht so ganz. Mach es doch nicht. Nicht cool, man. Nicht cool. Scheiße, ey. So, du werden gleich sputen müssen, wie ein Biller. Machina, machina, machina. Machina, machina. So, ja. Ah Ah Okay, er ist down, er ist down, er ist down. Ach, man, ich jetzt. Er ist ja eigentlich immer, wo wir sind. Ja, es sieht so aus. Nein, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Alter, das will er. Out of ammo finde ich gut. Okay, okay, okay. Oh, krass. Na, das war ja ein Eier-Tanz gerade. Oh. Also scheinbar müssen wir ihn immer bis zu einer gewissen Zeit irgendwie, ja, einfach entkommen. Ja, mach mal einfach entkommen. Und er hebt von alleine auf. So, jetzt will ich mal ganz kurz mal einen Blick hier in den Spiegel werfen. Schauen, ob hier irgendwas cooles ist. Das ist ja relativ weit vorne. Da würde ich ja gerne hinkommen. So, okay. Oh, hier ist eine Straße noch. Okay. Klasse. Delicious. So. So. So, hier drinnen. Ich denke, er ist lockt. Kein Schles. Ich glaube, es ist nicht funktionierend. Ich glaube, es ist nicht funktionierend. Da liegt aber auf nichts rum, irgendwie. So ein Mist. Okay, gut. Kommen wir jetzt hier hinten zum nächsten Tor, um wie es aussieht. Sehr cool. Pretty nice. Nein. Nein. Schließe. Ah, das ist die Rückseite, wo wir schon waren vorhin in der Tor. Okay. Was ist das hier für ein illustrer Ice-Cream? Alter, komm. Bisschen mit dir nicht in Ordnung hier. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, meese, 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 meese. Und wir sind im Happy-Happy-Joy-Joy-Land. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Wunderbar. So, aber scheinbar habe ich jetzt erst mal mein Leben so weit wie da ein bisschen aufgeboten. Touch-Tiere. Das ist mir nicht wohl jetzt hier. Mit den ganzen Luftballons. Dann können wir alle fliegen. Tschüss. Tief. Dang. Warte mal, Alter, Lukas hat ja mal ein richtig krasses Kriegsträmer. Okay, hier sollten wir die Scherbe benutzen. Was ist denn hier? Was ist denn hier im Abi-Altballer? Was? Wo ist denn meine Leitung hier? Wo ist denn die Leitung, liebe Brüder? Alles klar. Ah, verstehe. All day. All day. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell, schnell, schnell Nicht cool, nicht cool, Mann Uncool, Alter So, na, Gott sei Dank Ich bin fertig in der Küche Okay, ne Menge Schlüsselbünder gefunden Also, den Schlüsselbünder gefunden Shit, Mann So, Vieh zur Hülle, kommen wir hier raus What? Echt jetzt, Leute So, ich geb mir mal irgendwie einen Tipp Wird das Schlüssel noch auf einmal weg gewesen? Ich bin nochmal flink Komm, mach hin, Junge, mach hin Oh Mann, Alter So, finden wir jetzt hier noch was anderes Nee, sieht nicht so aus Schade eigentlich Okay Gut, aber ich hoffe, wir haben jetzt den Schlüssel für den nächsten Turm Das funktioniert Sehr schön Und dann, Climb up Climb up the ladder side So Aber auch so Handläufe oder so Das wär schon gut So ein Gitter Irgendwie Absturzsicherung Klippenschlüssel Nicht zur Abkürzung durch den Wald Ah, okay Cool Bilysium State Park Landwächterhandbuch Kenne die Beschaffenheit des Geländes Um ihre Pflichten nach besten Kräften nachkommen zu können Müssen sie in der Lage sein Die lokalen Orte vom Unterrissen korrekt identifizieren zu können Fort Saunder Entsteck liegt der Anlage der US-Army Der Schlüsselpunkt wurde während des Klinis erbaut Und verfügte über einen unterirdischen Bunker So wie ein Rotatum Wasseraufbereitungsanlage Meerwasserentsalzungsanlage Und großer Wasserversorgung von Mittenhaven Kirche und Friedhof Auge der Gesegneten Auf dem Gelände Der Ende des 80. Jahrhunderts Erbauten Kirche Befindet sich auch eine In den Berg hineingeschlagene Historische Gruft Das ist ja super Funkturm Der ursprüngliche für die Nutzung Durchfahrt Sonderabourte Funkturm wird zwischen Inzwischen von zivilen Radiosendern In Mittenhaven benutzt Seilbahnstation Befördert hier jährlich hunderttausende Besucher Zur Aussichtsplattform Und zum Besucherzentrum Des Elysium State Parks Tipp Es gibt vor Ort auch ein hervorragendes Lokal Alles klar So, dann holen wir mal wieder unser Funkgerät aus Wir müssen dann wieder drüben hin Aber wie kommen wir tot? So Oh, vorne sind schon mehr Sterne Ich sehe die Sterne Fette Satellitenschüssel Fette Funkanlage Da Also, warte mal Hier ist Jetzt mal hier Warte 1 Was habe ich? 3 3 0 1 2 Okay Eine 7 Oder eine 1 Eine 7, oder? Wir haben Code 2 Von 4 Nice Wo ist denn da? What? Er hat mir die Lenzler abgeschossen Krass Hier gibt es so viele kleine Sachen Das ist so ähnlich wie damals bei Metal Gear Solid Tatsächlich irgendwie Du hast dafür so viel hier verpassen zu können Irgendwie Indem du nicht Im rechten Augenblick In die richtige Richtung guckst Was ist denn da? 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 Mal zoomen? So, ich würde sagen, da könnte man ja mal hingehen So, okay So, und ich Hier wollen wir mal gucken Was ist denn da? Mal lens flare Ansonsten Auch mal hier nix machen Gehen wir runter Steiler Treppenbau So, schauen wir mal Klippenschlüssel That works Wunderbar Und jetzt dürften wir bei der Ranger-Hütte rauskommen Tatsächlich Fuchst mich das noch da Mit diesem Sumpfareal Irgendwie Wo ich vorhin nicht weitergemacht habe So, okay Wir müssten jetzt zu den anderen beiden Turmen da drüben So Und zwar wäre das Die Kirche Der Funkturm Okay Wo ist denn diese Brücke eigentlich? Würde ich mal kurz in diese Richtung laufen? Die müsste ja eigentlich irgendwo von hier abzweigen Tatsächlich bin ich doch vorhin da irgendwo hochgelaufen, oder? Hört mich recht im Sinne Ich habe keine Brücke hier gesehen Es gibt nur so viel, die ich mitnehmen kann Nee Wahrscheinlich nicht Nee Nee, hier war der Startpunkt Oh, warte mal Komm mal rein Uh Wurde Mittenhaven in Ungewissheit Kolumne von Janis Rex Das Leben in Mittenhaven hat sich spürbar verändert Ein sonderbares, unerklärliches Gefühl Die Angst liegt in der Luft Die Menschen sind dieser Tage sehr nervös Anwesende eingeschlossen Erzählt Joseph Merrick Während er an einem Glas Leitungswasser nippte Ich bin normalerweise ein helles Köpfchen Aber in letzter Zeit Spielt mein Verstand verrückt Die Verbrechensrate der Kleinstadt Hat sich in den vergangenen Wochen Mehr als verdreifacht Die Dinge sind Einen finstesten Winkel in der Herzen Der Menschenlauern Sind zu Tage getreten So Ted Krill Der wirkliche Priester Monster und Wahnsinn Sind die Strafen für unsere Sündinnen Des Weiteren berichten Einige Einwohner Seltsame Stimmen Unbekannten Ursprungsgehör zu haben Irgend so eine Forscherin War plötzlich in meinem Kopf Und fing an mir Fragen zu stellen Wer hat denn Zeit für sowas So ein Einwohner Der anonym bleiben möchte Während der Ursprung Dieser jüngsten Trends Derzeit noch im Unklaren liegt Beschäftigt eine hartnäckige Frage Die Einwohner von Mitten heben Wann muss das aufhören? 5. April 97 Die ganze Zeit Die Taschenabahn Deswegen kann ich gerade mal kurz Müssen nicht geguckt Wollen hier nicht rum asen So Oh warte mal da Stopp mal da Gehen wir kurz mal hin Was Hier ist doch Nein 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 Wirklich Geht doch nicht Damit hätte ich Den umgekippten Turm Ne der hat immer noch Saft Ich dachte gerade Hätte ich das jetzt vorher Abschalten können Oh schön Okay cool Das hat sich auf jeden Fall Gewohnt So Ich check mal nochmal ganz kurz Durchgeladen Durchgeladen Okay cool Alles klar Mois Ich hatte schon die Befürchtung Dass wenn ich den jetzt hier Gerade abschalte Dass mir das Rummeiere hier vorne In dem Elektroturm Irgendwie erspart geblieben wäre Und ich einfach hätte Durchlaufen können Aber Naja Niente So Dann lass uns doch mal schauen Was da vorne Für Äh Äh Was Was da auf uns wartet Irgendwie wo die Lensflare Runtergehangen ist Da so Unhellvoll Rot leuchtet So Kurz nochmal Erstmal Ein bisschen Die Ausdauer wieder hochkommen lassen Ich habe das Gefühl Gleich wieder rennen zu müssen Nochmal hier Tatsächlich mal Die Palette irgendwie parat halten Hm Ich weiß nicht Wirkt es It's a trap Alter Ich Ich weiß nicht Also ich weiß nicht Ich weiß nicht Oh Was ist hier los? We were in the thick of it My buddy Wheeler and I We were the best of our platoon He was a sniper A damn good one too Taught me to shoot like a pro I was a radio man Always had a thing for electronics Kept my gear in good shape And picked up a few neat mods And tricks along the way And picked up a few neat mods Ich bin gerade ein bisschen irritiert Weil Grün ist ja jetzt die Farbe von Von dem Ach Gott wie heißt er denn jetzt gerade nochmal hier Entschuldigt bitte Wie heißt der Typ jetzt hier gerade nochmal Lukas Sollen wir jetzt ein paar von diesen Funktürmen irgendwie grün schalten Oder wie Oder was Weil das ist jetzt der erste der nicht einfach ausgeschaltet wurde Sondern das grün leuchtet Ach shit Alter Also möchte er da eigentlich nicht in jeden Das ist mir jetzt zu zufalle irgendwie Das ist auch vor dem Bunker ne Das ist auch der Bunker Ja Das ist auch der Bunker Ist aber zu Toll Böse keilt die Falle aus Ich wusste doch Ich hab's doch gewusst Okay Aber ich müsste es auf jeden Fall machen Ansonsten So Ich hab mein Farsenhild Junge Hoch immerhin Ostwald Ja als wenn ich ihn jetzt wegrennen könnte Oh nein Sackgasse Alter Nein Scheiße Boah Oh Ich hab' mir noch Läuft der Kelly gegen jetzt hier Wuh 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 Oh nein, die muss man jetzt wegschießen. Ah, okay, gut. Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Wisst ihr, der hat jetzt seine, seine Schwachstellen hat er jetzt abgesichert. Der Typ. Das ist schlecht. Da oben ist, was da ist noch ein Zelt? Kann ich hier hin? Das liegt jetzt an, das haut ab. Oh, sieht so aus. Oh, Alter, das war ja noch mal. Okay, krass. So, okay, gehen wir mal ganz kurz da hinten hin. Der kommt jetzt nicht hin. Hey, schießen wir. Weil da war noch ein Zettel und diese komischen Puppen an die Bahn. Soviel dazu. Das Ding sieht da komisch aus. Green blood. Oh, irgendwas. Irgendwann ist hier. Sovorn scheinbar. So, kann ich hier noch mitnehmen? Oh, nein. Kann ich bloß von der anderen Seite hochmachen. Aber warum, warum ist der jetzt diese ausgeschlagen gerade? Nein, echt jetzt, Alter. Sackgasse. Bitte nicht, Alter. Slow. Proceed with caution. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nice. Gute. Gute. Oh, shit. Renn auf die Hute, Alter. Oh, zu nah dran. Nein, Alter. What? Alter, was ist los? Haben die gerade jetzt wirklich gerade eine Bombi dropped oder was? Mann. Mann. Ey, geh hier mal am Stock. Pass mal. So, können wir hier noch was? Das ist aber aufregend. Ja, jetzt war ich gerade ziemlich festgekeilt. Irgendwie bin ich nicht mehr rausgekommen. Und vielleicht einen Anflug von Panik bekommen. So, Church of Terror hier. Die Gesegnete. Wunderbar. Scheiße. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen Leben auf Pimpin hier. Wunderbar. Na gut. Dann gehen wir doch mal in die Kirche rein. Das Finden. Das sieht nicht so aus. Nee, leider nicht. Schade. Hier war ein schönes Versteck. Nüchte. Nüchte. Oh, hier noch. Bisschen Mut. Let's get inside. Nebel. something should fit in here. Sie klopft wieder, Junge. Oh, 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 oh. Ja, ist halt echt krass, ne? Sie nimmt halt... Pst, Pater Quill ist so faul. Jede Wetter, dieses Jahr versteckt alle Lebensmittel für den Unterricht wieder, wie immer, in der dunkelsten Stellen. Richte deinen kleinen Bruder bitte aus, wenn er dieses Jahr wieder die Schatzsuche gewinnt. Tritt ihr meine Schwester in den Hintern. Ich habe gehört, wie sie beim Duschen die Siegesrede geübt hat. Sie glaubt so fest daran. Weh. Da ist... Guck mal, der... Oh. Komm mal lieber so. Wunderbar. Wunderbar. Oh, shit. Oh, ho, 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 nein. Nein. Steigen wir mal herab in die Katakombe. Ach du Scheiße. Ich habe mal herab in die Katakombe. Die Katakombe. Ok. Ah, na toll, Alter. Was? Ok. Oh, blablabla Oh! Hips, du! Ah, nein Ah, der nächste Ding war toll Mh, schön Na, wundervoll Hm, schön verbuddelt Okay, Geister sind hier noch mit drin Wunderbar Leerplan Leerplan für diese Woche Der historische Bezug zwischen griechisch-christlichen Praktiken und Glaubensrichtungen für alle Altersgruppen Schwerpunkt, antikes Griechenland, Mythen und Moralverstellungen Was können wir aus den Geschichten von Medusa Icarus Die Minutaurus und die Knoten lernen Anschließend eine lustige Medaillenschatzung für Kinder Rundgang durch den Turm Erlernungsfreischaltungen von euch Oh, das ist glücklich, oder? Wenn wir lauter sind Sterne und Löcher am Himmelsboden Ob sie nennen es Lieber, den kann mehr als ich selbst Ah Wie fahr' ich denn jetzt? Äh, warte, 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 warte Äh, warte, 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 warte Die folgen mir auch noch, wa? Ach du Scheiße Tablette Oh, ist das eklig Um auf mir nachzulaufen Oh, hier ist noch was So, holt mir gleich nochmal neue Zack Und da haben wir nochmal vier Kostet mich überleben, ne? Der Kontakt mit ihnen Ja Taurus Okay Hast du Klo? Ah Entschuldigung So Wunderbar Oh, okay, alles klar Wir wechseln jetzt wieder in den Sternsucher-Modus Okay So So Wo sind wir hier? 1 5 6 2 8 0 Also, warte mal Hier sieht 2 9 8 3 7 1 5 9 9 7 5 Okay 0 1 2 3 5 6 7 9 8 4 Da, okay, alles klar 0 0 4 2 3 4 Okay Code Nummer 4 Nummer 3 Oder Codezahl Nummer 3 Ist die 4 Das war leicht widersprüchlich Also, komisch klingt 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 Der wollte dann mal nicht auf den Friedhof. Und das andere Seite. Noch mehr Friedhof. Oh shit. Okay, gehen wir mal erstmal hier runter. Nicht so schön. So, sehen wir uns doch mal hier ein bisschen rum. Ey, bitte lass jetzt nicht hier in der Zombies oder irgendwas kommen. Okay, ist klar. Kann ich das jetzt rauslassen? Ist komisch, dass ich immer so eine leichte, glitsche Optik habe. Ne, wenn man... Wie ihr seht so, die... Interferenzstreifen. Das ist echt interessant. So, sehen wir uns... Okay, gut, wir haben irgendwo ein Signal. Was? Scheibplatte Rosemary. Eine blaue Scheibplatte. Krass. Nein, Alter, nein. Die haben die hier verscharrt. Oh... Haben die die getötet? Echt? Das war doch die leitende Wissenschaftlerin hier. Oh, diese Schweine, Alter. Oh... Oh, diese Schweine, Alter. Ja, treiben sie in den Wahnsinn, dann mag sie recht haben. So. Ja, wir haben noch ein bisschen... Nebel. Los. Leichter Abpraller. I'll come back for this if I need it. Ah. Kann ich damit aktivieren? Ja, geht auch. Okay, cool. Kann nicht machen. Ah, cool. Und sie zerstört... ...den Nebel. Das ist, das ist cool. Das ist doch cool. Oh... Kann ich den Nebel hier nicht durch? Hinten. Also, das Ding ist schon wirklich echt ein geiles Gimmick hier irgendwie, ne? Du kannst die Feinde noch mit töten irgendwie, du kannst durch die Nebel durchwummen. Das ist schon cool. Zuff, zuff. Zuff, zuff. Zuff, zuff. Was das wohl noch kann? Pretty good. Zuff, zuff. Und schau mal an, irgendwie, sie kam gerade... Vorhin vielleicht auch schon kurz gesehen... Dieser... Ich nenne es jetzt mal dieser Engel. Wahrscheinlich ist es so die Rosemary irgendwie. Kommt die über diese Radiowellen durch Agent Orange, äh... Agent Rainbow... mit uns hier in Kontakt. Und wenn sie geht, hinterlässt sie quasi diesen schwarzen Nebel. Heißt also, die ganzen Punkte, wo wir den Nebel weggemacht haben, war sie vorhin da schon? Hm. So, okay. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Scherbe. Oh, hier irgendwas. Ansonsten leuchtet natürlich alles blau. Okay, drüben ist halt noch eine Menge. Ah, jetzt hat es dann jetzt hier Knochenhaus. Tja, und direkt widerlegt die These. Verschwunden und eine Stahl gelassen. Ja, das sieht jetzt hier aber anders. Ich bin jetzt hier wirklich... Na? Aus. Nein. Wie kommt man denn hier drinnen? Okay. Okay. Wir haben einen großen Lander zu Recht haben. Shit, 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 shit. Also bin ich da hinsprungen und das war kacke. Alles zu nah dran. So, das ist natürlich fies, wenn sie so plötzlich und etwas unerwartet erscheinen. So, und ein Tabletchen haben wir hier. So. Und ich weiß, was es zu tun ist. Und ich bin mal. So. 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 Hüpft aus, ja, das sehe ich schon da raus. So ein Fusschen. Oh, Mann, 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 Mann. So, irgendwann muss man doch einfach mal die Sau mit ein bisschen Schrot-Munition rauslassen hier. Da kann ja nicht immer der leichte Weg gehen. So. Ein bisschen Spaß haben. So, was haben wir da? Ist er jetzt überhaupt durch? Nein. Such und finde Sicherung in der Gruppe 9. Oh, nö. Was? Neun Stück? Echt jetzt? Oh, ja, keine Zeit. Oh, cool. Dankeschön. Das war schön. Das hier Entwickler haben bestimmt gewusst, dass man, oh, nö, die Bänner, warum, äh, doch nicht Scheide. Ja, so kann man halt schön mit Erwartungshaltung spielen, ne? Großartig. Schön. Grad noch nicht verflucht. Schon wieder gefeiert. So. So. Und wir sind wieder draußen. Und... Sieht aus, ich bin am letzten vom Turm. Yeah! So. Zack. Ist drüben? Ist an. Wahrscheinlich muss ich mal da einen Schluffi. Okay. Bin ich hier irgendwo dran? Ach, da oben. Aha! Sehr gut. Zack. Okay. So. Hier haben wir ein bisschen Licht. Aber auch nichts weiter hier irgendwie versteckt zu wechseln. Okay. Das ist schon sonst hier, ne? Naja. Knopf nach oben, bitte. Du bist nicht alle da, oder? Du schaust aus der Schraube. Ja. Ich entschuldige. Es ist über das Katt von dir. Tanya, oder? Ich bin entschuldige. Kannst du mich hören? Mein Name ist Rosemary James. Ich brauche deine Hilfe. Lukas, ist alles okay? Du kannst das hier ja durch anfangen, ne? Wenn die sich halt wirklich mit allen connecten konnte. Und da so ein Massenbewusstsein geschaffen hat, irgendwie. Ist ja klar, ne? Du hörst unten die Stimme und denkst, du bist faugt. Guck mal. Hier ist die Stadt. Da hinten ist der Leuchtturm. Das ist ja Quatsch. Das ist auch eine Berge. Was soll das für ein Leuchtturm sein? Also, wo sind die Stimme? Hier sind die Stimme. 9 7 5 4 0 1 8 2 3 8 4 0 1 3 3 3 3 3 3 4 5 9 7 6 9 6 6 0 0 0 0 1 2 3 4 5 7 10 9 10 10 1 2 2 1 2 4 1 3 5, 4, 7, 3 Okay Wir sollen den Bunker betreten Wir haben jetzt alle Wir haben jetzt den kompletten Code für den Bunker Oh man Nicht so gut Nicht so gut Und natürlich weiß er wo wir sind Er weiß immer wo wir sind So Hier hinten ist noch so ein Zettel gewesen Der lässt sich jetzt natürlich Bisschen blöd lesen Irgendwie aber Wie hab ich das Illusion Naja schade Oh Kriegst du natürlich jetzt hier richtig gerade Was ist denn da vorne für im Container Hab ich hier vielleicht so mal verstecken, bis er geht Okay Plan Erstmal geklappt Na Und sieht er mich Nein, er sieht mich nicht Aber wenn er natürlich nach da läuft Das ist doch ein bisschen blöd So Wo bin ich? Hier bin ich Stimmt Der Ding ist ja noch zu Was für ein Scheiße Ey Hier oben war das Zelt Aber Ich hatte doch gerade hier noch so ein Knistern Was empfange ich denn hier? Wo ist denn das? Hier wird es wieder kleiner Ist das hier drunter irgendwo Oder was Hier leuchtet es rot Aber wie soll ich denn da hinkommen bitte? Tja Oh Nee Mist Falscher Weg Falscher Weg Kann ich hier Rinspringen in die Suppe? Nee, kein Kony Lass ich mich runtertreiben Was er geht Oh nicht Schlecht Ist irgendwie blöd Ich würde schon gerne wissen Was das ist Von dem muss ja irgendwie da rüber Von an der Scheiße Ja, bitte du an deine Koordinaten Wart mein Freund Wart mein Freund So Hier war auch die in der Sackgasse Oh, nice the storm of bullets over my head I took cover and called in air support soon her a low flying jet above us and then something in the air maybe we got sprayed with one of those damn herbicides but it turned out to be something far more敏 Entschuldigung! Mist. So, nun Spurte fix. Natürlich geht er noch hier wieder hin, ist ja klar. Nein, nein, du siehst mich nicht, dritte ich wieder rum. Ja, es ist doch scheiße, es ist doch scheiße. So, da ist der Bunker. So. Okay, dann fang hier noch eine andere, eine andere Signal. Ah, das ist echt geil. Hier ist man so ein Set. So. 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 Fasst du nüde. Oh, echt? Deswegen? Oh nein. Okay, na gut. Haben wir das auch geklärt. Oh, man stampft da hinten rum. Oh, hier hinten haben wir noch was. Oh, man stampft da hinten rum. I must have blacked out, because I suddenly found myself back home, standing over the lake, hunting rifle in hand. Looking into the water, I saw a monster of my own making. My shadow. So I shot it down. Then I woke up. I was back on the tree, and my shadow was... was Wheeler. I'm sorry, I, I need a minute. Okay. Ah, okay. Fünf Dinger sind noch übrig, ey. Oh, Mann. Oh, ey. Was? Echt? Das ist ja Wahnsinn. Sollen die denn alle sein? Oh, Mann-Signal. Hm? Was haben wir denn da? Ein Brunnen? Ah, schön. Ja, Mann-Einz. Okay. Okay. Oh, Mann-Einz. Oben ist noch... Ah, nee. Ich würde jetzt hier vorne gerne um den Felsen rumgehen. Aber da lauert er gerade noch. Von daher würde ich mal ganz kurz warten. Ja, ist gut. Oh, sehr geil. Oh, Mann-Einz. Und sie weiß nicht. Ich höre. Ich kann nicht. So. Drei von den Sitzungsfragmenten sind noch übrig. Ah, da vorne ist noch eins. Sehr schön. Okay. So. the army got tired of me asking around and gave me mental conditions discharge and shipped my ass back home. Now I tried to make sense of it all, so I went and saw as many therapists as I could. Some chalked it all up to psychological trauma. Others tried to have me sent to the looney bin, but I never stopped searching for the truth. Okay, wir haben ein weiteres Signal. Da hinten. Na bitte. Tja. Nacht nach Nacht, ich tinkere mit Radio-Equipment, die ich über die Jahre geliebt habe. Ein Tag, ich habe auf eine alte, dormant Frequenz, aber es war nicht so dormant mehr. Die Transmission war garbel, aber ich habe zwei Worte geliebten. Agent Rainbow. Ich habe etwas gesagt, dass ich das zu suchen. Also, ich bin in Richtung der Radio-Signal, und es hat mich in Milton-Haven gebracht. Okay. So, eins fehlt noch. Ein einziges Funksignal. Ein Signal. Edeka. Ja, das kommt nicht so weit, oder? Das kommt nicht so weit. Hier ist es eins. So, wenn ich mich in dem Zelt verstecken kann, dann hätten wir das ja. Ah, ich glaube, hier vorne dürfte es sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, da oben. Ich glaube, es geht. So. Gut, und dadurch dürfte... Bis auf diese kleine Sache mit der Brücke. Ein bisschen Stacheldraht hat noch niemandem geschadet. Dürften wir jetzt alles haben. So. So. Fünf. Vier. Sieben. Yes. Let's get into the bunker. You gotta stay hydrated. Ja, wir müssen vier trinken. Okay. Na, warte mal. Da machen wir mal anders. Schauen wir erstmal, ob wir jetzt hier irgendjemanden triggern. Wie? Nee, sieht nicht so aus. So. Zack. Weg mit den Brettern. Und es hat keine Kraft. Vielleicht sollte man sich für Kraftkabeln suchen. So. Okay. Die gehen noch da. Und... Wir fangen aber hier an, zwar an. Ach, okay. Alles klar. Ah, wahrscheinlich hier. Looks like some sort of a power unit. Jo. Hammer. So, dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Directly hier vorne. So, dann beseitigen wir hier erstmal so ein bisschen die Ändernisse. So, und das wird wahrscheinlich auch der Bunker, wie wir ihn sein. Und in dem, die krassen Experimente hier stattgefunden haben. Oha, okay. Partoose befehlen. Ich muss mal sagen. Wir fangen mal von hier an. Zwei von sechs. Komm mal. Ah, geht mal an. Okay. Wir haben alle unsere Gefühle über Agent Rainbow. In ihrem aktuellen Staten, es ist ein extremlich volatile und gefährlich, feier-based Weapon. Aber wenn wir es schaffen können, es schaffen können, es könnte das Ende der konventionelle Warfare sein. So viele Leben werden gebeten. Ich muss glauben, dass Agent Rainbow wird ein net-positiv sein, insofern die Anerkennung. Ich muss es. Besonders nach dem, was mit dem Schiff-Krash passiert. Ich kann es nicht helfen, aber zu fühlen, dass unsere Experimente etwas zu tun haben. Wir finden ansonsten noch irgendwas hier drin. Wo ist noch was? Ein bisschen Audition. So, dann gehen wir mal zu... Rechner Nummer 2. Since we've been confined to this bunker as a safety measure, there's not much else we can do but continue our research. Lately, I've been hearing voices on the radio. Are these the voices of people who have been affected by Agent Rainbow? What will happen if I talk back? Agent Rainbow turns the people affected by it into a walking radio tower. Transmitting and receiving knowledge and experiences to and from the collective unconscious. The people I've spoken to through the radio, they were able to describe to me in vivid detail places they've never been to. And people they've never met. It's like they have the internet inside their heads. And they're constantly uploading and downloading information. It's enough to drive anyone out of their minds. Yeah. Absolut. Too much for one man. No, I'm not sure. Recent discoveries made by my team have been groundbreaking to say the least. Agent Rainbow is so much more than what we believed it to be. Its original purpose is merely a side effect. Its true potential lies with its connection to the collective unconscious. This sort of metaphysical repository of knowledge and experience. Accumulated through generations of existence and inherited by every human being upon their birth. Think about it. How do babies already know how to hold their breath underwater? Why do so many people have an innate fear of snakes? It's thanks to the collective unconscious. Which we're all connected to via our personal unconscious. Up until now, this connection was one-sided. But Agent Rainbow changes all that. I'd like to read the first 5 before. Rosemary. Rosemary. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist deine Glanzleistung. Unsere Glanzleistung. Unsere Arbeit mit Agent Rainbow könnte im Verlauf der Menschheitsgeschichte ändern. Und du willst es verheimlichen? Wenn du deine eigene Karriere sabotieren würdest, nur zu. Aber du wirst uns nicht mit dir zu Fall bringen. Erscholen. Ja. Ja. Attention all staff. I'm invoking a strict no-talk policy regarding any and all information related to our recent discoveries. Until we fully comprehend the extent of Agent Rainbow's influence on the human mind and its implications, releasing such information for a formal review is completely irresponsible. RJ. Hm? Mhm. My request to terminate this research has been denied. Someone must have leaked our results to the higher-ups, because they're suddenly very, very interested in what we've been doing here. I-I can't let Meyer manipulate people's minds. I-I have to warn the people of Elton Haven of what's been happening. I-I have to find someone I can trust with this. Tja. Ich glaube, es ist ihr zum Felgenis geworden. CIB, Hauptquartier des Oberbefehlshaber Washington DC. Geheim. Vom Oberbefehlshaber United States Air Force. Colonel Adam Klink. Stützpunktkommandant Ford Sonder. Betreff. Änderung an der Gebrauchsanweisung der Flugabwehrradars. Aufgrund wiederholter mechanischer Fehlfunktionen des Kontrollsystems des Flugabwehrradars bei Schlechtwetterverhältnissen wird folgendes Protokoll eingeführt. Im Falle einer Fehlfunktion das Gerät aus- und wieder anschalten. Manuelle Steuerungssysteme des Radars in unmittelbaren Ehre-Schlüssels mit Hilfe eines Standardfunkgeräts einschalten. Mit dem Funkgerät die Drehscheibe des Radars anvisieren, um die Schlüsse zu bewegen. Die Schlüsse. Ne. Der rote Fallknopf, auf der dafür vorgesehenen Konsole betätigen, sobald das hier anvisiert ist. Der Vorgang bei jedem neuen Ziel wiederholen wird. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Radarschlüsse nicht auf Funktürme oder andere große Funkanlagen in der Nähe zu richten. Da kollidierende Funksignale zu elektromagnetischen Verganzen und Schäden an der Ausrüstung führen kann. Nicht auf Funktürme. Ein paar Blätter. An alle Mitarbeiter. Aufgrund eines eindeutigen Verstoßes gegen unsere Informationssicherheitsrichtlinie hat Rosemary James nicht länger Projektmanagement von Meier. Ab sofort das Mr. Escher, ein neuer direkter Ansprechpartner. Erfolg und Sicherheit dieses Forschungen hängen von ihrer Diskretion ab. Wir werden bald wissen, mit wem wir uns gesprochen haben. Wir haben eine Grabfolge gefunden, ne? So. Haben sie es einfach umgelegt. Einfach umgelegt. Das ist heftig. So. Hier nochmal schnell in die Ecken. Zack, zack. Und gehen durch die Treppe hoch. Ah, okay. Alles klar. Wir sind bei der großen Satzschüssel hier. So. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir hier irgendwas finden. Wieder eine Menge Tabletten. Eine Menge Munition. Rosemary James. Langsam dämmert mir, wie die Entdeckungen, die mein Team und ich gemacht haben, für unnormalische Zwecke missbraucht werden können. Aber diese Radiosender kann ich mit Menschen kommunizieren, die unter dem Einfluss von Agent Rainbow stehen. Bisher habe ich diese Fähigkeit dazu genutzt, dieses Phänomen zu verstehen. Aber was, wenn jemand meine Position ausnutzen würde? Informationen direkt in die Köpfe der Menschen zu übertragen. Sie ihnen quasi einzupflanzen. Die Vorstellung von solcher Macht in den Händen eines Konzerns gibt mir zu denken. Definitiv. Definitiv. Diese Macht sollte niemand haben. Okay. Okay. Na ja, lass mal raufklettern. No. Oh, no, 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 no. Okay. Und nur die Lat 2 soll ich nie mal... Achso. Okay. Und nur die Lat 2 soll ich nie mal... ...hä? Hä? Okay. Er dreht sich, er dreht sich. Feuer doch! Oh, okay, alles klar, alles klar. So, und jetzt muss ich wieder reaktivieren an der Rett. Was ist das? Ah, okay. So nehme ich also die Richtung an, indem ich die Welt anklicke. Uh, Alter, ich bin fast tot. Was ist das? Okay, ich weiß. Ich glaube, es wurde zu sagen. Ich glaube, wir haben alles zu tun. Ich bin alles klar, was ich? Bist du denn? Ich glaube was soll ich nicht glauben. Das ist nicht dir. Es ist eine Missrepräsentation. Eine Schmerz. Was? Oh, das wird ja so gemacht. Oh, was ist das denn? Das ist eine Schmerz. Was? Oh, was ist das denn? 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 Ah, da fein ich wie oft muss ich ihn treffen? Uh! Andet den! We got it! We got it, alter! Nice! Nee, jetzt haue ich nicht gut hier. Obwohl, 66. Geht alle Knot. Nö! Was soll ich machen? Soll ich auf ihn schießen? Kann man nichts machen, kann nichts auswählen. Ich glaube, du. Lukas wusste, dass es mehr zu tun gibt, als die Augen zu sehen. Ich brauche mit ihm zu beobachten. Ich brauche mit ihm. Hä? Ich muss Kontakt mit ihm aufnehmen. Wie? Was ist das, alter? Riecht das den Todesstern aus, oder was? Was ist das los? Was haben wir da jetzt hier? Okay. Okay? Was ist jemand da? Hallo? Lukas Kohl. Wenn du mich hörst... Das ist Desmond Wales. Du lest? Holy hell! Wie machst du das? Bist du okay? Ich bin da drin. Aber ich könnte deine Hilfe nutzen. Kannst du in mein Büro gehen? Haha. Ich lebe dich laut und klar. Hilfe ist auf der Weg. Ja. Es beginnt jetzt alles, dass es Sinn macht. Ein Noob! Okay, da haben wir auch die Tür. Meine Fresse. Na das war jetzt hier gerade die Nummer noch. Ja, ne. Ich geh woanders hin. Was ich halt immer noch so komisch finde, ist halt, dass ein Areal komplett offen war. Ja, aber wahrscheinlich gab es da noch irgendwie so ein paar andere Sachen. Zum Pimpen unserer Stats. Aber es wird jetzt nicht wichtig gewesen sein, hoffentlich. Hoffentlich nicht zu wichtig. Das machen wir mal so. So, dann lass uns doch mal reinhören in Lukas Geschichte hier nochmal. Okay. 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 Oh, cool. Wow, das... Thanks. Hey, uh, du w Heißt, ich... Ich habe ein kleines Angriff konflikt auf deinem Geburt heute. Es ist ziemlich lax. Praktisch jemanden kann hier waltz und stash all sorts of ill-gotten Goods. Drugs, Weaponry... Dinosaur Bones... Doc? You all right, Doc? You're not all there today, are you? I'm staring out the window a lot. Uh yes, I apologize. It's about that cat of yours, Tanya, right? I'm sorry. Uh... Lucas, is everything all right? So, warte mal, wir sind von, von Josephus angesprungen gekommen? Da, ne? Ja. Ja, sorry, ich habe nur... Ich dachte, ich habe etwas gehört. Du hast nicht gehört, eine Frau von Frau? Nein. Interessant. Ja, ich habe gesagt, ich bin sorry für Ihre Verlust. Sie war sehr... Pettiglich. Ich habe Sie verraten, bei der alten Kirche. Ich wollte nichts sagen, aber... Was hat sie getötetet? Curiosity. Ja, das ist... Ja. So, dann werden wir mal durch dieses großartige Sumpfgebiet wieder zurückgehen. Vielleicht treffen wir noch auf die Bakers. Wer weiß. Und wir sind wieder back in the office. Also, es ist alles verbunden, ist es? Ja. Schade, ja. Wenn ich früher Lucas hörte, vielleicht nicht in dieser Verlust. Ja, du kannst du ihn jetzt hören, und du wiederholtest. Ich weiß. Ich habe nie gedacht, dass etwas wie das möglich war. Ich hoffe, dass ich nicht hallucina, dass Lukas eigentlich kommt. Angellt Rainbow macht viele Dinge möglich. Wahrscheinlich wissen, wer ist. End Time! Du verrückte Scheiße! Du hast es geschafft! Jetzt können wir das mal an, nicht wahr? Ich werde dir etwas verlassen, das zu deinem Geburt verlassen wird. Verstehe es als ein Geist. Sei vorsichtig. Dieser Trenchcoat, der die die Regierung verwendet, schützt etwas. Patient sucht selbst die Behandlung nach seinem Umzug nach Wilton Haven. Vorherige Therapieversuche wurden als wenig erfolgreich und unbefriedigend empfunden. Lukas erwähnte, dass er sich von einigen seiner vorherigen Therapeuten missachtet und im Stich gelassen fühlte. Gleiches gilt auch für seine Vorgesetzten bei der Armee und für die Vertreter der Veteranenvereinigung. Plötzliche Geschichte, nein, plötzliche persönliche Geschichte. Geboren und aufgewachsen in Nordflorida, Patient hatte in der Schule hervorragende Noten und war entschlossen, als erstes Mitglied der Familie die Uni zu besuchen. Noch dann trat der Patient bei der Armee ein und folgte den Fußstapfen seines Vaters, Dwayne Cohen. Dwayne, wo er seine Vorliebe für die Elektronik zeigte. Lukas verbrachte 14 Monate im Einsatz in Übersee, bevor er nach Hause zurückkehrte. Patient leidete unter einem Clanfall von PTBS, posttraumatische Behästungsstörung. Durch den Kampfeinsatz und den Verlust von Freunden, Patient behauptet, ihm seien im Krieg Drohungen verabreicht worden. Eine Behauptung, die ihm zufolge von keinem während oder nach seinem Dienst ernst genommen wurde. Patient kam wieder zurück in den Staat und suchte seither wie besessen nach Antworten. Eine Aufgabe, die ihn hierher brachte. Lukas behauptet, er hatte einen sicheren Job als Parkwächter im Museum State Park und ihm wurde erlaubt, in einer Hütte am Park zu leben. Wenn er diese restauriert, ist er tat. Macht die Katze dafür Unsinn? So, psychologische Notizen. Patient ist wohl überlegt und offen, wenn er über die gängigen Themen spricht. Kommt das Thema Krieg zur Sprache, zeigt der Patient Symptome von Psychosen und spricht von Monstern. Aber dabei spricht er klar und deutlich und sehr überzeugend. Weitere Begutachtung ist angeraten, bevor eine finale Diagnose gestellt werden kann. Patient hat eine eindeutig posttraumatische Adonaninreaktion auf Erinnerungen und Kampfhandlungen. Lebhafte Erinnerung. Ich bin eine Fantasienvater, das Patienten verstarb vor zehn Jahren. Lukas weicht seltsamerweise allen Fragen zu seiner Mutter raus. Ach, der arme Kerl, der arme Kerl. So, ihr wisst verfolgt. Wir werden uns jetzt ganz schnell noch die Schallplatte von Lukas holen. Hi. Hi. Und die werden wir noch hören. Ja. So, schnell in die erste Etage. Zack. So, Lukas Hütte. Ah, ja, genau. Richtig. Hier war ja irgendwo so eine Leitung. Genau. Exaktumundo. Wo bin ich? Da. Okay. 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 What? Okay. Das ist schön versteckt. Ah, mir gefällt das. I like that. Da draußen, oder? Ich will den ja mal Leitung hin. Achso. Okay, gut. Okay. 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 Das war's für heute. Und dann, open up, my friend. Schallplatte Lukas, da haben wir sie. Wie wunderbar. So, passt next. In der Dunkelheit Licht zu schenken. Um jedem wieder Glauben zu geben, die ihn verloren haben. Amen. Ja, er hat halt seinen Kumpel erschossen. Lukas, ein Rohrschacht testen. Schon mal gesehen? Klar, nicht wundern, wenn ich etwas folgendes sehe. Ja, in Ordnung. Sieht aus, ja, sieht wie ein Haus an einem See aus. Gut. Irgendso was wie eine Pilzwolke. Oh, ähm, sieht irgendwie aus wie ein, ähm, hey, kann ich ein Glas Wasser haben? Ich fühle mich plötzlich nicht gut. In der Mitschrift. Ja, und man sieht halt auch da wieder in Ordnung, nach Hessen, ne? Das Ding, was uns halt gerade die ganze Zeit verfolgt hat. Da haben wir noch ein bisschen was zu essen hier, irgendwie, was wir mitnehmen können. Das ist jetzt etwas würdelos, aber... So, die haben wir gelesen. Ja, das haben wir uns alle. Let's go out. Ja, who goes there? Ich mag das Ding. So, und jetzt sind nämlich auch alle vier Lampen an. In allen Farmen. So, uns wurde ein Geschenk hinterlassen. Da ist es wohl. Okay, dann würde ich mal sagen, wird das eine Jump-and-Run-Aktion. Kleine Plattformer-Party. Was ist der Scheiße? So. Tonband Rainbow. Ich warb es nicht auszumachen. Okay. Okay, let's go back to the office. Und ich würde zu gerne wissen, wie ich hier in dieses eine Zimmer rankomme. Gott damn. So. Und... Öffnen jetzt weiter. Und ich würde es nicht sagen, wie ich hier in diesem Haus erwartete, wie ich hier in diesem Haus erwartete. Wir legen jetzt erstmal Lukasplatte auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Radio-Man macht es so cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 All eyes on me, now open wide You know what's wrong with you A lethal case of de-jum Sit on the edge, staring to the void Maybe you're sane, or maybe just paranoid I hear them, oh, here comes the Savior Who can break these thoughts away from me Oh, no bad behavior Soothe my head, all right For a moderate fee Oh krass, sieht ja wirklich heftig aus Ja, und wird nur freundchen Oh Okay Na dann, lass uns mal schauen, was das Ende mit sich bringt Okay Oh, oh, okay Long have I waited for this moment This spotlight, this stage A stage made of mistakes, misfortune and regret There won't be an encore Only sweet, eternal death But before that, congratulations are organized Okay, hier ist anscheinend so ein bisschen die Gravitation vermindert. Huhu. They were weak. Virginia could not overcome her watcher, nor could Alan his shade. Max lost heart to his ball, Lucas gone in a flash, and you, you have succumbed to me. Das werden wir noch sehen, ob ich dir unterliege, mein Freund. Ui, 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 ui. Wuuu. Okay, kurz warten. Ist ja auch sauber, wie er da ist. Nein. Nein, nicht so weit. Nicht so weit, bitte. So, why have I been sneaking around, causing chaos? What's my motive? Who do I work for? Well, I'm not some government agent, I'm your Agent Rainbow. I'm everything you don't wanna be. Your fears, your guilt, your paranoia. Give it form. And my plan? To run you ragged. Chip away in your psyche. To wear you down to this. Krass. Krass, der Typ ist quasi unsere eigene Angst. Unser eigener Nemesis. Das ist heftig. Ich dachte tatsächlich. Wiii, ui, ui, ui. Ist der irgendwie doch, äh, also quasi ne real, ne reale Person ist, irgendwie, in dem Sinne. Aber ist er ja nicht. Er ist tatsächlich unsere Einbildung. Er ist unser schlimmster Feind. Krass. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Das wird doch nicht passieren. Wuuu. So, jetzt warten. Boah. Ja, die krassen Nebenwirkungen von Rainbow waren ja akute Angstzustände, Halluzinationen. Tja. Was ist denn jetzt passiert? Neben dem universellen Kontakt mit dem Universum. Oh. 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 Oh oh. Beobachter wird. Oh shit. Oh, wer hat mich da drauf? Oh mein Schatten, okay. Oh. Oh ho. Okay, alles klar. Heißt also da, wo die... Heißt da, wo der Boden orange leuchtet, schlägt er hin oder was? Was macht was? Was macht was? Na, los, komm, wir werden, ich denke. Oh, no. oh I'm excited to finally kick your ass oh 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 not having me yeah watch me or what falls mission Es kann nicht geändert werden. Jetzt sind wir immer da jetzt. Das ist Mission. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Ich habe schon gesagt, dass es bereits entschieden wurde. Ja, das lief ja nicht so gut bis jetzt. Okay, die Spiegel. Die Spiegel war... Beobachterin. Ich denke, du fühlst dich jetzt falsch. Du sollst sein. Man. Das war anders hin. Aber es hat sich noch nicht geändert. Ich sage das Schema in die Himmel. A stain on the medical community! Das ist eine schlechte, schlechte Tränen-Hüttelung. Virginia hat einen Weg gemacht, um ihre Narrative zu ändern. Ich nehme ihre Leid. Was? Wut, du? Was? Ah, da hinten? Oder was? Okay. Oh! Okay. Dave, Alter. Dave, du hast es geschafft. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit. Alter, nicht doch, Mann. Oh, Gott. Wer hat mich geläfft? Wer hat mich geläfft? So. Ich glaube, die Tabletten sind jetzt ganz geil. Wenn wir uns die Stimmen entriegen. Ja. Jetzt kommt er hier wieder rüber. Shit. Was? 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 Hot, what? Oh. Ohhohohohohoho, 좋아. Snap, snap. Ah, das Miracle der Rheinland-Szene in der Reden-Karte bringt alle Farben, inklusive die dunklen. Du bist tatsächlich gegen dich selbst, aber du denkst, dass du noch die kleinen Farben geändert hast? Und du kommst hier, und du kommst hier, und du kommst hier, und du kommst hier. Geh alles, was du willst, du kommst nicht mehr zu mir. Du solltest nicht mehr abgeben, Auaah... Ach... Nägt da irgendwie dran vorbei... Ach, was ist es denn, da nen Ducker ist. Ist der da los? Angst, ich rühre. Boah, das hat ja einen Stress. So, und schau... So, und schau... So, da crushed die nächste Kassette rin. Uh! Bist du? Bye-bye! Bist du? Oh! Oh Gott, Alter, ist das ja ein Stress! Alter! Leute, kommt doch mal klar! Oh Gott! 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 Du bist ein Teil von mir, genau wie du. Learning from the make me smarter and stronger. Die... Ja. Falling down. Missed. Missed, Missed. Schismund is your only way out. I will break free from you. The mutations tried and failed. But you will have to do it. I will break free from you. Their experiences, their trials and tribulations. Just like you. Learning from the make me smarter and stronger. Oh, echt. Really? Komm! What was that thing? What's written? There's no going back. Oh, im Steinraum. Oh, what? Oh Die, die, die. Uh-Uu-Uu-Uu-Uu-Uu-Uu Da machsai! Oh oh, das ist ein Stress! Ah, okay! Man! Wow! 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 After everything! You underestimated me. I don't blame you. It's in your nature to doubt. I've been with your entire life, Desmond. I know every fiber of your being. I'm not something you're capable of overcoming, even in your best moments. You were living in my shadow. I let you have a hold on me because I didn't want to confront this side of myself. I didn't want to believe it exists. Not anymore. I accept you. I accept my guilt, my fears, my insecurities. I... Cut that player and I'll kill you! Come on! You can't just record over me, silent! I'm afraid our time is up. The next time you want to talk to me, make an appointment. Oh, cheesy! Cheesy, that's from my friend. We get it! We've been made Agent Rainbow contest. Alter! Alter! Alter... Aua, really? Ah, super. Aua! Super cool! Super cool! Tonband Desmond, okay, alles klar, wir sind jetzt an unserem eigenen Tonband. Es ist nicht klar, und so strange wie das ist, ich bin genauso faszinierend, wie ich das bin. Leben für mich wird niemals das gleiche sein. Ich bin froh, um zu überleben, aber zu welchen Kosten? Ich habe noch zu wissen. Während ich die Flügel sehen kann, kann ich auch fühlen meine Skull. Mein Gehirn ist... ist pulsierend. Aber etwas ist anders. Meier und die Regierung denken, dass sie eine Autonomous Kontrolle über uns haben. Dass sie uns überlegen können, und wir nehmen es. Aber sie haben nicht gewusst, dass, indem sie ein Zeug aus ihrer Nähe, sie lernen, sie fliehen. Ich gehe auf den Rekord. Meier wird für was sie gemacht haben. Für Virginia, für Alan, für Max, für Lukas, für Rosemary, für Milton, für alle. Ich bin richtig. Ich bin einfach. Ich bin lebendig. Und ich bin in klingem Gehirn. Komm und sag mir sonst. Beende das. Und es wurde beendet. Betonia? Haben wir auch einen Update? Ne? Hey. 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 Ich bin wirklich stolz von dir, Desmond. Aber... W-What? Wir sind noch hier, nicht wahr? Oh Mann. Ich hoffe, dass ich nicht hier in der Zeit bleiben. Ich habe keine Zeit geben. Ich habe einen Moment mit dir selbst. Ich habe jemanden gelegt, dass ihr kurz geboten seid. Ich glaube, dass ihr hinter dem, was in deinem Wohnung ist. Jetzt muss ich jetzt erst, was plateierte. Dann gehen wir mal in unsere eigene Wohnung. Und hier ist eine Tür, die verschlossen war. Nebel. Uh. Jetzt war ich ja zur Schlafzimmer abgefuckt. Und ich sehe dahinten schon mal eine Taschenlampe. Äh, eine... Ich wollte die Taschenlampe anmachen, aber ich sehe dahinten eine Schallplatte. Okay, ich hole erstmal die Schallplatte. Schallplatte Desmond, eine weiße Schallplatte. Desmond, bitte hasse mich nicht hierfür. Ich weiß, dass du es niemals zugeben würdest, aber ich kenne dich. Du hast mir vier Jahre geschenkt, wofür ich dir unendlich dankbar bin. Die Zeit, die wir zusammenverbracht haben, bedürftet mir alles. Und ich weiß, dass es dir trotz allem auch so geht. Und jetzt kommt ein großes Aber. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich will glücklich sein in Desmond. Glücklich. Ich weiß, dass du es gut meinst. Aber deine übertriebene Fürsorge und deine paranoide Angst davor, wer im Moment was weiß, machen mich verrückt und lassen mich zweifeln. Ich bin etwas so Besonderes. Nee, du bist etwas so Besonderes. So klug und voller Liebe, aber manchmal blendet dich deine eigenen Gefühle und Probleme. Meistens. Wie kannst du für mich da sein, wenn du die meiste Zeit in deinem Kopf gefangen bist? Die meiste Zeit. Hin und wieder frage ich mich, wie du überhaupt deine Karriere wählen konntest, in der du für andere da sein musst. Ich liebe dich Desmond, es tut mir leid. Ich kümmere dich um Tonja. Magdalena. Magdalena? Wer ist Magdalena? Wie zum ersten Mal von Magdalena? Meine liebster Tonja, mein Herz ist schwer vor Trauer. Die Lehre, die du hinterlassen hast, kam unerwartet. Worte allein können nicht beschreiben, wie sehr ich meine Taten bereue. Dass ich das toxische Feindnis zwischen der Katze und der Lilie nicht bemerkt habe, war mir eine Lektion. Doch ich fühle mich so dumm. Ich sitze in meinem Büro und erinnere mich daran, wie du Zeug von meinem Schreibtisch geworfen und mich dann voller Erwartung angestarrt hast. Wie du neben mir saßt und neugierig das Problem anderer zugehört hast und ihre Fehler akzeptiert hast, indem du sie dich hast scheichern lassen. Gehört zu meinem liebsten Einruf. Danke, meine liebe Freundin, für die unzähligen Tage voller spielerischer Gelassenheit, für deine Liebe und dafür, dass du mich gewirrt hast. Desmond. Ah, warte. Kannst du halt Lilien gefressen? Ahhhh. Nicht gut, nicht gut. So, bevor ich jetzt die Akten lese, würde ich hier noch den Zettel mal lesen wollen. Was geht denn mir vor? Was nicht? Ich fühle mich nicht gut. Tod. Die Gebäude riecht es seltsam. Ich vermisse sie. Die Welt erdrückt mich. Ja, voll noch gradlich uffällig. Patientenname. Tonja, Stubenhocker-Wales, älterer zehn in Menschenjahren. Diagnose. Geringes Trauma im Katzenalter, das von einer möglichen Aussetzung her wird. Abnormales Level an Faulheit, die manchmal sich in einer kaltschnäuzigen Antriebsschwäche sich zu bewegen oder der Umgebung wahrzunehmen äußert. Vermutet wird eine Baunerweite für die Katztür. Ahhhh. Umstand der Behandlung. Kam an einem verregneten Abend von neuneinhalb Jahren zu mir an die Haustür. Schwach und unternährt. Sehr rätselig und liebenswert. Sie schien unverletzt zu sein und sie hatte sich entweder verlaufen, war vergessen oder ausgesetzt worden. Ich entschied mich, sie, da sie so nett war zu mir zu kommen, mir einzulassen und sie gesund und rum zu pflegen. Persönliche Geschichte. Herkunft ist gewissermaßen unbekannt. Katatonia. Äh. Zeigt das normale Verhalten, das sie sehr wahrscheinlich mit einer königlichen Linie des antiken Ägypten verbindet. Nach bestem Wissen würde ich sagen, sie ist entweder ein direkter Abkömmlinge, der bestet oder tatsächlich die Seele der Katzengötter persönlich, die unsereins die Ehre der Pflege übertragen hat. Ungefähr so fühlen sich tatsächlich Katzenbesitzer. Man sagt ja nicht umsonst. Und nach einem Härchen, Katzen haben die Namen. Aber der Name ist schon mal geil. Katatonia. Wie passend, wie passend. Psychologische Notizen. So gelegentlichen Erstarren tendiert, steht Tonja manchmal schnotastisch still, wie in einem katatonischen Zustand. Sie zeigt dieses Verhalten oft als Kätzchen und weniger oft, als sie erwachsen wurde und entspannter auf ihre Umgebung reagierte. Dieser in einem Katzenkörper gefangene dämonische Zauberer hat ganz sicher magische Kräfte. Nach 10 Beziehungsjahren frage mich immer, wie sie mein Herz zum Schmelzen oder mein Verstand zum Nachgehen bringt. Mit nur einem Blick, einem einzigen Miauen. Und auch das, denke ich mal, können alle Katzenbesitzer nachvollziehen. Es ist so. Es ist so. Desmond Rills. Ein Gedankenexperiment. In Bier gehüllt. Alter. 41, paradoxerweise paranoid. Umstände der Behandlung. Patient folgt der bewährten psychologischen Art der Selbstanalyse. Patient spielt mit dem Gedanken, sich von dritter Seite professionelle Hilfe zu holen. Aber letztendlich befand er, dass dies zu ungewollten Ausspähen in seiner Vergangenheit führen würde, was er lieber nicht tat. Nach dem Tod und verschwinden mehrere Personen in seiner Pflegeobhut begann der Patient, seine Methoden ernsthaft zu unterfragen und ob er nicht vielleicht selbst in Gefahr sei. Patient mit Schwierigkeiten, sich mit der Tatsache abzufinden, dass Magdalena nicht zurückkommen wird, egal wie sehr er an sich arbeitet. Persönliche Geschichte. Geboren und aufgewachsen in Milton Haven als einziges Kind von Jack und Linda Males. Bachelorabschluss in Neurologie und Semiotik an der Pacific State College. Abschluss mit Auszeichnung. Klassisches Jahr am Virtual Med Facharztausbildung in Asheron Falls Medical Center. Mag ausgelingte Spaziergänge am Strand und bei Videospielen so richtig schlecht sein. Ach, sind wir nicht alle ein bisschen desment. Psychologische Notizen. Patient zweifelt an der Methodik seiner Behandlung. Gibt er seinen Patienten die bestmögliche professionelle Beratung? Na, das haben wir ja irgendwie gesehen, dass das wohl nicht so der Fall war. Oder treibt er sie bewusst oder unterbewusst in die Selbstzerstörung? Ja. Die Gedanken des Patienten werden von seiner Sorge und seiner eigene Sicherheit aufgefressen. Was, wenn das, was ihnen passiert, von mir passiert? Laut hinter jeder Ecke eine Gefahr? Magdalena sagte mir einmal, ich bin unfähig, meine eigenen Probleme zu lösen, und ich knietief in die Probleme anderer stecke. Angenommen, sie hat da recht. Wie kann ich das für mich ändern? Sollte ich das? Ja, der ist man... So, das hat jetzt, das kann ich jetzt doch aber nicht in so eine mega tiefe... Also, ja klar, hey, deine Katze ist gestorben, das ist schlimm. Und... Wir haben alle mal wahrscheinlich ein Tier verloren, irgendwie, das ist schlimm, irgendwie. Und man leidet darauf wirklich. Aber so, dass man sich jetzt wirklich in so einen Zustand, wie du dich jetzt hier befindest, zurückziehst. Und deine Katze siehst. Wohlgemerkt, irgendwie. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Und jetzt so an Magdalena, mit den vier Jahren, kann es jetzt vielleicht auch nicht liegen haben. Unbedingt, oder? Also... Ich weiß nicht. Noch werde ich aus Despen nicht schlau, irgendwie. Ich befürchte auch, dass ich es nicht mehr werde. Aber wir haben seine Platte. Und die gehen wir uns jetzt anhören. So, komm, Desi. Wir haben noch eine Platte auf hier. Ja. 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 nobody I have. Ja. Oh, here comes the Savior Who can break these thoughts away from me Oh, no more bad behavior Screw my head, arm, right, for a matter of being I feel a sense of urgency Emergency Abuse I found a sense of agency A good excuse To cut me loose Oh, my thoughts are burning And I like how warm the fire can be Oh, or is my body turning And my legs seem to move without me Das war Das mit uns Scheibe So, wunderschön, wir haben alle Scheiben Alle Tapes liegen hochordentlich da Dann würde ich sagen Lass uns mal aufs Dach gehen Lass uns mal aufs Dach gehen Weiß einer von euch, bei dem Song kam ein Wort vor Kann ich ja noch nie gehört Kalimität Kalimatät Und wie sowas Verzertet sein Wo ist das? Nein, stimmt Stopp mal Yeah Ja, das ist jetzt Tempo 4 Sehr nice So, den Bogen um die kleine Katze machen Tja, super cool Oh, hier ist laut 15 Uhr übrig Tja Okay I wish this ending could have been a happier one But But life doesn't work that way Getting rid of me will be the challenge of a lifetime You may have won the battle But you've only saved yourself Agent Rainbow is still out there And you are powerless to stop what's coming Don't listen to him He's afraid because he knows exactly what you're capable of What am I capable of? Time will tell Patience and grace So This is goodbye? You said goodbye before I wouldn't lose any sleep on it I'm sorry It was my fault I should have known You did your best You loved me And that's all I ever cared about Besides I live on In your head So That's something Thank you, Tanya For everything You're a real cool cat You're a real cool cat Yeah Yeah I know Und das war In Sound Mind Was für ein Spiel Was für ein Spiel Benni Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Dass du mir das auf den Tisch geschmissen hast Also Krass Krass das Spiel Also da sind auch so viele Sachen bei dem Muss man erstmal Die muss man erstmal verarbeiten Oder das versacken lassen Ja Also Alle Fälle waren für sich echt krass Irgendwie Also Heftig 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 Nochmal zu spielen Krass Wirklich Wirklich Ein tolles Spiel Muss man sagen Der Soundtrack war A la Bonheur Muss man mal sagen Er war wirklich Hammer Irgendwie Ähm Leute Ich hoffe Ihr habt Bei diesem Spiel Genauso mit mir mitgefiebert Irgendwie Ähm Und Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Schreibt doch in die Kommentare Welches euer Lieblingskapitel war Und Wenn ihr wollt Sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder Ihr Lieben Bis dahin Ciao Bis dahin 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 Judging by the package on the table, I guess they got to you before I did. Bastards. You'll be alright, my friend. Rest. And when you feel better, we'll take the fight to them.